Kit rieb sich mit der Hand übers Gesicht. Terrence und ich sehen uns nicht mehr. Ich wollte ihm die ganze Wahrheit sagen, aber ich habe es nicht. Sie hatte am Morgen nach der Gala noch immer auf der Couch gesessen und in den tonlosen Fernseher gestarrt, als Terrence anrief. Er hatte die Sendung ebenfalls gesehen und wissen wollen, ob an den Gerüchten etwas dran sei und sie tatsächlich vergangene Nacht mit Noah im Bett gelandet war. Kit hatte schon dementieren und ihm versichern wollen, dass die Medien das nur erfunden hatten, als er weitergesprochen und gefragt hatte, ob sie ihn für diese männliche Hure abserviert habe, ob sie so tief gesunken sei. Dann hatte er noch hinzugefügt, dass er sie nicht für so gewöhnlich gehalten hätte. Seine Stimme war kälter gewesen, als Kit sie je gehört hatte. So voller Gift, dass sich ihr die Nackenhaare aufgestellt hatten. Vielleicht war es nur ein Wutausbruch gewesen, trotzdem hatte sie diese Seite an Terrence vorher nicht gekannt. Sein extremes Besitzdenken war umso verstörender, als sie erst dreimal unverbindlich miteinander ausgegangen waren. Kit hatte plötzlich an die Briefe des Stalkers denken müssen. Auch in ihnen kam das Wort Hure immer wieder vor. Allerdings war es ausnahmslos auf Kit selbst gemünzt. Von eisiger Kälte durchströmt, hatte sie Terrence angefaucht, dass er nicht das Recht habe, so mit ihr zu sprechen und es spätestens jetzt ausseit zwischen ihnen. Danach hatte sie sich schlecht gefühlt, weil sie Terrence verdächtigt hatte, der Stalker zu sein. Aber sie hatte dieses innere Frösteln einfach nicht abschütteln können, nicht einmal, nachdem er sich bei ihr entschuldigt hatte. Per SMS, weil sie sich weigerte, seine Anrufe entgegenzunehmen. Das tut mir leid, sagte Noah leise. Ich weiß, du mochtest ihn. Das stimmt, bekannte sie und lehnte den Kopf gegen die Wand. Aber du musst kein schlechtes Gewissen haben. Durch die Art, wie Terrence auf die Nachrichten über uns reagiert hat, wurde mir klar, dass der Mann, den ich beruflich kenne, womöglich privat ein ganz anderer ist. Noah setzte sich auf, zog ein Knie an die Brust und legte den Arm darauf. Er umfasste sanft ihr Kinn und fragte, hat Gates dir wehgetan? Seine Augen blitzten gefährlich, seine Stimme klang drohend. Nein, wir haben nur telefoniert. Seine Nähe, sein Beschützerinstinkt brachten die Schilde um ihr Herz zum Einsturz. Überrollt von einer Welle der Liebe, die einfach nicht erlöschen wollte, schloss sie die Finger um sein Handgelenk. Fox hat mir erzählt, dass du nicht schläfst. Er ließ ihr Kinn los und entzog sich ihrem Griff. Seine Miene veränderte sich kaum, aber Kit kannte ihn. Sie hatte dieses Gesicht ausgiebig studiert in den Jahren, in denen sie einander umkreist hatten, und in den Monaten, in denen sie mehr als nur Freunde gewesen waren. Noch bevor er sprach, wusste sie, dass er die Schotten dicht gemacht hatte und sie mit einer nichtssagenden Antwort abspeisen würde. Ich hatte schon immer Schlafprobleme. Noah zuckte die Achseln. Ich will keine Schlaftabletten nehmen, darum halte ich ein Nickerchen wann immer ich kann. So wie heute. Damit gleiche ich den Mangel an Nachtschlaf aus. Nein, dachte sie. Das tat er nicht. Noah stand ständig unter Strom. Ganz früher hatte sie vermutet, dass er Drogen nahm. Aber inzwischen wusste sie, dass das nicht der Fall war. Er bekam einfach nicht genügend Schlaf und wurde hibbelig und fast euphorisch, wenn das Defizit so groß wurde. Momentan schien er okay zu sein, aber Kit wusste, wie gut er es beherrschte, sich zu verstellen. Noah, sagte sie, bist du … Es geht mir gut, presste er hervor. Dann zwang er sich bewusst dazu, sich zu entspannen. Mir fehlt nichts, versicherte er ihr in weniger scharfem Ton. Hinter mir liegen nur ein paar schlaflose Nächte. Die kommende wird bestimmt besser. Die Schotten hatten sich vor ihren Augen in eine Betonwand verwandelt. Kit wollte dagegen schlagen, sie niederreißen. Aber solange Noah sie nicht hindurchlassen wollte, würde sie sich dabei nur gebrochene Knochen einhandeln. Ich werde dieses Wochenende mit in deinem Bus wohnen müssen, sagte sie, als die Schmetterlinge endlich still wurden und sich zusammenrollten, um ihren verletzbaren Körper zu schützen. Das ist geregelt. Noah grinste. Seine Anspannung war verflogen, seit Kit von ihm abgelassen hatte. Dort drüben liegt ein Schlafsack und ich habe eine Luftmatratze reingeschmuggelt, die ich aufpumpen kann. Er zeigte nach rechts, wo Kit eine kompakt zusammengefaltete Luftmatratze und eine kleine Luftpumpe entdeckte. Vermutlich hatte er beides ohne Probleme unbemerkt in den Bus bringen können. Ich werde sie sogar für dich aufpumpen, sagte er, ohne eine Mine zu verziehen. Kit hätte sagen sollen, dass sie Freunde waren und sich das Bett teilen konnten, aber sie brachte die Worte nicht über die Lippen. Sie war nicht stark genug. Wenn Noah neben ihr läge, würde sie sich entweder an ihn kuscheln oder ihn anbrüllen und dabei mit den Fäusten seine Brust bearbeiten. Wieso begehrst du mich nicht? Wieso all die anderen Frauen, aber mich nicht? Woran mangelt es mir? Ihr Zorn war so übermächtig wie die andere Emotion in ihrem Herzen. Sie flüsterte ihr zu, dass Noah ihr gehörte. Trotz allem beharrte sie darauf, dass er ihr gehörte. Ihr Herz litt an Wahnvorstellungen. Kit setzte eine Maske auf, die man ihr nicht ansah, und zog eine Braue hoch. Hast du es noch nicht gehört? Kathleen Devaney nächtigt nicht auf Luftmatratzen, Darling. Na, zum Glück bin ich nicht so berühmt dafür, grinsend fuhr er sich mit der Hand durch die Haare. Mit ein bisschen Geschick bringe ich sie im Wohnbereich unter, dann kannst du das Schlafzimmer haben. Leg nur ein paar Klamotten für mich raus, die ich nach dem Duschen anziehen kann. Kit verdrehte die Augen und verbot sich, auch nur daran zu denken, dass Noah nur wenige Meter von ihr entfernt, nass und unbekleidet im Bad stehen würde. Ich habe nicht vor, die Tür abzusperren und nackt ein Tänzchen aufzuführen. Du kannst jederzeit hereinkommen. Sie musste wirklich eine gute Schauspielerin sein, denn er lachte über ihre schnippische Bemerkung, und für einen Moment waren sie einfach nur zwei Freunde, die zusammen herumwitzelten. Mehr nicht. Obwohl sich in orange-roten und dunkelblauen Schlieren bereits der Sonnenuntergang ankündigte, war es noch hell, als Schoolboy Choir sich für ihren Auftritt bereit machten. Noah fand sich in der ungewohnten Situation wieder, sich mit einer Frau an seiner Seite auf den Weg zur Bühne zu machen. Sonst riss er immer nach der Show Mädchen auf, aber davor war er noch nie in Begleitung von einem gewesen. Er hätte das als störend empfunden. Noah mochte es, vor dem Konzert Musik zu hören, um sich einzugrooven. Manchmal wollte er mit niemand anderem reden als mit den Jungs. Erst recht brauchte er kein Groupie, das sich an ihn hängte und auch noch erwartete, dass er sich freute. Darum hatte er, nachdem er geduscht und einen Happen gegessen hatte, geradezu danach gegiert, eine Weile allein gelassen zu werden. Aber draußen vor dem Bus lauerten die Bluthunde von der Presse mit ihren Kameras. Kit konnte nicht so bald nach ihrem romantischen Wiedersehen, wie es im Internet geheißen hatte, wieder gehen. Folglich saßen sie zusammen hier fest. Noah, hatte sie nach zehn Minuten gesagt, ich verziehe mich ins Schlafzimmer, um zu lesen. Tu, wonach dir ist. Dann war sie verschwunden. Die ersten fünf Minuten hatte er es nicht geglaubt, aber sie war nicht zurückgekommen. Und als er ins Schlafzimmer gespäht hatte, hatte er sie auf dem Bett gesessen, in einem Drehbuch gelesen, unteren Stellen markiert. Er war in den Wohnbereich zurückgekehrt, hatte sich sein iPod geschnappt, die Kopfhörer aufgesetzt und gechillt. Oft spielte er vor der Show Gitarre, aber heute hörte er einfach nur Musik. Zum Teil ihre eigene, zum Teil Songs seiner Lieblingsbands und sogar ein bisschen Klassik. Mit Letzterem würde bei ihm wohl niemand rechnen, aber er liebte die Reinheit, die klassischer Musik anhaftete und dachte gern über ihre tiefere Bedeutung nach. Sobald der Rhythmus in sein Blut überging, vergaß er alles andere. Zu schade, dass das nicht funktionierte, wenn er schlief. Er hatte es mehr als einmal versucht. Und jetzt, wenige Minuten vor dem Auftritt, machte er sich bereit, zusammen mit einer Frau aus der Tür zu gehen. Es fühlte sich seltsam an, aber auf eine gute Weise. Er hatte sich bei Fox einmal darüber beklagt, dass er kein Mädchen ganz für sich allein hatte, doch nun hatte er Kit. Zwar nur für ein Wochenende, aber in dieser Zeit gehörte sie ihm. Und sie verstand sein Bedürfnis nach Musik, fühlte sich nicht bedroht davon. Als er die Kopfhörer schließlich abgenommen und nach ihr gesehen hatte, war sie stirnrunzelnd in ihr Drehbuch vertieft gewesen. Sie hatte mit einem gedankenverlorenen Ausdruck in den Augen aufgeblickt und gefragt, ist es Zeit? Noch zehn Minuten. Die hatte sie dafür genutzt, in hautenge schwarze Jeans zu schlüpfen, die ihr Gesäß perfekt umhüllten, was Noah eigentlich gar nicht bemerken dürfte. Dazu trug sie schwarze Stiefeletten und ein figurbetontes rotes Seidentop. Der Schnitt war schlicht und der V-Ausschnitt zeigte kaum etwas von ihrem Dekolleté. Doch der feine Stoff ließe ahnen, dass sie darunter einen schwarzen Spitzen-BH trug. Atemberaubend sexy traf es nicht einmal annähernd. Sie hatte außerdem irgendetwas mit ihrem Haar angestellt. Es sah sexy und wild aus, so als wäre sie eben aus dem Bett gestiegen. Dazu volle rote Lippen und glamourös geschminkte Augen. Heiliger Bim Bam, hatte er hervorgestoßen. Der Look gefiel ihm, aber er vermisste seine Kit. Die Frau vor ihm war Kathleen Devaney. Dann hatte sie ihm zugezwinkert und da war sie wieder gewesen, seine Kit. Was denkst du, was wir die ganze Zeit in diesem Bus getrieben haben, Casanova? Wir müssen den entsprechenden Eindruck erwecken. Noah ließ die Erinnerung an diesen Moment verblassen, weil es noch viel besser war, die reale Kit an seiner Seite zu haben. Dann warf er einen Blick zu ihr, während er die Stufen hinabstieg, um die Tür zu öffnen. Bist du bereit? Rock die Bühne! Sie reichte ihm seine Gitarre. Ich werde deine schwer verliebte Freundin und gleichzeitig das Groupie aller Groupies mimen. Mit einem echten Grinsen im Gesicht trat er aus dem Bus. Dann drehte er sich zu ihr um und nahm ihre Hand, als sie hinter ihm ausstieg. Nicht den Kameras zuliebe, sondern weil er sie berühren wollte. Er konnte das jetzt tun, ohne eine gefährliche Grenzlinie zu übertreten, weil Kit glaubte, es diene nur dem Schein. Doch als er ihre Hand fest umschloss und sie an seine Schenkel presste, Kit an sich drückte und ihr einen Kuss auf die Haare hauchte, war es ehrlich gemeint. Genauso wie seine Worte, ich bin froh, dich hier zu haben. Dann ließ er ihre Hand los und legte ihr den Arm um die Schultern. Kit fasste ihn um die Taille, doch ihr Blick war auf einmal bedrückt und sie sah weg. Ihr Schweigen versetzte ihm einen Stich in den Herz. Doch dieser Schmerz war nichts gegen das gute Gefühl, sie in seinem Arm zu halten. Er verdiente sie nicht, würde sie nie verdienen. Aber für diese kurze Zeitspanne durfte er so tun als ob und einen unerfüllbaren Traum leben. Es ist eine interessante Erfahrung, von Anfang an mit hinter der Bühne zu sein, sagte sie schließlich. Diese pulsierende Energie zu spüren. Unerwartet drückte sie seine Taille. Eine Geste, die eigenartige Dinge mit seinem Herzen anstellte. Du pulsierst vor Energie. Woher willst du das wissen? Du bist doch gar nicht in meine Nähe gekommen. Dieser Bus ist luxuriös, aber beengt. Ich konnte deine pulsierende Rockgott-Aura fühlen. Sein Herz machte weiter Faxen, während er mit dem Kinn zärtlich über ihren Scheitel strich. Ich danke dir für deine Geduld. Das musst du nicht, ich verstehe dich. Ich ziehe mich auch in mich selbst zurück, wenn ich mich auf eine wichtige Szene vorbereite. Wieder drückte sie seine Taille und löste damit alle möglichen seltsamen Gefühle in ihm aus. Ich will da nicht angesprochen werden und antworten müssen. In meinem Kopf muss Stille einkehren, damit ich innerlich zur Ruhe komme. Noah wollte sie einfach nur küssen. Ja, sie verstand ihn. Sie verstand alles. Noah fühlte sich so warm, so stark an und sein Duft verlockte sie dazu, das Gesicht an seinen Hals zu pressen, um ihn tief einzuatmen. Wer hätte erwartet, dass er sich so liebevoll und anschmiegsam geben würde? Ein leiser, trotziger Funken Hoffnung regte sich in ihr. Vielleicht war es ja doch echt. Fall nicht noch einmal von dieser Klippe, Kit. Er wird dich zerstören. Noch während diese Mahnung sich erbarmungslos in ihre Hoffnung mischte, fand Kit sich mit der niederschmetternden Tatsache ab, dass Noah für immer der Richtige für sie sein würde. Vielleicht würde sie eines Tages einen anderen Mann lieben, aber es würde niemals dem gleichkommen, was sie und Noah zusammen hätten haben können. Das Versprechen zwischen ihnen war etwas gewesen, das nur die wenigsten Menschen je erlebten. Jetzt war es gebrochen, in so viele Teile zersplittert, dass nichts es wieder zusammensetzen konnte. Aber als es noch heil gewesen war, war es ein wunderschönes, unbezahlbares Geschenk gewesen. Noah hätte ihr ein und alles sein können. Stattdessen würde er ein Freund bleiben, mit dem sie nie eine echte Freundschaft haben konnte. Und er war der Mann, den sie würde küssen müssen, bevor er in wenigen Minuten auf die Bühne trat. Sie würde die vernarrte Freundin geben, wie sie neckend bemerkt hatte, ihn küssen und herzen, als wären sie ein frisch verliebtes Paar. Kit hatte geglaubt, dafür bereit zu sein, sich eingeredet. Es sei nichts anderes als eine weitere Szene in diesem Stück, das sie vor den Fotografen zum Besten gaben. Doch es tat furchtbar weh, dass ihr erster Kuss mit Noah nur gespielt sein würde. Kit ging mit ihm zusammen nach oben hinter die Bühne, wo sie Molly zulächelte, die gerade mit Fox erschien. Abe, David und Thea hatten sie noch nicht gesehen, aber sie mussten irgendwo in der Nähe sein. Sie wandte sich Noah zu und holte Tiefluft. Du weißt, was von uns erwartet wird? Er legte die Hand an ihre Wange, schob die Fingerspitzen in ihr Haar und drückte die Stirn an ihre. Während er sie zärtlich hielt, wie einen kostbaren Schatz, sagte er, soll ich dir was sagen? Was denn? fragte sie in dem Kokon, den er erschaffen hatte. Wir haben ihnen gerade ein spektakuläres Foto geliefert. Damit riss er sie aus ihren kummervollen Gedanken und sie blinzelte. Noah war schon früher mit Frauen abgelichtet worden, aber nie beim Austausch von Zärtlichkeiten. Kit wusste das, weil sie es aller guten Vorsätze zum Trotz nicht schaffte, die Meldungen über ihn zu ignorieren. Nie berührte Noah das Gesicht einer Frau mit solcher Zärtlichkeit. Nie lächelte er eine an, während er mit dem Daumen ihre Wange streichelte. Nie drückte er eine an sich und flüsterte ihr dabei ins Ohr. Ich werde auf dich aufpassen, Kit. Seine Lippen strichen über ihre Schläfe und seine Finger glitten tiefer in ihr Haar. Ich lasse nicht zu, dass diese Aasgeier über dich herfallen. Kit kuschelte sich an ihn. Dabei redete sie sich ein, es sei nur ein Teil der Show. Danke. Vergiss nicht, mir zuzujubeln, wies er sie an. Vielleicht solltest du dein Höschen auf die Bühne werfen und zwar direkt zu mir. Sie versetzte ihm einen Schubs gegen die Brust, während in ihr Wärme und Hoffnungslosigkeit miteinander rangen. Wärme, weil er ganz der Noah war, den sie liebte. Der Mann, der wirklich auf sie Acht gab, der sie niemals verletzen würde. Hoffnungslosigkeit, weil es daneben noch den anderen Noah gab, der ihr so grausam das Herz gebrochen hatte. Träum weiter, Kit rang sich ein Lächeln ab. Sollte ich je mein Höschen auf eine Bühne werfen, dann sicher nicht für irgendeinen hübschen Gitarrenspieler. Autsch, der hat gesessen, entgegnete er lachend, während die Menge begann im Sprechchor nach Schoolboy Choir zu rufen. Er warf ihr eine Kusshand zu, dann hängte er sich die Gitarre um und stürmte zusammen mit Fox auf die Bühne. Gleichzeitig tauchten David und Abe von der anderen Seite auf, was das Publikum schier ausflippen ließ. Geneviève folgte ihnen gemächlicher, nachdem sie Kit und Molly kurz begrüßt hatte. Fox legte, auf die für ihn typische Weise, beide Hände um das Mikro und rief, »Hey, Leute, seid ihr bereit?«, während Noah wie immer seine Gitarre selbst anschloss. Die Menge antwortete mit donnerndem Jubel. Als die Band zu einer Hardrock-Hymne ansetzte, reckten die Zuschauer die Hände in die Luft und sprangen auf und ab. Kit lief die Stufen hinunter und in den abgegrenzten Bereich vor der Bühne, wo sich neben Molly und Thea auch Butch und Casey sowie die anderen Wachleute eingefunden hatten, die für ihre Sicherheit sorgten. Völlig gebannt lauschte sie der Musik. Dabei wandte sie den Blick nicht von Noah ab. Zum ersten Mal, als sie sich kannten, musste sie ihre Gefühle nicht verstecken. Darum beobachtete sie, wie er sich bewegte, hörte zu, wie er spielte, während ihr Herz so ungestüm tobte wie das Publikum. »Das ist der Wahnsinn!«, rief sie Molly und Thea zu. »Ich war schon mal auf diesem Festival, aber das war nichts im Vergleich hierzu.« Thea schoss ein paar Fotos mit ihrem Handy und twitterte sie. »Ich hab dich getaggt«, informierte sie Kit. »Du musst sie retweeten.« Immer bei der Arbeit, lachend versuchte Molly, Theas Handy zu konfiszieren, während Kit gehorsam den Retweet-Button drückte, bevor sie eigene Fotos machte, um sie zu teilen. Thea bleckte die Zähne in Richtung Molly. »Jeder soll wissen, wie sehr mein hinreißender Mann dieses Festival schon jetzt rockt.« »Pass auf, was du sagst!« Molly knuffte ihre Schwester mit dem Ellbogen. »Es sind unsere Männer!« Als sie anschließend ihr eigenes Handy hervorzog, musste Kit lachen. Molly war nur bei einem einzigen sozialen Netzwerk registriert, das sie zudem selten nutzte. Aber heute sendete sie ein Foto von Fox, auf dem er das Mikrofon mit den Lippen liebkoste. Und untertitelte es mit »Der Mann meines Herzens rockt das Zenit!« »Hashtag Liebe!« So schlicht und perfekt. Genau das, was Kit gern geschrieben hätte. Aber diese Worte würden sie verfolgen, sobald die Illusion vorbei war. Sie durfte ihre Gefühle nicht offenbaren, sonst würde sie hinterher nur Spott ernten. Also schickte sie ein Foto dieses unwahrscheinlich talentierten Mannes mit den gewittergrauen Augen hinaus in die Welt und schrieb lediglich darunter »Noah ist der Größte!« »Hashtag Zenit!« »Wir haben das Festival mit einem verdammten Paukenschlag eröffnet«, dachte Noah, als er nach der Zugabe hinter die Bühne ging. Ohne groß zu überlegen, zog er Kit an sich und schmiegte sein Gesicht an Iris. »Ich bin am Verhungern!« Sie lachte. »Und ziemlich verschwitzt!« Ihre Hände landeten auf seiner nackten Brust. Sein T-Shirt war nun im Besitz der Person, die es gefangen hatte, als er es in die Menge geworfen hatte. Der intime Kontakt versenkte ihm die Haut und sandte eine Schockwelle des Begehrens durch sein Leib. Er wich derart abrupt zurück, dass Kids Augen sich kurz weiteten, bevor sie ihr strahlendes Kathleen-Devinnie-Lächeln anknipste. »Die Kameras sind noch angeschaltet«, sagte sie mit unveränderter Miene. »Nimm meine Hand, wenn du keine andere Berührung erträgst.« Ein Tritt von ihr hätte weniger wehgetan. Noah ergriff ihre Hand und drückte sie. »Es ist nicht so, wie du denkst.« Ihr Lächeln war noch immer so hell wie ein Megawattstrahler, aber in ihren Augen stand ein harter, verletzter Ausdruck. »Du hast dich sehr klar ausgedrückt, Noah. Keine Sorge, ich mache mir keine falschen Hoffnungen. Ich weiß, dass du nicht an mir interessiert bist.« Fast hätte er gelacht, weil sein Interesse an Kit so sehr Teil von ihm war, dass andernfalls kein Noah existiert hätte. Doch das Lachen blieb ihm im Hals stecken. Er hielt Kits Hand fest in seiner und sagte, »Wir werden alle zusammen Pizza essen. Ich muss nur kurz duschen.« Kit nickte und sie gingen zum Bus. Sobald Noah die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, ließ sie seine Hand los. Vielmehr versuchte sie es. Er hielt sie fest. »Nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Schon gut.« Ein angespanntes Lächeln. »Ich komme wirklich nicht auf falsche Gedanken.« Sie holte ihr Handy heraus und widelte damit. »Van hat mir eine SMS geschickt.« »Wir sind letztes Jahr zusammen ausgegangen, du erinnerst dich?« »Er will wissen, ob das zwischen uns etwas Ernstes ist.« Noah zuckte zusammen, als die Seifenblase zerplatzte. Kit war nicht sein Mädchen. Darum hatte er nicht das Recht, sie daran zu hindern, sich mit anderen Männern zu treffen. Er gab ihre Hand frei. »Was wirst du antworten?« »Nichts.« Sie schaute auf das Handy und wischte mit den Fingern über das Display. »Wir beide sind offiziell ein Paar. Und ich muss die Fiktion aufrechterhalten, sonst war alles umsonst.« Ein hastiger Blick, ein noch hastigeres Lächeln. »Ist ja nicht für immer.« Seine Muskeln verkrampften sich. »Gib mir zwei Minuten«, sagte er und verschwand im Bad. Kit stützte sich mit zitternder Hand an der Arbeitsplatte der Miniküche ab und atmete gegen den Schmerzen ihrer Brust an, der so schlimm war, als würden Messer in ihrem Inneren wühlen, durch Rippen und Muskeln schneiden, bis sie verblutete. Jedes Mal, wenn sie dachte, Noah könnte sie nicht noch schlimmer verletzen, tat er genau das. Sie schluckte krampfhaft und presste die Augen zusammen, um die Tränen zurückzuhalten, die sie zu ersticken drohten. Sie hörte, wie die Dusche angestellt wurde, wusste, dass er nicht lange brauchen würde. Noah musste nach diesem Auftritt einen Bärenhunger haben. Kit atmete durch die Nase und bezwang den Tumult ihrer Gefühle, wie sie es beim Drehen der traumatischen Szenen in Last Flight gelernt hatte. Ihre Figur hatte Folterungen erlitten, einen schweren Verlust und seelisches Leid. Und Kit hatte diese erdrückenden Emotionen so stark nachempfunden, dass sie Gefahr gelaufen war, von ihnen überwältigt zu werden. Sie hatte lernen müssen, sich dagegen abzuschotten und von einer herzzerreißenden Szene in eine Heitere zu wechseln, da der Drehplan nicht immer chronologisch aufgebaut gewesen war. Jetzt griff sie auf ihr ganzes Können zurück, um sich wieder in den Griff zu bekommen. Als die Dusche abgedreht wurde, atmete sie bedächtig aus und setzte ein winziges Lächeln auf. Doch als Noah herauskam, traf sie der Anblick seines feuchten Körpers wie ein Schlag in den Magen. Er hatte ein weißes Handtuch um seine Hüften gewickelt, doch aus seinen Haaren tropfte Wasser, das in Rinnsalen über seinen muskulösen Brustkorb und seinen Waschbrettbauch lief, bevor es in dem weichen Fotti versickerte. Als er sich zum Schlafzimmer umdrehte, konnte sie den prachtvollen Phönix sehen, der Noahs atemberaubende Maskulinität hervorhob. Kit rief sich unbarmherzig ins Gedächtnis, dass er ihre Berührung nicht ertrug, und riss sich von seinem Anblick los. Dann zog sie ihr Handy aus der Tasche und checkte ihre E-Mails. Harper hatte ihr geschrieben, um ihr mitzuteilen, dass sie für Redemption zwar noch immer keine Zusage hatte, die Rolle aber auch nicht anderweitig, genauer gesagt an Abigail, vergeben worden war. Das Rennen war noch nicht entschieden. In diesem Moment traf eine Nachricht von Theas Assistentin ein, mit Kopien an Noah und Thea. Sie gab einen Überblick über die Medienaufmerksamkeit, die Kit und Noah heute auf sich gezogen hatten. Die tüchtige junge Frau hatte eine Datei mit Auszügen aus den wichtigsten Artikeln, Screenshots verschiedener Tweets und anderer Internetposts angehängt. Dank des spektakulären Fotos, das Noah inszeniert hatte, ging Hashtag NoCat inzwischen um die ganze Welt. Kit war schon zu lange im Geschäft, um nicht zu wissen, dass das Internet verletzend sein konnte, trotzdem konnte sie nicht widerstehen, das Hashtag in die Suchmaschine einzugeben. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte. Aber das ganz bestimmt nicht. Habt ihr das gesehen? Ich wusste, dass er auf sie steht. Hashtag NoCat, Hashtag Forever. Oh mein Gott, ist das romantisch. Warum kann mein Freund mich nicht so ansehen? Hashtag NoCat, Hashtag Romanze, Hashtag SC-Fans. Na schön, ich war fix und fertig, als Noah mit ihr angebändelt hat. Aber er sieht glücklich aus. Meinen Segen habt ihr also. Hashtag NoCat. Sogar mein kaltes, verbittertes Herz ist gerührt. Hashtag NoCat, Hashtag SC-Fans. Das ist das romantischste, was ich je erlebt habe. Hashtag NoCat, Hashtag Glücklich, Hashtag Bleib bitte für immer zusammen. Diese Ansichten wiederholten sich wieder und wieder und wieder. Viele Mädchen zeigten sich zwar enttäuscht darüber, dass Noah jetzt vergeben war, aber die meisten fanden es romantisch, dass der Bad Boy sich für seine Freundin offenbar gewandelt hatte. Die männlichen Fans der Band hingegen waren ultra stolz darauf, dass ihr Noah sich solch eine heiße Schnitte geangelt hatte. Kit war gleichzeitig nach Heulen und Lachen zumute. Ja, sie war heiß. So heiß, dass Noah sich allein von der Vorstellung, körperlichen Kontakt mit ihr zu haben, abgestoßen fühlte. Fertig, verkündigte er, als er aus dem Schlafzimmer kam. Ich muss nur noch meine Stiefel anziehen. Sie sah ihm dabei zu. Er trug ein frisches Paar schwarzer Jeans, die genauso lädiert waren wie die, die er zuvor getragen hatte, und ein schwarzes T-Shirt. Er schien sich nur schnell mit den Fingern durch seine Haare gekämmt zu haben, nachdem er sie mit dem Handtuch frottiert hatte. Das war's. Er sah wahnsinnig sexy aus. Nachdem sie aus dem Bus gestiegen waren, legte er Kit den Arm um die Schultern. Sie leistete keinen Widerstand, sondern schlang ihren um seine Taille und gab die verliebte Freundin. Aber er spürte ihre Anspannung. Niemand sonst hätte sie ihr angemerkt, aber Noah fühlte sie mit jeder Faser. Er hatte Kit gekränkt, weil er seine Reaktion auf sie nicht unter Kontrolle hatte. Und er wusste nicht, wie er das wieder gut machen konnte. Wie sollte er ihr von seiner kaputten Psyche erzählen, ohne auch den Rest preiszugeben? Es gab keinen Weg. Noah konnte nur versuchen, ihr auf seine verkorkste Art der bestmögliche Freund zu sein. Er beugte sich zu ihrem Ohr und flüsterte, es tut mir leid. Dann holte er tief Luft und ließ sein Herz sprechen. Ich bin so verdammt glücklich, dass du hier bist, mit mir. Gott, es fiel ihm so schwer, seine Gefühle zu offenbaren. Ich habe dich gern in meinem Leben, in meiner Nähe. Er liebte es, wie ihre Haut und ihre Haare dufteten, wie es sich anfühlte, sie zu berühren, wie sie lächelte. Ich will dich nicht wegstoßen. Aber da ist so viel Mist in mir, der mich manchmal einfach fertig macht. Kitts Finger hielten sein T-Shirt fest. Noah fragte sich, ob sie wohl noch wusste, dass sie es ihm geschenkt hatte. Am unteren rechten Rand war eine winzige Gitarre eingestickt, die man kaum bemerkte, weil sie ebenfalls schwarz war. Aber er hatte dieses kleine, geheime Detail schon immer geliebt. Sie gab keine Antwort, aber ihre Hand entspannte sich und sie tätschelte sacht seine Seite. Es war nur eine winzige Geste, doch sie sagte mehr als tausend Worte. Noah konnte dem Drang nicht widerstehen und nutzte die Gelegenheit, um sie fester an sich zu drücken. Wenn es immer so sein könnte. Wenn er niemals über Sex nachdenken müsste. Wenn er seinen Kopf in Ordnung bringen könnte, um nicht länger nach dem zu gieren, was ihn zerstörte, würde er sie auf Knien um Vergebung anflehen und einen Weg finden, um ihr für immer einen Ring an den Finger zu stecken. Aber das war ein solch unerfüllbarer Traum, dass er sich ebenso gut Flügel hätte wünschen können. Bist du hungrig? fragte er, als sie das hinter den Kulissen gelegene Catering-Zelt erreichten. Noahs Magen begann zu knurren, als ihm der Duft nach geschmolzenem Käse und all den anderen guten Sachen, die auf eine Pizza gehörten, in die Nase stieg. Ja, das bin ich tatsächlich. Ich habe das ganze Konzert durchgetanzt. Noah stieß einen anerkennenden Pfiff aus, als er Thea und David entdeckte, die in der Nähe des Zells schmusten. David grinste, dann legte er eine Hand an Theas Hinterkopf, die andere auf ihr Gesäß und küsste sie wieder. Sie trug heute keins ihrer geschäftsmäßigen Outfits, sondern ein glitzerndes Minikleid, das ihre langen Beine perfekt zur Geltung brachte. Ihre glatten, schwarzen Haare hatte sie offengelassen, anstatt sie wie sonst zu einem Knoten zu frisieren. Es stand außer Frage, dass Thea ein echter Hingucker war. Trotzdem sah Noah in ihr nichts anderes als eine hochkompetente PR-Beraterin, die noch vor ihrem ersten Kaffee am Morgen die meisten Paparazzi das Fürchten lehren konnte. Ich freue mich für sie, bemerkte Kit leise, als sie sich dem Zelt näherten. Sie passen toll zusammen. Ja, das tun sie. Noah nickte Abe zu, der gerade aus der anderen Richtung kam. David hatte gute Aussichten darauf, als trauriger, einsamer alter Mann zu enden, hätte sie sich seiner nicht erbarmt. Abe, der das mitbekommen hatte, schnaubte. Ich brauche auch eine so höllisch scharfe Braut, die sich meiner erbarmt. Wie es aussieht, hat David das Glück auf seiner Seite. Ich weiß nicht, wer verknallter ist. David oder Thea? Noah nahm einen Ton in Kitts Stimme wahr, den er nicht von ihr kannte. Es war eine Mischung aus Sehnsucht und Neid. Letzteres jedoch nicht in missgünstigem Sinn. Vielmehr war es eine sanfte, schmerzliche Regung, die in ihm das Bedürfnis weckte, ihr Freude zu schenken, sie glücklich zu machen. Weißt du, dass er ihr einen rosa Teddy geschickt hat, als wir auf Tournee waren? Kit lächelte übers ganze Gesicht. Echt? Woher weißt du das? Ich habe ihn dabei erwischt, wie er sich mit dem Plüschtier unterm Arm ins Hotel zurückgestohlen hat. Noah fragte sich, ob Kit sich über solch ein Geschenk freuen würde. Vor diesem Gespräch hätte er sich das nicht vorstellen können. Kit war so kultiviert und stilvoll. Doch jetzt seufzte sie und schlang die Arme um ihren Oberkörper. Es ist sehr süß und romantisch. Abe war unterdessen zu dem Buffet geschlendert, an dem die heißen Pizzen standen, die frisch aus einem mobilen Backofen kamen. Aber Noah wandte sich Kit zu. Bei dir zu Hause gibt es keine Teddybären. Er hielt kurz inne. Oder doch? Nein, weil mir noch nie jemand einen geschenkt hat. Noah hatte eine beschissene Kindheit gehabt, aber er erinnerte sich an den Teddy, den seine spanische Nanny Josefina ihm gegeben hatte, bevor er ins Internat abgeschoben worden war. Er soll dich beschützen, hatte sie in ihrer Muttersprache Spanisch, das Noah von ihr gelernt hatte, gesagt. Ihre Augen waren traurig und voller Tränen gewesen. Er wird dein Freund sein. Josefina hatte nie erfahren, dass der Teddy es nicht ins Internat geschafft hatte. Sein Vater hatte einen Blick darauf geworfen, als Noah in den Wagen gestiegen war, der ihn hinbringen sollte und ihn ihm aus der Hand gerissen. Es komme nicht in Frage, hatte er gesagt, dass sein Sohn mit einem lächerlichen Kinderspielzeug im Arm an der Schule eintreffen wird. Noah hatte versucht, den weichen, braunen Bären festzuhalten, der für ihn Liebe und Sicherheit bedeutete, den einzigen Trost, der ihm geblieben war. Aber als kleiner Junge hatte er keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Robert St. Joan hatte den Teddy in die Einfahrt geworfen und dem Chauffeur befohlen, loszufahren. Der Bär war unter den Reifen des glänzenden, schwarzen Rolls-Royce zermalmt worden. Noah fragte sich, was Josefina heute wohl über ihn denken würde. Dann schüttelte er die Erinnerung ab und konzentrierte sich wieder auf Kit. Ich dachte, der Erziehungsstil deiner Eltern hätte beinhaltet, dich mit Geld und Geschenken zu überhäufen. Kit zog ihre weiche Unterlippe zwischen die Zähne. Ich meinte damit nicht, dass ich keine Kuscheltiere hatte. Die hatte ich. Aber niemand hat je speziell eins für mich ausgesucht. Meine Eltern stellten an Weihnachten oder an meinen Geburtstagen einen Scheck aus. Anschließend kamen die Mitarbeiter vom Spielzeugladen zu uns nach Hause und richteten den Gabentisch her. Mit einem schiefen Lächeln schüttelte sie den Kopf. Ich klinge wie eine verwöhnte Göre. Nein, ich verstehe dich. Das preiswerte Geschenk seines Kindermädchens hatte Noah mehr bedeutet als jedes Teure, das seine Eltern ihm gemacht hatten, nachdem alles herausgekommen war. Josefina hatte noch immer ein Herz für Noah gehabt, obwohl er nicht mehr makellos gewesen war. Und das hatte den entscheidenden Unterschied gemacht. Wollt ihr zwei nichts essen? Abe, der wieder zu ihn gestoßen war, hielt ihn seinen Teller hin, auf dem eine riesige Pizza lag. Oh, das sieht himmlisch aus. Kit nahm sich ein Stück, schaffte davon jedoch gerade mal drei Bissen in der Zeit, in der Noah ein Ganzes verdrückte. Sie setzten sich zu dritt an einen Tisch, der gerade frei wurde, und stellten die Pizza in die Mitte. Jemand vom Catering Service brachte ihnen Bier und Wasser, aber als Abe seine Flasche kommentarlos zur Seite schob und beim Wasser blieb, schlossen Kit und Noah sich ihm an. Noah wusste, dass Kit Probleme mit Abes Drogenkonsum gehabt hatte, deshalb unterstützte sie dessen Bemühen, nüchtern zu bleiben, wo sie konnte. Sie hatte mitgeholfen, ihn zu einem zweiten Entzug zu überreden, aber Abe war mental noch nicht bereit gewesen und hatte einen Rückfall erlitten. Doch dieses Mal schien er fest dazu entschlossen durchzuhalten. Mann, schmeckt das gut, seufzte Abe und nahm sich noch ein Stück. Noah nickte, während um sie herum das Zelt wiederhallte von den Stimmen der Musiker von Crews und von den hämmernden Rhythmen der nächstgelegenen Bühne, die die Erde erbeben ließen. Hey, Abe, rief Genevièves Ehemann ihm zu, woraufhin Abe aufstand, um sich zu der Bassistin und dem Künstler zu gesellen. Das nenne ich perfektes Timing. Fox stellte einen Teller mit verschiedenen Desserts auf den Tisch, dann drehte er Abes Stuhl herum, setzte sich rittlings darauf und nahm sich ein Stück Schokoladentorte. Noah entschied sich ebenfalls für Kuchen, Kit für einen Keks. Wo steckt Molly? fragte Noah seinen Bandkollegen. Fox verspürte gegenüber seiner Verlobten einen großen Beschützerinstinkt. Obwohl sie sich allmählich an das Scheinwerferlicht gewöhnte, würde sie sich vermutlich nie so wohl darin fühlen wie die Band. Bei Maxwells Kim, der Liedsänger zeigte mit dem Daumen links hinter sich. Sie unterhalten sich über eine archäologische Ausgrabungsstätte, zu der Molly für einen ihrer Auftraggeber Recherchen betreibt. Noah, der noch Hunger hatte, stand auf. Wollt ihr noch Pizza? Beide schüttelten den Kopf. Darum holte er nur für sich ein paar Stücke. Auf dem Rückweg legte ihm plötzlich eine Frau die Hand auf den Oberarm. Sie hatte lange, pink lackierte Fingernägel. Ihr Gesicht sagte ihm nichts. Aber er kannte diesen Ausdruck. Die zierliche Blondine machte ihm unmissverständliche Avancen. Lust auf ein bisschen Spaß? Nein. Er kehrte zum Tisch zurück, wobei er Kitts Blick aufhing. Es lag etwas Verkniffenes darin, was nicht zu ihr passte, ihr nicht entsprach. Dann glättete sich ihre Mine und wurde wieder zu der von Kathleen Devaney, der Top-Schauspielerin, die mit einem Rockstar zusammen war. Nicht zu der von Noas Freundin Kitt. Kitt war noch nie so froh gewesen, von einer Menschenansammlung wegzukommen. Der Stress, diese Farce aufrechtzuerhalten, hatte sich zu einem pochenden Schmerz in ihrer linken Schläfe ausgewachsen. Sie fühlte sich mitgenommen und dünnhäutig. Doch die Kehrseite der Medaille war, dass sie jetzt allein mit Noah auf sehr beengtem Raum festsaß. Ich denke, ich gehe zu Bett, sagte sie, gleich nachdem Noah die Tür geschlossen hatte. Es war ein langer Tag. Ich hole nur schnell die Luftmatratze und den Schlafsack. Um nicht zusammen mit ihm im Schlafzimmer sein zu müssen, verzog sie sich in das winzige Bad, um sich abzuschminken. Als sie herauskam, pumpte Noah gerade im Wohnbereich die Luftmatratze auf. Er stützte sich auf die Knie, dabei fielen ihm die Haare in die Stirn und das T-Shirt spannte sich über seinen Rücken. Gute Nacht, sagte sie, der Schmerz in ihrem Herzen beinahe unerträglich beim Anblick dieses Mannes, der für immer ihr hätte gehören können. Noah stimmte das natürlich nicht. Noah hatte sich ihr nie angeboten, sie nie gebeten, seine Liebste zu sein. Ich will dich nicht wegstoßen, aber da ist so viel Mist in mir, der mich manchmal einfach fertig macht. Trotzdem hatte er sich von anderen Frauen bedenkenlos anfassen lassen. Er hatte es ihnen erlaubt und würde es wieder tun, sobald diese Scharade vorüber wäre. Kit hatte sich so sehr angestrengt, um es zu verstehen und zu vergessen, wie er vor ihr zurückgezuckt war. Aber sie war auch nur ein Mensch. Ablehnung tat weh. Und mit ansehen zu müssen, wie eine andere Frau ihn so zwanglos berührte, war die pure Folter. Er sah auf und hielt ihren Blick mit seinen dunkelgrauen Augen fest. Zwischen ihnen all die Worte, die für immer ungesagt bleiben würden. »Gute Nacht, Kit. Träum was Schönes«. »Das tue ich immer«, sagte sie, aber als sie im Bett lag, warf sie sich unruhig hin und her, bevor sie in einen unruhigen Schlaf fiel. Ihre Träume waren erfüllt von Musik und einem Mann, dessen Lächeln sie nicht vergessen konnte. Um sechs wachte sie auf. Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen, dann tapste sie in den Wohnbereich, nur um festzustellen, dass die Luftmatratze zusammengefaltet in der Ecke lag. Daneben der ordentlich aufgerollte Schlafsack. Von Noah keine Spur. Im Bad wuschte sich das Gesicht mit kaltem Wasser und war schlagartig hellwach. Sie kamen gerade heraus, als die Bustür geöffnet wurde und Noah die Stufen hochsprang. Die Haare klebten ihm am Kopf, das T-Shirt und die Laufshorts am Körper. Wasserbäche liefen über sein Gesicht. Erst jetzt erkannte Kit, dass das leise Trommeln, das sie hörte, Regentropfen waren, die auf das Dach prasselten. »Du holst dir den Tod«, sagte sie und holte ein Handtuch aus dem kleinen Einbauschrank neben dem Bad. »Zieh deine Schuhe und Socken aus.« Noah gehorchte. Anschließend beugte er den Kopf und ließ sich von ihr die Haare trocken rubbeln. »Wenn der Regen nicht aufhört, war es das für das Festival.« Seine Worte klangen gedämpft unter dem Handtuch. »Was sagt der Wetterbericht?« Kit war sich sicher, dass Noah ihn gecheckt hatte. Er tat solche Dinge. »Laut Vorhersage soll es bis acht Uhr aufklaren. Drück die Daumen, dass das eintrifft.« Nachdem sie ihm die Haare frottiert hatte, befahl sie ihm, das T-Shirt auszuziehen, dann trocknete sie seinen Rücken ab. Erst als sie vor ihn trat und ihre Blicke sich trafen, begriff sie, was sie da tat. Noah war bis zur Taille nackt. Überall golden getönte Haut, Muskeln und Tattoos. Er begehrte sie nicht, aber das machte für ihren Körper keinen Unterschied. Ihre Brustwarzen wurden hart unter ihrem dünnen Top. Kit drückte ihm das Handtuch in die Hände und drehte sich weg. »Trockne dich ab, ich hol dir was zum Anziehen.« Sie konnte sich gerade noch davon abhalten, die Arme schützend um sich zu legen. Kathleen Devaney versteckte sich nicht. Klein wie der Schrank war, brauchte sie nur eine Minute, um Wechselklamotten aufzustöbern. Nachdem sie sie ihm gebracht hatte, ging sie ins Schlafzimmer zurück, um sich selbst anzuziehen. Eigentlich hatte sie ein Kleid tragen wollen, aber der Regen ließ sie zögern. Am Ende beschloss sie, das Beste zu hoffen und schlüpfte in das trägerlose, sonnengelbe Sommerkleid mit dem niedlichen blauen Muster. Sie würde es mit ihren Stiefeletten und der Lederjacke kombinieren, die sie schon auf dem Bett bereitgelegt hatte. Kit holte tief Luft, setzte die Maske wieder auf und öffnete die Schlafzimmertür. Noah stand in der Küchenecke. Er hatte seine feuchten Haare nur grob mit den Fingern durchgekämmt und sich die Sachen, die sie für ihn herausgesucht hatte, eine alte Blue Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit einem verblassten, silbernen Aufdruck am Rücken, übergestreift. Lächelnd blickte er auf. »Möchtest du Frühstücksflocken?« »Gott, dieses Lächeln!« »Gern«, sagte sie, als trotz aller guten Vorsätze die Schmetterlinge in ihrem Magen aufstoben. Noah nahm eine große Schachtel und schüttete eine Kaskade aus bunten, gezuckerten Kringeln in eine Schale. »Ist das dein Ernst?«, hithob die Brauen hoch. »Warum gibst du mir nicht einfach einen Schokoriegel und fertig?« Er zwinkerte ihr zu. »Die sind für mich.« Er stellte eine kleinere, ungeöffnete Packung auf den Tresen. »Das sind deine.« Es war ihre Lieblingssorte. Mit eiserner Entschlossenheit fing sie die Schmetterlinge wieder ein, damit sie nicht entkamen und sie die schmerzvollen Lektionen vergaß, die Noah ihr schon jetzt erteilt hatte, bevor sie die Packung aufriss und ihre Schüssel füllte. Noah goss Milch darüber, dann aßen sie schweigend und taten so, als wäre da nicht diese pulsierende Energie zwischen ihnen, dieses nicht erfüllte Versprechen, das so sehr wehtat. Sie gaben vor, normal zu sein. »Wann bist du zum Laufen aufgebrochen?« er zuckte die Achseln. »Gegen fünf etwa.« »Da muss es noch finster gewesen sein.« »Es ist die beste Zeit zum Joggen. Alles ist ruhig und die meisten Aasgeier schlafen.« Kit hatte Fox warnende Worte noch im Ohr. »Wie viel Schlaf hast du bekommen?« »Ein paar Stunden.« Es klang zu beiläufig. Sie setzte ihre Schale ab. »Jetzt lügst du mich auch noch an?« Seine Kiefermuskeln zuckten, was nie etwas Gutes verhieß. »Lass es, Kit. Du weißt, dass ich manchmal schlechte Nächte habe.« »Ich soll es lassen, Noah? Lass es!« Noah hatte sie noch nie angebrüllt. Das hatte er auch jetzt nicht getan, doch seine Stimme war so schneidend und kalt gewesen, dass sie zusammenzuckte. Sie kannte diesen Ton. Noah schlug ihn Personen gegenüber an, die er nicht mochte oder die ihn belästigten. Aber ihr gegenüber war er noch nie so aufgetreten. Zuerst war sie verletzt. Dann wurde sie wütend. Sie ging um den Tresen herum und baute sich mit verschränkten Armen vor ihm auf. »Du glaubst, du kannst auf diese Weise mit mir umspringen?« fragte sie, ihr Zorn so heiß, wie seiner kalt war. »Indem du versuchst, mich mit dem aufbrausenden Temperament einzuschüchtern, für das Noah St. Joan berüchtigt ist?« Sogar ihre Haut schien vor Zorn zu glühen, als sie den Kopf schüttelte. »So funktioniert das nicht. Freunde kümmern sich umeinander. Ich kümmere mich.« Er wusste das, wozu es also leugnen. »Du bewegst dich auf einem sehr schmalen Grad.« Seine Augen hatten einen harten, eisigen Glanz. »Was willst du tun? Mich umarmen, damit es mir besser geht? Ein Zauberstab schwenken, um meine Schlaflosigkeit verschwinden zu lassen?« Kit biss die Zähne aufeinander. Aber sie konnte den Wutschrei, der heraus wollte, nicht ganz zurückhalten. »Ganz sicher werde ich nicht billigend in Kauf nehmen, dass du durch Schlafmangel oder deine Marathons einen Herzinfarkt erleidest, nur damit ich eine Rolle ergattere.« Sie stieß die Hand nach vorn. »Das mit uns ist vorbei. Wir werden eine dramatische Trennung inszenieren. Anschließend kannst du eine dieser Frauen aufreißen, die du als Schlafmittel benutzt.« »Ja, es tat weh. Es tat unendlich weh. Aber hier ging es um Noas Leben.« »Nein.« Er packte sie an den Oberarmen und zog sie an sich. »Ich habe dir versprochen, dass ich durchhalten werde.« Kit legte die Hände auf seine Brust, um ihn wegzuschieben, doch das Einzige, was sie damit erreichte, war, dass die muskulöse Hitze unter ihren Handflächen sie zu verhöhnen schien. »Ich entbinde dich von dem Versprechen.« Noah wollte sie schütteln, aber er hätte niemals riskiert, Kit wehzutun. »Ich selbst werde mich nicht davon entbinden. Ich muss das durchziehen.« »Du musst keine Wiedergutmachung leisten, Noah«, antwortete sie, in ihren Augen solch leidenschaftliche Emotionen, dass sie zu glühen schien. »Du musst das nicht tun, um unsere Freundschaft zu retten. Ich bin wieder deine Freundin.« »Wenn du meine Freundin bist, dann lass es mich tun. Wenn ich dir auch sonst nichts geben kann, dann doch zumindest das.« »Du wirst mich das verdammt nochmal tun lassen, Kit.« »Ich werde nicht zusehen, wie du dich selbst in den Abgrund treibst.« »Das werde ich nicht. Heute Nacht nehme ich eine Tablette, dann werde ich schlafen.« Die Albträume würden sein betäubtes Gehirn verwüsten, aber das war es wert. »Ich werde schlafen. Versprochen.« Ihr Ausdruck veränderte sich. Plötzlich mischten sich so viele andere Gefühle in ihren Zorn, dass er sie nicht unterscheiden konnte. »Warum willst du nicht mit mir darüber sprechen, Noah?«, wisperte sie und legte eine Hand an seine Wange. Die Berührung war zögerlich, und er hasste den Gedanken, dass sie wegen seines Verhaltens davor zurückscheute, ihn in freundschaftlicher Zuneigung anzufassen. Er drückte ihre Hand an seine unrasierte Wange. »Du kennst mich besser als jeder andere Mensch auf dieser Welt.« Zwar wusste Fox über eine Sache Bescheid, von der Kit nichts ahnte, aber er hatte nicht den Einblick in sein Herz wie Kit. »Ich weiß nicht, warum du leidest. Warum du so sehr leidest, dass du Dinge tust, die dich tief unglücklich machen.« Noah vergrub die Hände in ihrem Haar und drückte ihren steifen, bebenden Körper an sich. Er wollte sie nicht mehr loslassen. Nicht heute, nicht morgen, niemals wieder. Bleib bei mir, flüsterte er in dem Wissen, dass es das selbstsüchtigste war, worum er in seinem ganzen Leben je gebeten hatte. Bleib bei mir. Kit erstarrte nun vollends, wurde zu einer Statue aus Fleisch und Blut. »Ich kann dir nicht geben, was du brauchst,« fuhr er leisefort. »Bleib trotzdem bei mir.« Kit rührte sich noch immer nicht, ihre Atmung so still, dass er nicht sicher war, ob sie überhaupt atmete. Noah wusste, dass er sie loslassen und seine Worte zurücknehmen sollte, doch er schwieg und hielt sie weiter an sich gedrückt, direkt an sein verdrehtes, vernarbtes, selbstsüchtiges Herz, das nur für sie schlug. Eine Viertelstunde später wusste Kit noch immer nicht, was sie tun sollte. Mit Noah zusammen zu sein, ihn ganz für sich allein zu haben, war das Einzige, was sie sich je gewünscht hatte. Aber nicht auf diese Weise. Nicht, wenn ihn die Enthaltsamkeit so sehr stresste, dass er nicht schlafen konnte. Es klang so dumm, wenn sie es auf diese Weise formulierte, aber wie sollte sie es anders ausdrücken. Seine sexuellen Abenteuer schien Noah eine Art Frieden, so flüchtig er auch sein mochte, zu schenken, den sie ihm nicht geben konnte. Kit? Sie saß auf der Bettkante, da sie gerade ihre Stiefel angezogen hatte, und als sie aufblickte, sah sie ihn in der Eingangstür stehen. Er hatte seine Lederjacke über sein schwarzes T-Shirt geworfen, wodurch das Gefühl, einen Rockstar vor sich zu haben, noch verstärkt wurde. Nur seine Augen, sie wirkten verletzlich. Der Regen hat aufgehört. Unfähig, in diese Augen zu schauen, die sie um Dinge baten, die sie zerbrechen könnten, stand sie auf und schnappte sich ihre eigene Lederjacke. Wir werden aussehen wie diese Paare, die sich wie Zwillinge kleiden. Deine ist braun und figurbetont, meine schwarz mit jeder Menge Schnallen und Reißverschlüsse. Sie sehen vollkommen unterschiedlich aus. Noah trat aus der Tür, dann wies er stumm mit dem Kopf zum vorderen Teil des Busses. Was haben wir vor? fragte Kit, nachdem sie im Freien waren und er ihr den Arm um die Schultern gelegt hatte. Das Festivalgelände war feucht und noch im Tiefschlaf. Das erste Konzert war für vier Uhr nachmittags auftreten. Noah einen kleinen Spaziergang. Er war schon laufen gewesen und jetzt wollte er spazieren gehen. Solange sie mit ihm zusammen war, würde sie Macho Steve, den bösen Personal Trainer, wohl nicht brauchen. Aber es machte Spaß, mit Noah im frühen Morgenlicht umherzuschlendern. Ihr Weg führte sie an den Bussen und anderen Fahrzeugen vorbei, hinter denen sich endlose Felder zu erstrecken schienen. Doch nach etwa zehn Minuten stießen sie auf eine kleine Anhöhe, die sie hinaufstiegen und dann auf Wald. Sie gingen hinein, nur sie beide und die Bodyguards, die weit genug zurückblieben, damit Noah und Kit Privatsphäre hatten. Wieso folgen Butch und Casey uns? Noah war definitiv stark genug, um es mit dem Feigling, dem es Befriedigung verschaffte, sie zu schikanieren, aufzunehmen. Was deine Sicherheit betrifft, gehe ich kein Risiko ein. Jeder Muskel in Noas Körper spannte sich plötzlich an. Ich will nicht, dass du je in eine Situation gerätst, in der du dich hilflos und allein fühlst. Seine Worte, seine Sorge um sie versetzten ihrer schon jetzt fragilen Abwehr den nächsten heftigen Schlag. Nein, sagte sie sich im Stillen, er ist nicht gut für dich. Doch, widersprach ihr Herz, doch, das ist er. Meine inneren Alarmglocken haben in letzter Zeit nicht geschrillt, bemerkte sie. Ich glaube nicht, dass er auf dem Festival ist. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Er schaute sich nach hinten um und gab zur Bestätigung ein Handzeichen. Butch und Casey sind erfahrene Männer, sie wissen, wie man Abstand hält. Kit wollte gerade einen Witz darüber machen, von ihnen in Flagranti erwischt zu werden, als ihr die Situation zwischen Noah und ihr wieder schmerzlich bewusst wurde. Bleib bei mir. Es war unverkennbar, wie er das gemeint hatte. Er wollte, dass sie den Schein wahrmachten, sie ein Paar wurden. Ich ficke jede Frau, die meinen Weg kreuzt, aber mit dir will ich das nicht. Auch das hatte er so gemeint. Er wollte nicht mit ihr schlafen. Diese Tatsache schmerzte sie noch immer. Gleichzeitig wusste sie, dass es nicht an mangelnder sexueller Anziehung lag. Diese war ebenso real wie der grausame Schmerz, den er ihr zugefügt hatte. Dahinter steckte etwas anderes. Dasselbe etwas, das sie nachts wachhielt und zu selbstzerstörerischen Handlungen trieb, wie das Aufgabeln von Frauen, denen er genauso wenig bedeutete wie sie ihm. Bleib bei mir. Bei der Erinnerung an seine rauen Worte stockte ihr der Atem. Ihr Herz geriet aus dem Takt. Freust du dich schon auf den Auftritt heute? fragte sie, weil sie noch Zeit brauchte, um ihn zu verstehen, sich selbst zu verstehen. Diese ganze Sache. Eigentlich gab es nur eine Antwort. Aber sie könnte sie beide zerstören. Und wie? Noah grinste. Ich stehe gern auf der Bühne. Im Herzen bin ich ein echter Poser. Kit zog die Brauen zusammen. Also darum hast du einmal eine ganze Woche mit mir in meinem Garten verbracht, ohne das geringste Bedürfnis, eine Schau abzuziehen. Es war die beste Woche ihres Lebens gewesen. Auch wenn Noah nicht bei ihr übernachtet hatte. Er war nach Hause gefahren, hatte auf dem Heimweg vermutlich Groupie um Groupie abgeschleppt, während sie Luftschlösser aus Zuckerwatte gebaut hatte. Wieder durchzuckte sie ein Schmerz. Wieder rief sie sich ins Gedächtnis, dass sie in ständiger Furcht davor leben würde, dass er zusammenbrechen und seinen promiskuitiven Lebenswandel wieder aufnehmen könnte, wenn sie einwilligte, mit ihm zusammen zu sein. Doch dann rieb er lächelnd mit der Nase über ihr Haar und ihr dummes, unvernünftiges Herz schmolz abermals dahin. Naja, sogar ein Poser braucht gelegentlich eine Pause. Er machte sie auf einen Adler mit majestätischen Schwingen aufmerksam, der über ihnen kreiste. Aber mal ganz im Ernst, ich liebe den Adrenalinkick, den unsere Konzerte mir verschaffen. Trotzdem ist es gut, sich zwischendurch Auszeiten zu gönnen. Das sind die Momente, die mich zu neuen Songs inspirieren. Kit nickte. So geht es mir mit der Schauspielerei. Sie liebte es, vor der Kamera zu stehen und in eine andere Figur hineinzuschlüpfen. Aber anschließend musste sie wieder sie selbst sein, still sein können, um ihre Akkus aufzuladen und ihre innere Mitte zu finden. An diesem Morgen sprachen sie über Musik, über Filme, über unzählige Dinge, nur nicht über die drei Worte, die Noah gesagt hatte und die alles änderten. Bleib bei mir. Als Kit und Noah in den Backstage-Bereich zurückkamen, herrschte dort großer Trubel. Sie besorgten Kaffee an dem Cateringwagen vor dem Zelt, in dem die Organisatoren des Festivals ein Frühstücksbuffet aufgebaut hatten. Dann gingen sie zu Mollys und Fox' Bus, in der Annahme, dass das Paar inzwischen auf war. Kathleen! Kit erstarrte, als sie die rauchige Frauenstimme hörte, deren leicht venezolanischer Akzent ihr mehr als vertraut war. Mom? Sie drehte sich zu der langbeinigen Frau mit der schwarzen, gekonzerzausten Mähne um, die ihr entgegeneilte. Adriana Ordaz-Castille trug eine schwarze Lederhose, die wie aufgemalt wirkte, eine eng anliegende schwarze Designerbluse, die weit genug aufgeknöpft war, um einen Blick auf ihr Dekolleté zu gewähren. Stilettos, deren Absätze kleine Löcher in den regennassen Untergrund stanzten und klobige, mit türkisen besetzten Silberschmuck. Sie wirkte auf eine edle Art sexy. Den Männern blieb reihenweise der Mund offen stehen, während sie ihr mit sehnsüchtigem verlangenen Blick hinterherstarrten. Kit konnte sich nicht beherrschen, zu Noah zu linsen, um festzustellen, welche Reaktion es bei ihm auslöste, ihre Mutter in Natura zu sehen. Männer neigten dazu, die Selbstbeherrschung zu verlieren, wenn sie in das Kraftfeld von Adrianas sinnlicher Anziehung gerieten. Noas Augen waren geweitet, seine Muskeln angespannt, aber nicht aus Verehrung. Kit blinzelte. Was ist los mit dir? Es ist deine Mutter, raunte er. Ich bin sicher, sie wird mich erschießen. Ihr Herz machte einen törichten Luftsprung, als sie begriff, dass er in Adriana wirklich nichts weiter als ihre Mutter sah. Keine Sorge, sie liebt Rockstars. Tatsächlich hatte sie mit mehr als einem ein Techtel Mächtel gehabt, bevor sie und Parker ein Paar geworden waren. Mom, was machst du denn hier? fragte sie, als Adriana sie erreichte. Ihre Mutter küßte sie auf beide Wangen und hüllte sie mit ihrem vertrauten Duft ein. Dein Vater und ich sind wegen des Festivals gekommen. Ach so. Kit wusste selbst nicht, warum sie das überraschte. Ihre Eltern waren Promis, die aktiv das Rampenlicht suchten und dieses trendige Festival wurde von den Medien immer stärker beachtet. Außerdem hatte Adriana noch immer ein Fable für Rockstars, wenn auch nur auf der Bühne. Wo ist Dad? Eine Sekunde später tauchte ein wohlbekanntes silbernes Haupt auf. Parker Orders Castille hatte bei einem der Imbisswagen zwei Becher Kaffee geholt, von denen er einen seiner Frau reichte. Hallo, Schätzchen, begrüßte er Kit und zog sie in seine Arme. Noah, schön, Sie wiederzusehen. Die beiden Männer schüttelten sich die Hände. Anschließend legte Adriana die Hand auf Noas Schulter und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Sie war unbefangen im Umgang mit Berührungen. Die Jungs, mit denen Kit während der Highschool und am College gegangen war, hatten das oft missverstanden und für eine Anmache gehalten, aber das war es nicht. Doch Noas Miene blieb skeptisch. Er schien noch immer auf die Missbilligung ihrer Eltern zu warten. Wie seid ihr in den Backstage-Bereich gelangt? fragte Kit, deren Herz noch immer diese seltsamen kleinen Luftsprünge vollführte. Wir kennen die richtigen Leute, Parker zwinkerte ihr zu. Oh, sieh mal, Adriana winkte jemandem zu. Da ist Naomi. Wir sehen uns später, Liebes. Sicher, Mom. Erleichtert, dass der Spuk vorbei war, wandte Kit sich Noah zu. War doch gar nicht so schlimm, oder? Er hatte die Stirn in Falten gelegt. Was zum Kuckuck war das denn? Hätte ich eine Tochter und sie wäre mit einem Typen wie mir liiert, würde ich ihn mir vorknöpfen und ihm mit einer Schrotflinte drohen, um sicherzustellen, dass er sie gut behandelt. Kit sah ihn sprachlos an. Du? Jawohl. Noah verschränkte die Arme und schaute noch düsterer drein. Herrgott, Kit, er hat mich noch nicht einmal aufgefordert, nett zu dir zu sein. Das ist doch scheiße. Sie realisierte, dass es ihm vollkommen ernst damit war und musste sich auf die Innenseite ihrer Wange beißen, um nicht zu lächeln. Wo hast du diese ritterliche Einstellung denn her? Von meinem Vater, sagte er, ganz ohne die Verachtung, die sonst bei der geringsten Erwähnung von Robert St. Joan seine Stimme färbte. Er ist ein Mistkerl, aber er hat mich dazu erzogen, auf jede Frau aufzupassen, für die ich die Verantwortung trage. Für die du die Verantwortung trägst? Kit zog die Brauen hoch. Das klingt ganz schön chauvinistisch. Noah zuckte mit den Schultern. Mag sein, aber ich werde meine Einstellung nicht ändern. Meine imaginären Töchter werden niemals etwas mit einem Musiker anfangen. Ihr Magen schlug Saltos bei den Gedanken an kleine Mädchen mit Noas Gesichtszügen und Talent. Dann meinte sie kopfschüttelnd, Noah St. Joan, Bad Boy unter den Rockmusikern und Vater imaginärer Töchter. Die Hölle ist zugefroren und hat sich in einen Eislaufplatz verwandelt. Komm jetzt, Klugscheißerin. Er legte ihr wieder den Arm um die Schultern. Lass uns einen Sitzplatz vor der Bühne finden, damit wir uns Esteban ansehen können. Das Gras wird noch nicht wieder trocken sein, aber wir können eine von Maxwells Sitzmatten benutzen. Kit gefiel der Plan. Sie liebte Estebans Musik. Außerdem wusste sie, dass er ein guter Freund von Noah war. Sie vermutete, dass Schoolboy Choir und Pia sich für ihn ins Zeug gelegt hatten, damit er hier auftreten konnte. Sein Konzert fand zwar am Morgen statt, während viele Zuschauer sich noch von der langen Nacht erholten, aber er hatte seinen Auftritt. Die anwesenden Blogger und anderen Medienvertreter würden darüber berichten, Ausschnitte in den sozialen Medien posten etc. Noah sicherte ihnen einen Platz neben einem wild verstrumpelten Burschen, der auf seinem Schlafsack hockte und zog Kit zwischen seine Beine. Sie lehnte sich mit dem Rücken an seine Brust und versuchte, sich nicht in seiner Wärme, seinem Duft, in ihm zu verlieren. Um sie herum hörte man Geflüster und das Klicken von Kameras, aber niemand belästigte sie. Teil der Anziehungskraft, die vom Zenitfestival ausging, war, dass die Musiker sich unters Volk mischen, abhängen und tanzen konnten, so wie alle anderen. Es galt die unausgesprochene Regel, dass sie nicht behelligt wurden. Kit wusste nicht, wie lang das so bleiben würde, nachdem das Festival immer größer wurde, aber noch hielt sich jeder daran. Dann kam Esteban auf die Bühne. Nur ein dunkeläugiger Sänger mit seiner Gitarre und seiner Stimme. Wohlig an Noah gekuschelt, lauschte sie den weichen, herzergreifenden Klängen. Er ist ein echter Musiker. Genau wie ihr seid. Er braucht keine Tricks. Das stimmt. Noahs Lippen strichen beim Sprechen über ihr Ohr. Ich habe mir überlegt, diese Ballade, die ich geschrieben habe. Esteban würde ihr gerecht werden. Kit wusste, dass er von Berling sprach. Nein. Erschüttert darüber, dass er sie jemand anderem überlassen wollte, wandte sie ihm das Gesicht zu. Sie ist für dich bestimmt. Es ist kein Song, der sich für Schoolboy Choir eignet, erinnerte er sie. Hast du überhaupt schon mal mit den anderen darüber gesprochen? Noah drückte sie wieder an seine Brust und schlang die Arme um sie. Hör auf, mit mir zu diskutieren und hör dir die Musik an. Das tat sie, aber für sie war das Thema noch nicht beendet. Sie konnte sich nicht erklären, warum Noah in Bezug auf Sperling so dickköpfig war, obwohl er und seine Kollegen alles Mögliche ausprobierten, wenn sie ein neues Album zusammenstellten. Vielleicht wisperte eine innere Stimme, weil ihm der Song so viel bedeutet. Er wäre am Boden zerstört, wenn er es nicht auf das nächste Album schaffte oder er den anderen einfach nicht gefiel. Aber Kit wusste, dass Abe, Fox und David ihn mögen würden. Sie musste Noah nur davon überzeugen, ihn eine Kostprobe zu geben. Den hier mag ich besonders. Noas Atem strich warm über ihre Haut, als seine Lippen wieder ihr Ohr berührten, während er sie in seinen starken Armen geborgen hielt. Ihre Brüste drängten gegen ihren BH und Kit musste einen wohligen Schauer unterdrücken, während ihr verwundetes Herz sie mit einem Schlag anflehte, standhaft zu bleiben und mit dem nächsten Noas bitte nachzugeben. »Bleib bei mir«, »Schoolboy Choirs Auftritt am Nachmittag schlug ein wie eine Granate. Kit, bekleidet mit hohen Stiefeln und einem trägerlosen goldenen Paillettenkleid, das kaum ihren Po bedeckte und bei dessen Anblick Noah hörbar nach Luft geschnappt hatte, als sie aus dem Schlafzimmer gekommen war, amüsierte sich genauso gut wie am Abend zuvor. Molly, die neben ihr stand, weinte, als Fox den Song zum Besten gab, den er für sie geschrieben und mit dem er ihr während der Tournee einen Heiratsantrag gemacht hatte. Kit konnte nicht verhindern, dass sie einen Anflug von Neid verspürte. Molly und Thea hatten so viel Glück. Ihre Kerle gehörten ihnen, ohne Frage. Fox hatte nur Augen für Molly und Davids Gesicht begann jedes Mal zu leuchten, wenn er Thea in der Menge entdeckte. Kit wünschte sich das auch. Und zwar mit dem hinreißenden Mann dort auf der Bühne, der mit ihr zusammen sein wollte, ohne mit ihr zusammen zu sein. Hey! Molly, deren kurviger Körper in einem sexy Neckholderkleid steckte, legte den Arm um Kits Rücken, als die Band ihren nächsten Song anstimmte. Was ist los? fragte sie in sanftem, fürsorglichen Ton. Ist es wegen der Noah-Situation? Kit nickte und ließ es dabei bewenden. Der Rest war zu schmerzvoll, zu privat, um darüber zu sprechen. Noah hat gesagt, dass heute Abend eine Party stattfinden soll. Ja, das stimmt. Molly beugte sich nah an ihr Ohr, um den hämmernden Rhythmus der Musik zu übertönen. Der Plan sieht vor, erst ein bisschen mit den Fans zu feiern und die Party anschließend nach hinten ins Zelt zu verlegen. Und genau das taten sie bei Einbruch der Nacht. Kit lachte und tanzte mit den Festivalbesuchern und mit ihren Freunden. Und mit Noah, dessen Hände besitzergreifend auf ihren Hüften lagen, während er hinter ihr tanzte. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und wenn Noas Arm ihren auch nur sacht berührte, reagierte ihre Haut derart empfindsam, dass sich ihre inneren Muskeln anspannten. Darum war sie sich der Gegenwart ihrer beiden wachsamen Bodyguards auch nur am Rande bewusst. Die Party ging weiter, nachdem ihre Gruppe sich schließlich in den Bereich hinter der Bühne zurückgezogen hatte. Oh, verdammt! Noas leise, aber vehemente Verwünschung ließ sie aufblicken. Sie standen an einer der Zeltwände, Kit mit dem Rücken an Noah gelehnt, dessen Arm ihre Taille umfasste, während sie ihre heißen, salzigen Pommes mümmelte, den sie nicht hatte widerstehen können. Immerhin war Tanzen Ausdauersport. Und er sein Bier trank. Was ist? Er wies mit dem Kinn nach vorn. Sarah. Kit machte große Augen. Die einzige Sarah, von der sie sich vorstellen konnte, dass sie diese Reaktion bei Noah hervorrufen würde, war Apes Ex-Frau, von der Abe nach einem schlimmen Rosenkrieg geschieden worden war. Sie hatte ihn mit einem Zorn die Anwälte auf den Hals gehetzt, den eine Frau nur dann zeigte, wenn sie entweder ein geldgeiles Luder oder furchtbar verletzt worden war. Kit tippte auf Letzteres. Denn obwohl die Frau immer ein wenig reserviert gewesen war, hatte Kit miterlebt, wie sie Abe mit hoffnungsloser, quälender Sehnsucht in den Augen angesehen hatte. Allerdings erklärte das nicht, warum sie sich schon wenige Monate nach der Trennung mit einem anderen eingelassen hatte. Um Abe eins auszuwischen? Oder um über ihnen wegzukommen, weil sie sich gar nicht von ihm hatte scheiden lassen wollen? Andererseits konnte man nie wissen, was sich in der Beziehung eines anderen Paares wirklich abspielte. Sie folgte Noas Blick und entdeckte die hochgewachsene Frau, die sich gerade mit Esteban unterhielt. Sie war puatorikanischer sowie afroamerikanischer Abstammung, in die sich noch ein japanischer Vorfahr mischte. Ein Mix, dem sie ihre samtbraune Haut und ihre faszinierenden Gesichtszüge verdankte. Kit hatte schon immer gefunden, dass sie eine der schönsten Frauen war, die sie je gesehen hatte. Keine 0815-Schönheit, sondern auffallend. An Sarah erinnerte man sich. Kit liebte ihre wilden Locken. Allerdings trug Sarah sie oft geglättet, so auch an diesem Abend. Sie hatte einen umwerfenden Körper, kurvig und zugleich perfekt modelliert. In der Branche hätte sie als Übergrößenmodell arbeiten können, in früheren Zeiten als Pin-up-Girl. Auf dem letzten Foto, das Kit von Sarah gesehen hatte, war diese schwanger gewesen. Doch bedauernswerterweise war das Kind tot zur Welt gekommen. Kit hatte mit ihr gefühlt und ihr Blumen und eine Beileidskarte geschickt. Sie war sich nicht sicher gewesen, ob Sarah ihr Besuch willkommen gewesen wäre, da sie beide sich nie so nahe gestanden hatten, wie das bei Kit und Molly bereits jetzt der Fall war. Auch wenn sie Molly kürzer kannte. Bei Sarah hatte sie immer das Gefühl gehabt, als hätte diese eine Mauer um sich errichtet. Eine kühle Distanz geschaffen, die es schwer machte, an sie heranzukommen. Wo ist Abe? fragte sie und stellte den Rest ihrer Pommes auf den Tisch neben ihr. Noah ließ den Blick durch das Zelt schweifen. Dort hinten. Er sah sie an. Kit nickte. Stell du sicher, dass er dort bleibt, während ich mit Sarah rede. Sie wäre ohnehin zu ihr gegangen, um sie zu begrüßen. Jetzt hatte sie einen doppelten Grund. Niemand wollte, dass Abe und Sarah sich über den Weg liefen. Ihre letzte Begegnung hatte vor dem Scheidungsrichter stattgefunden und soweit Kit wusste, war die Atmosphäre explosiv und arktisch zugleich gewesen. Noah leerte sein Bier. Falls du die anderen siehst, warne sie. Das werde ich. Bevor sie ging, strich sie kurz über seine Finger. Sie bahnte sich ihren Weg zu Sarah, deren prachtvolle Kurven von einem zauberhaften roten Kleid umhüllt wurden. Dann lächelte sie Esteban an, der sie als erster bemerkte. Dein Auftritt war grandios, sagte sie zu dem gut aussehenden Mann mit dem dunklen Tarn. Danke vielmals. Sein Blick glitt von ihr zu Sarah und wieder zurück. Kennt ihr beide euch? Natürlich, Kit streckte ihr beide Hände entgegen. Schön, dich zu sehen, Sarah. In diesem Moment wurde Esteban von Thea weggezogen, die beide Frauen anlächelte, bevor sie den Musiker zu einer Gruppe von Leuten führte, die Kit als Schwergewichte der Musikindustrie identifizierte. Sarah ergriff Kits Hände. Ich wollte dich schon die ganze Zeit anrufen, sagte sie mit ihrer schönen Altstimme. Danke für die Blumen und die Karte. Das hat mir viel bedeutet. Es tat mir so leid, als ich das von dem Baby hörte. Kit gab dem Instinkt nach und schloss sie in die Arme. Sarah versteifte sich nur für den Bruchteil einer Sekunde, bevor sie die Geste erwiderte. Entschuldige, flüsterte sie mit kummervollen, feuchten Augen, als sie sich voneinander lösten. Ich bin noch immer nicht darüber hinweg. Kit nahm wieder ihre Hand und drückte sie wortlos. David, Noah und Fox haben mir auch Blumen geschickt, fuhr Sarah leise fort, dann schüttelte sie den Kopf. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die vier stehen sich so nah. Ich weiß, dass sie mich seit der Scheidung und all dem für ein Biest halten. Trotzdem haben sie … Sie kannten dich eine lange Zeit. Sarah und Abe waren bis zu ihrer Trennung und der darauf folgenden Scheidung zwei Jahre verheiratet gewesen. Ein schwaches Lächeln. Ich glaube nicht, dass wir einander wirklich kannten. Es war meine Schuld, aber das alles spielt jetzt keine Rolle mehr. Bitte richte ihnen meinen Dank aus, wenn du sie siehst und … Abe auch. Sarah, die Kitts überraschte Miene richtig deutete, fügte hinzu … Nein, darauf war ich selbst auch nicht gefasst. Ich werde es ihnen sagen, versprach Kit, als sie merkte, dass Sarah das Thema damit auf sich beruhen lassen wollte. Hör zu, ich muss dich das fragen. Was machst du hier? Schoolboy Choir war der Headliner dieses Festivals, dieser Fakt konnte ihr nicht entgangen sein. Sarah rieb sich ihre nackten Unterarme. Mein Verlobter Jeremy Vance ist der Produzent von Star Crazy. Die Band war nicht so bekannt wie Schoolboy Choir, fing aber gerade an, sich einen Namen zu machen. Ich verstehe. Es überraschte Kit nicht, dass Sarah wieder bei jemandem aus der Branche gelandet war. Nach der langen Zeit mit Abe hatte sie bestimmt einen eigenen Freundeskreis. Tja, ich schätze, du und Abe könnt euch nicht ewig aus dem Weg gehen. Sarahs Lächeln war angespannt. Sie senkte den Kopf und die Stimme, als sie sagte … Ich habe von Abes Überdosis während der Tournee gehört. Schmale Linien umrahmten ihre Mundwinkel. Ihre Schultermuskeln waren verkrampft. Nimmt er wieder Drogen? Kit schüttelte den Kopf. Diese Überdosis war in Wirklichkeit eine schlimme Alkoholvergiftung gewesen, aber sie wusste nicht, ob sie Sarah das sagen durfte, nachdem die Band es in den Medien nicht richtig gestellt hatte. Abes Drogenprobleme waren altbekannt. Niemand schenkte ihnen noch große Beachtung. Nein, er ist clean. Du weißt, was ich von Drogen halte. Ich würde dir das nicht sagen, wenn es nicht wahr wäre. Sarahs Miene entspannte sich sichtlich. Da bin ich froh. Ich … Sie verstummte für einen kurzen Moment. Ich habe so lange versucht, für ihn da zu sein, Kit. Ich weiß. Kit berührte sacht Sarahs Unterarm. Niemand denkt, dass du ihn im Stich gelassen hast. Sarah war mit Abe durch die Hölle gegangen, hatte ihm durch einen Entzug nach dem anderen geholfen. Kit wusste nicht, was letztendlich dazu geführt hatte, dass Sarah aufgegeben hatte, aber es musste etwas Schlimmes vorgefallen sein, um den Willen einer solch starken Frau zu brechen. Sarah atmete tief durch, dann sagte sie, du warst großartig in Last Flight. Ich habe im Internet gelesen, dass du vielleicht einen weiteren Film mit demselben Team drehst. Kit nickte. Dann unterhielten sie sich eine Weile übers Filmgeschäft. Sarah hatte nur am Rande damit zu tun, weil Jeremy sich daran versuchte, Teenie-Filme zu produzieren, wenn er gerade keine Bands begleitete. Aber sie interessierte sich brennend für sämtliche Aspekte des Gewerbes. Kit glaubte schon, das Desaster sei abgewendet, als sie spürte, wie es in ihrem Nacken zu kribbeln begann. Sie drehte sich um und sah Abe mit Noah im Schlepptor auf sie zukommen. Noah schaute sie warnend an und schüttelte den Kopf. Allem Anschein nach war Abe geradezu versessen, darauf Sarah wiederzusehen. Du bist auch hier, sagte Abe zu Sarah. Neben dem hühnenhaften Keyboarder wirkten die meisten Frauen absurd zerbrechlich. Nicht so Sarah. Sie sah sexy aus und so, als könnte sie es mit ihm aufnehmen. Doch jetzt war ihr Rücken stocksteif und in ihrem Ausdruck lag etwas Verletzbares, das Kit nie zuvor bei ihr gesehen hatte. Unsicher, was sie tun sollten, gingen sie und Noah ein wenig auf Abstand. Sollen wir sie allein lassen? flüsterte sie. Mit grimmigem Blick beugte Noah sich zu ihrem Ohr. Ich habe ihren Verlobten in der Menge entdeckt und muss sicherstellen, dass Abe nicht auf ihn losgeht. Er ist über Sarah hinweg? Weshalb sollte er auf Jeremy Vance losgehen? Wie kommst du darauf, dass er über Sarah hinweg ist? Na, zum Beispiel wegen der hässlichen Scheidung und der zahllosen Groupies? Die Dinge sind nicht immer so einfach. Seine dunkelgrauen Augen versenkten sich in ihre. In diesem Moment stürmte Abe an ihr vorbei. Geh ihm nach, befahl sie. Vergewissere dich, dass er okay ist. Abe mochte derzeit clean sein, aber wenn ihn etwas in einen Rückfall treiben konnte, dann diese Situation. Während Noah ihm folgte, trat Kit wieder zu Sarah. Alles in Ordnung? fragte sie, als sie deren angespannten Gesichtsausdruck bemerkte. Ein zittriges Nicken. Ich muss an die frische Luft. Ich begleite dich. Aber noch bevor Kit Sarah zu einem anderen Ausgang führen konnte als dem, den Abe benutzt hatte, tauchte Jeremy vor ihn auf. Mit seiner Adlernase, dem schwarzen, von silbernen Strähnen durchwobenen Haar und der makellosen Bräune, machte er einen distinguierten Eindruck. Liebling, sagte er zu Sarah, ich habe dich gesucht. Da ist jemand, den ich dir vorstellen möchte. Seine faszinierenden blauen Augen nahmen Kit ins Visier und seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Kathleen Devaney. Ich glaube, wir sind uns nie persönlich begegnet. Freut mich. Sie plauderten kurz, dann musste Kit hilflos mit ansehen, wie Jeremy Sarah wegführte. Die Frau machte gute Miene zum bösen Spiel, aber was immer Abe zu ihr gesagt hatte, es hatte sie tief und hart getroffen. Noah hatte recht, ihre Ehe mochte auf dem Papier vorbei sein, aber in ihren Herzen war sie das nicht, auch wenn sie vorgaben, ein neues Leben begonnen zu haben. Voll Mitgefühl mit beiden schaute sie sich um, bis sie ein Paar entdeckte, das sie kannte und sich dazu stellte. Als Noah zurückkam, zog er sie zu einem langsamen Tanz auf die improvisierte Tanzfläche. Abe ist fix und fertig, murmelte er, während er sie in seinen Armen hielt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, darum habe ich David geholt. Er schafft es immer, Abe zu beschwichtigen. Das konnte Kit sich gut vorstellen. David war so gefestigt. Wo sind sie gerade? David geht mit ihm spazieren. Er schlang die Arme noch fester um sie, während sein muskulöser Körper sich verführerisch an ihrem rieb. Wir werden ihn die nächsten zwei Stunden von Jeremy Vance festhalten, dann ist es überstanden, ganz ohne Drama. Warum gerade zwei Stunden? Sarah hat Abe erzählt, dass sie und Jeremy dann mit einem Privathubschrauber abfliegen. Noah streichelte ihren Rücken und presste die Wange an ihre Schläfe. Wollen wir weiter tanzen, Kit? Die Zärtlichkeit, mit der er sie in den Armen hielt, brachte sie wieder vollends durcheinander. Ja, sagte sie, und ergab sich der Magie dieses Augenblicks. Und mit jedem Schlag wisperte ihr Herz, bleib bei mir. Eine Stunde nach dem besten Tanz seines Lebens saß Noah auf der Couch und sah sich die Wiederholung eines Football-Spiels an, während er sich seelisch darauf vorbereitete, eine Schlaftablette zu nehmen. Als es einen dumpfen Schlag an der Außenwand des Busses tat. Ich sehe nach, was los ist. Kit, die einen knöchellangen Kimono-Morgenmantel über ihr kurzes Nachthemd gezogen hatte, kam aus der Küchenecke, wo sie sich ein Glas Wasser geholt hatte. Sie war so verdammt schön. Damit hatte er grundsätzlich kein Problem. Er hätte sie vögeln und weiterziehen können. Aber Kit hatte ein Herz und es schlug für ihn. Noah verstand das nicht, trotzdem würde er sich so lange wie möglich daran festklammern. Warte. Er war als Erster an der Tür. Wir gehen kein Risiko ein. Ein Schatten glitt über ihr Gesicht, als er sie damit an ihren Stalker erinnerte. Sie nickte und ließ ihn öffnen. Der Grund für die Störung wurde trotz der nächtlichen Dunkelheit sofort ersichtlich. Abe hatte einen anderen Mann gegen den Bus gestoßen und hielt ihn im Schwitzkasten, die Faust drohend erhoben, als wollte er ihm das Gesicht einschlagen. Noah sprang barfuß aus dem Bus und fing Apes Faust, bevor sie die Visage des Kerls pulverisieren konnte. Der Fremde war ihm egal. Ihm ging es nur um Abe. Der Keyboarder war gefährlich stark. Hätte er dem anderen diesen Hieb versetzt, hätte er damit ernsthaften Schaden anrichten und wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis landen können. Die Sicherheitsleute, die Noah zu Butch's und Cases Unterstützung angeheuert hatte, waren zwar ebenso kräftig, aber sie befolgten strikt ihren Befehl und blieben auf ihren Posten an beiden Enden des Busses, da Noah ihnen eingehämmert hatte, diese nur im äußersten Notfall zu verlassen. Kid Stalker brauchte nur eine einzige Gelegenheit, einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit. Er bekam mit, dass Kid heraussprang und zu Mollys und Fox' Bus rannte. Unterdessen versuchte Abe, Noah abzuschütteln, der jeden Muskel in seinem Körper anspannen musste, um in Position zu bleiben. Verflucht, Abe, lass ihn los, befahl er zähneknirschend, als der Mann, den sein Kumpel im Rückgegriff hatte, zu röcheln anfing. »Abe, hör auf!« Erst als der durchdringende Schrei einer Frau ertönte, realisierte Noah, dass noch eine weitere Person anwesend war. Sie hatte im Dunkeln vor Fox' Bus gekauert, deshalb hatte er sie bisher nicht bemerkt. Aber jetzt rannte sie zu Abe und zerrte an seinem Arm. »Hör auf!« Erflucht, es war Sarah. Das bedeutete, dass es sich bei dem Mann, den Abe gerade umzubringen versuchte, höchstwahrscheinlich um ihren Verlobten handelte. Noah hatte Abes und Saras Beziehungen nie durchblickt, aber er spürte, wie sich die Muskeln des Keyboarders lockerten, als er ihre Stimme hörte. Darum ließ er die Frau gewähren. »Abe!« schrie Sarah wieder. »Hör auf!« Gerade als Fox auftauchte, ließ Abe mit einem zornigen Knurren von dem Mann ab, der daraufhin hustend krächzte. »Ich werde die verdammten Bullen!« Brüllend wollte Abe sich wieder auf ihn stürzen, aber Fox blockte ihn mit seinem Körper ab und rammte ihn gegen den Bus. Während Fox Abe in Schach hielt, wandte Noah sich Saras Verlobten zu. »Halt dein verfluchtes Maul!«, befahl er mit eiskalter Stimme. Der Mann mit dem Patriziergesicht zuckte zusammen. Dann straffte er die Schultern. »Ich werde Anzeige erstatten.« »Ach ja?« Noah hätte diesem Arschloch am liebsten selbst eine verpasst. »Wenn du das tust, werde ich die Aufzeichnungen der Überwachungskameras zur Verfügung stellen, die belegen, wie Sarahs Gesicht in diesen Zustand geraten ist.« Er hatte die Prellungen und die blutige Lippe registriert, als sie zu Abe herübergerannt war. Jeremy Vance schluckte sichtlich. »Es gibt keine Aufzeichnungen.« »Bist du dir ganz sicher?« »Nach dem Scheiß, den ein anderer Wichser mit Molly und Fox abgezogen hat?« »Und ob da Kameras sind?« »Sie sind auf sämtliche Außenbereiche gerichtet.« Es war nicht gelogen, die Kameras waren diskret an verschiedenen Stellen der Busse angebracht. Vance wirkte verunsichert. »Dein primitiver Freund ist meine Zeit nicht wert,« sagte er schließlich mit einer Stimme, die nach Reichtum und guter Kinderstube stank. Noah konnte er damit nicht beeindrucken. Er stammte aus derselben Kloake. »Sarah?« Jeremy Vance richtete seinen Sakko, als hätte Abe ihm nicht fast einen Ärmel abgerissen. »Kommen, wir gehen!« Noah warf einen Blick nach hinten und sah, dass Kid Sarah den Arm um die Schultern gelegt hatte. Abes Exfrau bibberte in ihrem Partykleid, und ihre Augen waren vor Schock geweitet. Abe zog seine Jacke aus und warf sie Kid zu, die sie auffing und sie Sarah sanft umlegte. »Sarah?« Jeremy schlug einen Ton an, in dem andere ihren Hund rufen würden. Abe wollte sich wieder auf ihn stürzen, aber Fox stieß ihn zurück. Noah drehte sich wieder zu Jeremy um. »Verschwinde jetzt, sonst werde ich dir eigenhändig die Fresse polieren. Wenn du dich Sarah noch ein einziges Mal näherst, werde ich Abe nicht mehr davon abhalten, dich kalt zu machen.« Und weil er wusste, was für Männer wie Vance von Wert war, fügte er eisig noch eine weitere Warnung hinzu. »Solltest du je auch nur daran denken, Abe anzuzeigen, werde ich öffentlich bekannt machen, dass du ein Feigling bist, der Frauen schlägt. Ich bin sicher, das kommt gut an in deinen Wohltätigkeitsausschüssen und Countryclubs.« Er bläckte die Zähne. »Ich kenne deine Welt nicht nur, sondern gehöre zu einer Familie, die über sie herrscht.« Noah mochte seine Eltern verabscheuen. Aber er hatte keine Skrupel, deren Beziehungen zu nutzen, wenn er damit Freunde beschützen konnte. Es war das Mindeste, was Robert und Virginia für den Sohn tun konnten, den sie nicht beschützt hatten. Vance wurde blass und machte sich endlich aus dem Staub. Noah glaubte nicht, dass er über den Vorfall sprechen würde. Trotzdem war er froh, als Thea und David auftauchten, die offensichtlich von Molly alarmiert worden waren. »Was ist passiert?« fragte Thea, die die Situation auf einen Blick erfasst hatte und ihr Mobiltelefon schon in der Hand hielt. Abe und Sarah schwiegen, darum schilderte Noah ihr das, was er mitbekommen hatte. Sarahs Gesicht erzählte seine eigene Geschichte. Thea ging zu ihr. »Du wirst mich dafür hassen, Sarah, aber ich werde Fotos von deinem Gesicht machen.« Sie tat es, bevor die Frau Einwände erheben konnte. Sarah zuckte zusammen. Sie zitterte nun wie Espenlaub. »Ich will nicht, dass jemand sie sieht.« »Niemand wird sie sehen,« versicherte Thea ihr. Sanft nahm sie Sarahs Gesicht zwischen beide Hände. »Sie sind deine Rückversicherung gegen dieses Dreckschwein. Er wird sich nie wieder in deine Nähe wagen.« Sarah nickte schwach. »Komm, wir bringen dich ins Warme,« meinte Molly und winkte alle zu ihrem und Fox-Bus. Noah blieb zurück, um die Tür von seinem zu schließen und mit einem der Bodyguards zu sprechen. »Ist hier sonst noch irgendjemand vorbeigekommen? Jemand mit einer Kamera? Ein Crewmitglied oder eine andere Person, die beobachtet haben könnte, was passiert ist?« Der große, schwere ehemalige Ringkämpfer schüttelte den Kopf. »Nein, niemand.« Ich habe die Frau und diesen Flachwichser aus dem Partyzelt kommen sehen und sie im Auge behalten, weil sie ihren Bereich durchquert haben. Ein paar Meter vor ihrem Bus schienen sie in Streit zu geraten, doch sie gingen weiter und verschwanden in der Dunkelheit. Sein Kiefer malte. Ich habe nicht mitbekommen, dass er die Frau geschlagen hat. Andernfalls hätte ich eingegriffen. Für mich zählt das als Notfall. Für mich auch. Abe folgte ihn etwa eine Minute später. Ich hörte seine Stimme, dann hat er den Kerl zurückgezerrt und gegen den Bus geschmettert. Der Bodyguard presste den Finger an seine Ohrhörer. »Mehrere Partygänger sind auf dem Weg in diese Richtung. Ich werde sie aufhalten.« Noah ging zu Fox' Bus und stieg ein und zog die Tür zu. Da er keine der Frauen sah, folgerte er, dass sie im Schlafzimmer waren. Abe tigerte im Wohnbereich auf und ab, sein Zorn noch ebenso heftig wie zuvor. »Dieser dreckiger Abschaum hat Sarah verprügelt,« sagte er mit wutbebender Stimme. »Du hättest mich ihn zu Brei schlagen lassen sollen.« »Ja, um anschließend zuzusehen, wie du im Knast verrottest.« Noah fuhr sich mit der Hand durch die Haare, doch er hielt Abes aufgebrachten Blick stand. »Ich hätte genauso reagiert, Kumpel.« »Ich auch, Dito.« Fox und Davids prompte Zustimmung schien Abe etwas zu beschwichtigen. Er rieb sich mit den Händen übers Gesicht. »Könnt ihr nachsehen, ob sie okay ist?« David ging zur Schlafzimmertür und klopfte sacht an. Thea öffnete wenige Sekunden später, schlüpfte hindurch und zog die Tür halb zu. Sie trug einen knielangen Morgenmantel aus blau-grauer Seide über ihrem Nachthemd, war barfuß und ungeschminkt. Ungeachtet dessen war sie voll gerüstet und bereit zu tun, was getan werden musste. »Sarah geht es soweit gut,« informierte Thea Abe, als Molly aus dem Schlafzimmer kam. »Fox«, sagte sie, »könntest du etwas Eis aus dem Catering-Zelt holen? Wir brauchen es für ihre Blutergüsse.« »Klar.« Er machte sich sofort auf den Weg, während Molly eine Tasse Tee für Sarah aufbrühte. »Sie will keine Anzeige erstatten,« fuhr Thea fort, »aber das ist ihre Entscheidung. Ich werde alles dokumentieren für den Fall, dass Vance doch irgendwann beschließt, Ärger zu machen.« »Hat der Bastard ihre Sachen?«, fragte Abe plötzlich. »Sarah hat immer eine Handtasche dabei. Ich habe keine bei ihr gesehen.« Noah runzelte die Stirn. »Warte kurz.« Er ging nach draußen und schaute sich aufmerksam um, bis er die Stelle wiederfand, an der vorhin etwas geschimmert hatte. Es war eine mit roten Pailletten besetzte Klatsch. Er hob sie auf und brachte sie nach drinnen. »Hier.« Abe nahm sie und für einen Augenblick wirkte dieser große Mann erschüttert, verletzlich und verloren. »Sie bekommt einen Rappel, wenn sie ihre Handtasche nicht hat. Sie ist für sie so eine Art Talisman.« Thea nahm sie ihm sanft ab, um sie Sarah zu bringen. Fox kehrte eine halbe Minute später mit einem großen Glas Eiswürfel zurück, die Molly in ein Handtuch wickelte, bevor sie damit ins Schlafzimmer verschwand. »Okay«, begann Thea, als sie und Molly in den Wohnbereich zurückkehrten. »Erzähl mir, was genau passiert ist, damit wir einschätzen können, was vielleicht irgendjemand gesehen hat bzw. welche Story derjenige an die Presse verkaufen könnte.« »Vance war extrem mies drauf«, antwortete Abe rund heraus. »Das konnte ich sehen. Darum beschloss ich den beiden nachzugehen, um mich zu vergewissern, dass er es nicht an Sarah auslässt.« Dann hat er sie geschlagen. »Hat irgendjemand mitbekommen, wie du das Zelt verlassen hast?«, hakte Thea nach. Abe rieb sich abermals übers Gesicht. »Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet.« »Jim, einer der Bodyguards, sagt, dass Abe niemand gefolgt ist«, warf Noah ein. »Ich denke nicht, dass dieser Vorfall in der Presse landen wird.« »Falls doch werde ich es als Eifersuchtsdrama verkaufen. Zwei Männer, die sich um eine Frau streiten.« Theas Tonfall duldete keine Widerrede. Sarah bleibt in Deckung, bis ihr Gesicht verheilt ist. Ich werde sie keinem weiteren Missbrauch, in diesem Fall durch die Medien, aussetzen. »Sie kann heute Nacht hierbleiben«, schlug Molly mitfühlend vor. »Fox und ich haben die Party früh verlassen und deshalb schon ein paar Stunden geschlafen.« Sie schmiegte sich in seine Arme, und erstreichelte ihr übers Haar. »Wir sorgen dafür, dass sie unbehelligt nach Hause gelangt«, versprach Fox. »Und dass jemand bei ihr ist.« Thea nickte, während Molly Fox aufs Kinn küßte, bevor sie den Tee nahm, der noch gezogen hatte. »Ich sollte ihn ihr besser bringen. Sie steht immer noch unter Schock.« Währenddessen griff Thea zu ihrem Handy und klingelte ihre Assistentin aus dem Bett. In knappen Sätzen wies sie sie an, alle möglichen Presseportale nach Meldungen zu durchkämmen, die in irgendeiner Weise Abe, Sarah oder Vance betrafen. Noah schaute Abe durchdringend an. Fox und David tragen näher, damit sie unter acht Augen reden konnten. Aber Abe war nicht in Gesprächslaune. Allerdings hatte David diesen sturen Ausdruck im Gesicht. Der Schlagzeuger war in vielerlei Hinsicht der Ruhigste von ihnen. Aber wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab er nicht nach. »Hör zu, Mann«, sagte er. »Was immer zwischen dir und Sarah, da ist nichts«, stieß Abe hervor. »Sie wurde geschlagen. Ich habe eingegriffen. Das hätte ich für jede Frau in einer solchen Situation getan.« »Davon bin ich überzeugt«, David verschränkte die Arme. »Aber hier geht es nun mal um Sarah. Und das letzte Mal, als ihr zwei zusammen wart, bist du im Drogensumpf gelandet.« Abes Kinn sah wie ein Stein gemeißelt aus. Die Drogen waren nicht Sarahs Schuld. Sie hat das Zeug nie angerührt, sondern es gehasst. So sehr, dass sie es in der Toilette runtergespült hat, wenn sie es finden konnte. »Das mag schon sein«, meldete sich Fox zu Wort. »Aber eure Beziehung hat dich irgendwie verändert.« Er stemmte die Hände in die Hüften und sah Abe fest in die Augen. Und Sarah fand darin auch kein Glück. Darum sei vorsichtig. Abe ballte die Fäuste, sagte jedoch nichts. Noah fasste ihn an der Schulter. »Wir versuchen doch nur auf dich aufzupassen. Wir werden auch auf Sarah aufpassen und sicherstellen, dass es ihr gut geht.« Während Abes Scheidung hatten sie fest zu ihm gestanden. Aber hier ging es einfach nur um Menschlichkeit. Abe nickte zögerlich. Sie hat keine Familie. Noah, der das nicht gewusst hatte, verspürte plötzlich einen Anflug von schlechtem Gewissen, weil er Sarah dafür verurteilt hatte, dass sie während ihrer gemeinsamen Zeit mit Abe so besitzergreifend und anhänglich gewesen war. Er konnte es ihr nicht verdenken, dass sie sich als junge, alleinstehende Frau in einer riesengroßen Stadt an den einzigen Menschen, der zu ihr gehörte, geklammert hatte. »Wir werden uns um alles kümmern«, sagte Thea, nachdem sie ihr Telefonat beendet hatte. »Noah, du und Kit müsst das Scheinwerferlicht auf euch ziehen und sicherstellen, dass niemand auf die Idee kommt, andere pikante Geschichten über die Band auszugraben.« »Kein Problem.« Noah glaubte nicht, dass es Kit etwas ausmachen würde. »Ich werde sie morgen nach Hause bringen, damit sollte der Appetit der Askaya gestillt sein.« Er spürte, wie Fox ihn mit Blicken durchbohrte, während Thea nickte und ins Schlafzimmer zurückkehrte. Doch der Liedsänger sagte kein Wort, bis Kit, Thea und Molly wieder zu ihn stießen, nachdem sie Sarah ins Bett gepackt hatten. Molly blieb im Bus für den Fall, dass ihr Gast etwas brauchte, während Kit und Thea sich in Noahs Bus zurückzogen, um einen Kaffee zu trinken. David unternahm mit Abe einen weiteren Beruhigungsspaziergang. Der ausgeglichene Drummer eignete sich dafür am besten. »Was passiert da zwischen dir und Kit?« fragte Fox ihn ruhig, als sie gemeinsam zwischen den Bussen standen. Dieses Mal verschränkte Noah die Arme. »Das geht dich nichts an. Scheiß drauf, Noah. Das, was ich zu Abe gesagt habe, trifft auch auf dich zu. Du hast ihr das Herz gebrochen.« Die unbarmherzigen Worte versetzten Noah einen Stich. Fox war der Einzige, der wusste, was er Kit angetan hatte. Sie war ihm direkt in die Arme gelaufen, nachdem sie Noah mit dem Groupie im Bett erwischt hatte. »Ich werde sie nie wieder verletzen«, gelobte er dem Mann, der seit ihrem siebten Lebensjahr sein bester Freund war. »Ganz sicher?« Fox hob eine Braue, der Blick seiner dunkelgrünen Augen unerbittlich. »Ich habe bemerkt, wie sie dich ansieht. Wie du sie ansiehst. Versuche erst gar nicht mehr weiß zu machen, dass ihr beide nur Schauspielert.« Noah hatte darauf keine Antwort. Er wusste, dass er Kit benutzte. »Ich habe ihr keinen Bären aufgebunden.« »Hast du ihr alles erzählt?« »Nein, sie muss das nicht wissen.« Noah würde diese Sache bis zu seinem letzten Atemzug vor Kit geheim halten. »Sag es ihr ja nicht.« Er packte Fox am T-Shirt und zog ihn zu sich. »Kein verdammtes Sterbenswörtchen.« Fox schubste ihn weg. »Traust du mir das zu?«, knurrte er. Noah fuhr sich mit der Hand durch die Haare und seufzte. »Nein, verflucht!« Er atmete die kalte Luft tief ein. »Die Vorstellung, dass sie es erfährt«, erschüttelte den Kopf, unfähig, die Demütigung und Pein zu beschreiben, die er bei diesen Gedanken empfand. »Ich verstehe dich«, entgegnete Fox leise. »Aber wir sprechen von Kit. Sie war und ist deine Freundin. Vielleicht solltest du anfangen, ihr zu vertrauen.« Kit erwachte mit lautpochendem Herzen. Ein Blick auf ihre Armbanduhr, die sie auf dem eingebauten Nachtkästchen abgelegt hatte, verriet ihr, dass sie erst vor zwei Stunden zu Bett gegangen war. Sarah hatte geschlafen, als alle sich in ihre Busse zurückgezogen hatten. Zuvor hatten sie noch ausgemacht, sich am nächsten Morgen zu treffen, für den Fall, dass Fox und Molly Hilfe dabei brauchten, Sarah nach Hause zu bringen, ohne dass die Presse Wind davon bekam. Kit rieb sich die Augen und kam zu dem Schluss, dass draußen ein sehr später Partygast vorbeigegangen sein musste, der sie geweckt hatte. Bestimmt waren noch einige Leute munter, auch wenn sie keine Musik mehr hörte. Sie hatte sich gerade auf die Seite gedreht, als sie es vernahm. Ein leises, schrilles Geräusch, wie von einem Tier, das in der Falle saß und nicht heraus konnte. Sie schlug ihre dünne Daundecke zurück, sprang aus dem Bett und hastete in den Wohnbereich. Noah lag nur mit schwarzen Boxershorts bekleidet. Auf der Luftmatratze? Den Schlafsack hatte er weggestrampelt. Er hatte sich seitlich zusammengerollt, die Hände zu Fäusten geballt und biss so fest die Zähne zusammen, dass sich der Knochen weiß unter seiner Haut abzeichnete, seine Muskeln und Sehnen zum Zerreißen gespannt. Sie kniete sich neben ihm. Noah! Noah! Als er nicht wach wurde und dieser schreckliche Laut weiterhin aus seiner Kehle drang, legte sie die Hand auf seine nackte Schulter und schüttelte ihn. Noah, wach auf! Keine Reaktion. Oh nein, er hatte die Schlaftabletten genommen, in ihrem Beisein, nachdem er ihr das Röhrchen gezeigt hatte. Siehst du, hatte er gesagt und sie trocken geschluckt. Ich werde schlafen. Zufrieden? Kit war zufrieden gewesen, hatte sie doch gedacht, dass er nun etwas Ruhe finden würde. Jetzt begriff sie, dass sie einen furchtbaren Fehler begann hatte. Noah! Sie schüttelte ihn wieder. Noah, wach bitte auf! Noah! Sie fing an zu weinen und schüttelte ihn weiter, konnte ihn jedoch nicht aus seinem Albtraum holen. Da sie nicht wusste, was sie tun sollte, rannte sie ins Bad, schnappte sich auf dem Weg ihr Handy und rief Fox an. Der Liedsänger kannte Noah am längsten, vielleicht wusste er Rat. Fox, keuchte sie, als er beim ersten Leuten abnahm. Ich bekomme Noah nicht wach und er hat einen grauenvollen Albtraum. Bin schon unterwegs. Aber komm allein, ohne Molly. So sehr sie ihre Freundin auch liebte, würde sie nicht zulassen, dass irgendjemand außer Fox Noah in diesem Zustand sah. Verstanden. Eine halbe Minute später war er da und zog die Tür des Busses, die Kit geöffnet hatte, hinter sich zu. Hat er irgendwas genommen, erkundigte er sich. Schlaftabletten. Sie zeigte zu dem Röhrchen auf dem Küchentresen. Es sind keine Starken, ich habe nachgesehen. Sie sollen ihn nur müde machen, damit er eindämmert. Sie strich Noah die schweißnassen Haare aus dem Gesicht. Noah, bitte wach auf. Fox sagte nichts. Stattdessen zog er Noah hoch und schlug ihm so kräftig ins Gesicht, dass Kit zusammenzuckte. Sie wollte den Liedsänger schon von ihm wegschieben, als ihr plötzlich auffiel, dass Noah aufgehört hatte, diese gepeinigten Laute von sich zu geben. Noah? Er schüttelte leicht den Kopf, aber seine Lieder blieben geschlossen. Sie setzte sich hinter ihn, sodass er sich gegen sie lehnen konnte. Noah, ich bin's. Kit. Kit, murmelte er. Sie schlangen die Arme um ihn. Ja, ich bin's. Ich halte dich. Ihr Blick begegnete Fox. Du hast das früher schon getan? Er hatte nicht einmal gezögert, Noah zu schlagen, weil er gewusst hatte, dass es das Einzige war, was Wirkung zeigen würde. Wird er sich davon erholen? Mit grimmiger Miene packte Fox Noah am Kinn. Noah, bist du da? Ein schwaches Nicken. Fox erhob sich und sagte, ich werde Kaffee aufsetzen. Flöß ihn ihm ein, sobald er fertig ist. Lass nicht zu, dass er wieder einschläft. Das werde ich nicht. Kit. Kit wischte sich mit den Handballen über die Augen. Noah, hast du Fox inzwischen von Sperling erzählt? Sei still, nuschelte er verdrossen. Ein ersticktes Lachen schüttelte sie. Bring mich doch dazu. Kit. Er hob die Hand und umfasste ihren Oberarm. Hübsche Kit. Kaffeeduft erfüllte die Luft. Fox ging zur Tür und sagte, er wird noch eine Weile neben sich stehen, aber nutzt das nicht aus. Ich lasse euch jetzt allein, damit er sich ganz auf dich konzentrieren kann. Das sollte helfen. Damit verschwand er. Als Noah wieder einzudösen begann, zog Kit fest an seinen Haaren. Bleib wach! Gemeine Phantom, Kit! Gerade war ich noch hübsch, jetzt bin ich ein Phantom? Sie ließ ihn vorsichtig herunter und holte schnell etwas von dem Kaffee. Obwohl sie nur ein paar Sekunden weg war, waren seine Augen geschlossen, als sie zurückkam. Hey! Kit brachte es nicht über, sich ihn zu schlagen, darum zog sie ihn abermals an den Haaren. Ich werde Fox von Sperling erzählen. Seine Lieder hoben sich. Phantom Kit ist nicht nett. Nein, das ist sie nicht. Sie setzte die Tasse ab, dann schob und zerrte sie ihn, bis er aufrecht genug saß, dass sie sich wieder hinter ihn setzen und er sich mit dem Rücken an ihr abstützen konnte. Noah! Er gab einen missmutigen Laut von sich, aber das war alles. Solange er nur wach blieb und nicht zurück in diesen höllischen Albtraum glitt, in dem er gefangen gewesen war. Gott, sie liebte ihn. So, nun hatte sie es ausgesprochen, wenn auch nur in ihrem Kopf. Sie liebte ihn. Dieser beschädigte, wunderschöne und talentierte Mann war der einzige, den sie je geliebt hatte, ganz gleich, wie brutal er auf ihrem Herz herumgetrampelt war. Trink den Kaffee, befahl sie, nachdem sie darauf gepustet hatte, um ihn abzukühlen. Kaffee von der Gemein-Phantom-Kit, brummelte er, ließ sie aber die Tasse an seine Lippen führen. Sie schaffte es, ihm eine halbe Tasse einzuflößen. Zwischen seinen Schlucken gab er wirres Zeug von sich. Über manches musste sie lachen, aber hauptsächlich war sie derart in Sorge um ihn, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit darauf konzentrierte, ihn wachzuhalten. Nie wieder lasse ich die Schlaftabletten nehmen, sagte sie, während sie die Wange an seine Bartstoppeln rieb. Ich hasse Schlaftabletten, murmelte er und hielt den Kaffeebecher nun selbst. Sie bringen mich zum Schreien. Kit erstarrte, gefangen in einem Moment, von dem sie wusste, dass sie die Antwort auf jede Frage bekommen könnte, die sie sich je in Bezug auf Noah gestellt hatte. Nutzt das nicht aus. Fox' beiläufige Bemerkung bekam auf einmal eine tiefere, dunklere Bedeutung. Kit war kurz davor, der Versuchung trotzdem nachzugeben, aber sie konnte es nicht. Denn was immer sie auf diese Weise herausfände, wäre mit Hinterlist behaftet. Und diese würde auf alles abfärben, was sie sich aufbauten, egal ob eine dauerhafte Freundschaft oder etwas Tiefergehendes. Sie schluckte die Fragen hinunter und küßte ihn auf die Schläfe. Trink deinen Kaffee aus. Ich hatte genug. Noah stellte die fast leere Tasse weg. Ich bin schon ganz hibbelig. Er gähnte, aber seine Augen blieben offen. Hübsche Phantom-Kit. Er war noch immer nicht ganz klar, sprach aber ein bisschen verständlicher. Hübscher Rausch, Noah. Er fing an zu lachen, als hätte er noch nie etwas Witzigeres gehört. Kein Rausch, murmelte er. Schlaftabletten. Ich hasse Schlaftabletten. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dich dazu überredet habe. Sie hatte nicht begriffen, nicht einmal geahnt, welche Dämonen ihn heimsuchten. Das kommt nicht noch einmal vor. Noah tätschelte ihren Arm. Ist schon gut. Ein weiteres Gähnen. Ich will schlafen. Kit wollte ihm schon sagen, dass er wach bleiben musste, aber beim Blick auf ihr Handy, das neben ihr lag, stellte sie fest, dass es fast schon morgen war. Vielleicht konnte er jetzt schlafen? Werden die Albträume wiederkehren? Sie konnte nur hoffen, dass sie mit ihrer Frage nicht unbeabsichtigt eine Grenze überschritt. Er zuckte die Achseln. Kann sein, aber ich muss schlafen. Kit half ihm, sich hinzulegen. Na schön, aber ich werde dich mit Eiswasser übergießen, falls du nicht aufwachst, wenn ich dich rüttle. Okay. Er zog die Brauen zusammen. Allein. Kit brauchte eine Sekunde, ehe der Groschen fiel. In Ordnung. Sie breitete den Schlafsack über ihn und zog sich ins Schlafzimmer zurück. Wenn Noah allein sein musste, um sich auszuruhen, würde sie seinem Wunsch entsprechen, dabei aber trotzdem ein wachsames Auge auf ihn haben. Beim Aufwachen fühlte sich sein Mund an, als wäre er mit Watte gefüllt, und seine Blase war kurz vorm Platzen. Noah taumelte zur Toilette, schloss die Tür und verrichtete seinen Notdurft. Danach drehte er sich zum Waschbecken um und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Durch den Kälteschock kam er wieder halbwegs zu Sinnen. In diesem Moment bemerkte er den blauen Fleck an seinem linken Jochbein. Er öffnete die Tür und rief, Kit? Sie steckte den Kopf aus dem Schlafzimmer. Du bist wach? Sie lächelte ihn strahlend an. Dabei fiel ihr wundervolles Haar über ihren leuchten blauen Morgenmantel. Bin ich aufs Gesicht gefallen? Er deutete auf den Fleck. Nein, sie zog eine Grimasse. Du bist sozusagen mit Fox' Hand kollidiert. Verdammt! Er hatte die verfluchten Tabletten genommen. Wie schlimm war's? Erst wolltest du nicht aufwachen, aber dann warst du ziemlich witzig. Ein schiefes Lächeln. Du hast mich gemeine Phantom-Kit genannt. Sein Magen fühlte sich an wie aus Blei. Was hab ich sonst noch gesagt? Nichts. Außer, was du von bestimmten Bands hältst und dass du Schlaftabletten hast. Ihr Blick glitt zu dem Blutergust und seinem Gesicht. Es tut mir leid, Noah. Ich wusste nicht, dass die Tabletten dir Albträume verursachen. Das Blei wurde schwerer. Du hast mich dabei erlebt. Sie nickte. Was hab ich dabei gesagt? Nichts? Kit sah ihm fest in die Augen. Ich habe dich nichts gefragt und du hast nichts gesagt. Er atmete auf. Ich danke dir. Kit schüttelte den Kopf. Dazu besteht kein Grund. Ich hatte dich dazu gedrängt. Sie schlangen die Arme um ihren Oberkörper und wiegte sich leicht vor und zurück. Du kannst so nicht weitermachen. Nicht noch drei oder vier Wochen oder wie lange es dauert. Wir hatten dieses Thema schon. Er umfasste ihr Handgelenk. Ich schaffe das. Kit durfte ihn nicht aufgeben. Das weiß ich. Sie versuchte, ihm ihr Handgelenk zu entziehen, ließ es jedoch, als er es nicht freigab. Ich möchte, dass du bei mir wohnst. Noah starrte sie an. Was? Seine Privatsphäre zu haben, einen Rückzugsort, der nur ihm gehörte, war für ihn immer überlebenswichtig gewesen. Du hast schon oft bei mir übernachtet, erinnerte sie ihn. Beim letzten Mal hattest du zwar gewaltig einen Sitzen, aber die anderen Male warst du ausnahmslos nüchtern. Noah hatte sich in jenen Nächten davongeschlichen und war bis zur Erschöpfung gelaufen, um schlafen zu können. Es waren zwar nur ein paar unruhige Stunden gewesen, aber er hatte geschlafen. Wieso willst du, dass ich bei dir wohne? Er musste wissen, was sie sich davon erhoffte, weil er ihr manche Dinge schlicht nicht geben konnte. Leicht wie eine Feder berührten ihre Finger sein wundes Jochbein. Du hast mich gebeten, bei dir zu bleiben. Seine ganze Welt begann zu beben. Noah wusste, er sollte diese Bitte zurücknehmen. Sie war mehr als selbstsüchtig. Aber er brachte kein Wort heraus. Wenn unsere Beziehung irgendwie funktionieren soll, fuhr sie fort, müssen wir dieses Problem in den Griff bekommen. Ich bin 28, Kit. Gäbe es eine Möglichkeit, es in den Griff zu bekommen, hätte ich es längst getan. Er schmiegte die Wange an ihre warme Hand. Ich wette, du hast es immer nur allein versucht. Habe ich recht? Sie wartete nicht auf seine Antwort. Dieses Mal tun wir es zusammen. Noah wollte ihr sagen, dass sie sich irrte, dass das nicht klappen würde. Aber er hatte es tatsächlich noch nie zusammen mit jemandem zu lösen versucht. Selbst mit Fox hatte er nur jenes eine Mal, als er ein verängstigter Siebenjähriger gewesen war, darüber gesprochen. Danach nie wieder. Genau das war die Krux an der Sache. Wie willst du ein Problem aus der Welt schaffen, wenn du nicht einmal weißt, wie es geartet ist? Denn Noah würde es ihr nicht erzählen. Schon die Vorstellung, dass sie die Wahrheit kannte, machte ihn krank. Ich weiß, dass dir etwas sehr Schlimmes widerfahren ist. Etwas so Furchtbares, dass es einen der stärksten Menschen, die ich kenne, bis heute verfolgt. Er zuckte kurz zusammen. Ich bin nicht stark. Wäre er es gewesen, hätte er diese Geschichte längst überwunden. Lass mich das beurteilen. Er hielt weiterhin ihr Handgelenk fest, als sie hinzufügte, wirst du mit mir nach Hause kommen? Ja, sagte er, während ihn ein Gefühl absoluter Leere überkam. Es würde schiefgehen, und dann müsste er jede Hoffnung darauf begraben, eines Tages normal zu sein und das Recht zu haben, Kit zu lieben. Am späten Nachmittag des nächsten Tages flirtete Kit lächelnd mit den Kameras, als sie und Noah in seinem Cabrio ihr Tor passierten. Er würde später noch nach Hause fahren, um Klamotten und andere Dinge zu holen. Aber wegen der Sache mit Abe und Sarah hatten sie beschlossen, diesen unausweichlichen Medienzirkus gemeinsam zu meistern. Als Noah über etwas lachte, das ein Fotograf ihnen zugerufen hatte, dachte Kit darüber nach, wie skurril es doch war, dass es ihr nicht mehr um den Film oder den Kosmetik-Deal ging. Ihre Karriere war ihr wichtig. Doch mehr als alles andere bedeutete ihr der Mann auf dem Beifahrersitz, der seelisch so schwer verwundet war. Sie verfügte nicht über magische Heilkräfte, aber zumindest konnte sie ihn lieben. Vielleicht würde es ein wenig helfen. Es könnte sogar genug sein, um ihn von dem selbstzerstörerischen Weg abzubringen, dem er bisher gefolgt war. Kathleen, schenken Sie uns ein Lächeln! Kit erfüllte dem Reporter die Bitte, obwohl sie nicht verstehen konnte, warum es irgendjemanden kümmerte, was sie tat und mit wem sie es tat. Ihr war klar, dass ihr dieses Interesse zugute kam. Ihr dabei half, ihren Lebensunterhalt mit der Arbeit zu bestreiten, die sie liebte. Aber heute wollte sie einfach nur mit Noah allein sein. Nachdem sie fünf Minuten später das Tor hinter sich gelassen und das Haus erreicht hatten, stiegen sie schweigend aus. Aus einem Reflex heraus warf Kit einen Blick auf den Rücksitz. Noah, hast du dieses Geschenk dort hingelegt? Nein. Mit gerunzelter Stirn griff er nach der Karte, die an dem in Goldpapier eingeschlagenen Päckchen befestigt war. Warte! Kit nahm ihren dünnen, farbenfrohen Seidenschal ab und reichte ihn ihm. Für den Fall, dass Fingerabdrücke darauf sind. Vermutlich benahm sie sich paranoid und das Geschenk stammte von einem Fan, dem es gelungen war, es während des Pressetumults am Tor ins Auto zu werfen, aber sie musste auf Nummer sicher gehen. Mithilfe des Schals löste Noah die Karte und öffnete sie vorsichtig. Der eisige Zorn, der sich in seinem Gesicht spiegelte, war Antwort genug. Als sie zu ihm auf die andere Seite des Wagens kam, legte er den Arm um sie, hielt die Karte jedoch außer Reichweite. Das musst du nicht lesen, es ist derselbe widerliche Dreck wie immer. Ich will sie sehen. Um mich schützen zu können, muss ich wissen, was in seinem kranken Kopf vorgeht. Ein Muskel zuckte an Noas Kiefer, doch dann hielt er die Karte so, dass Kit sie lesen konnte. Wie üblich war die Nachricht nicht handgeschrieben, sondern aus einzelnen Wörtern und Buchstaben zusammengesetzt, die aus Zeitungen und Magazinen ausgeschnitten worden waren. Du Schlampe, ich habe diese Pralinen für dich gekauft, aber jetzt hoffe ich, du erstickst daran. Wie kannst du es wagen, mich mit diesem Rocker-Arschloch zu betrügen? Warte nur, bis ich dich in die Finger kriege. Ein Frösteln durchlief sie, und sie schloss die Augen, aber nur für eine Sekunde. Komm mit. Fox hat mich dazu genötigt, eine aufwändige Überwachungsanlage am Tor installieren zu lassen, nachdem dieser Paparazzo versucht hat, seine Verhaftung zu erwirken. Damals hatte sie über die zusätzlichen Kosten gestöhnt, aber mit etwas Glück würden sie jetzt zum ersten Mal einen Blick auf ihren Stalker erhaschen. Butch kennt sich perfekt mit dem System aus. Noah wählte die Nummer des Bodyguards, der beim Tor geblieben war, und beorderte ihn zurück. Sie setzte ihn in Kenntnis, dann begaben sie sich zu dritt in den Überwachungsraum, nachdem Kit rasch eine Papiertüte aus der Küche geholt hatte, in der Noah die Karte und das Geschenk deponierte. Ich werde das später der Polizei übergeben, sagte Butch. Er stellte die Tüte neben sich, als er sich vor die Überwachungsbildschirme setzte, dann öffnete er das entsprechende Bildmaterial. Aber so gründlich sie es auch überprüften, niemand schien irgendetwas auf die Rückbank zu werfen. Es könnte passiert sein, als sie verlangsamten, um ins Tor einzuscheren, also außerhalb der Reichweite der Kameras. Oder irgendwo anders, wo sie gestoppt haben. Vielleicht sogar an einer Ampel, überlegte Butch laut. Erinnern sie sich an diese Gruppe von Fans, die den Wagen umzingelt hat, um Fotos zu knipsen? Außerdem haben sie an einem Drive-In-Restaurant gehalten, um sich einen Kaffee zu besorgen. Butch schaute finster dreien. Ich war eindeutig nicht wachsam genug. Es ist nicht ihre Schuld, Kit berührte seinen Arm. Sie haben nach einem potenziellen Angreifer Ausschau gehalten, nicht nach einem hinterhältigen Feigling. Mit schmalen Augen sah Noah sich das Video ein zweites Mal an. Ich werde den Mustang nie wieder mit offenem Verdeck fahren, wenn du neben mir sitzt. Doch das wirst du, Kit blinzelte ihn verärgert an. Lass dich von diesem Psychopathen nicht einschüchtern, denn genau das ist sein Ziel. Kit war durch ihn dazu gezwungen worden, sich in Schulden zu stürzen. Dagegen hatte sie nichts machen können. Aber sie würde nicht zulassen, dass er ihr oder Noah solch kleine Freuden raubte. Ich werde mit Casey das Grundstück checken, um sicherzugehen, dass der Bastard nicht darauf gelangt ist. Butch nahm die Papiertüte. Und das hier bringe ich auf direktem Weg zur Polizei. Nachdem er gegangen war, zog Noah Kit in seine Arme und vergrub die Finger in ihrem Haar. Das war's. Ich werde nie wieder ausziehen. Kit musste trotz der Umstände lächeln. Warte nur, bis ich verlange, dass du dir Dancing with the Stars mit mir ansiehst. Großer Gott, eine Tanzsendung? Im Ernst? Ich dachte, du wärst eher der Typ Frau, der auf Football steht. Ich mag beides. Sein Gesichtsausdruck brachte sie zum Lachen. Hast du Hunger? Nein. Du? Nein. Sie tippte sich mit dem Finger an die Unterlippe. Wieso fährst du jetzt nicht und holst deine restlichen Sachen? Die Paparazzi werden auch nicht verschwinden, wenn es dunkel wird. Noah nahm ihre Hand und verschränkte die Finger mit ihren. Möchtest du mitkommen? Kitts Puls schnellte in die Höhe. Sie musste sich anstrengen, um zu verhindern, dass ihre Stimme verriet, wie viel ihr seine Einladung bedeutete. Ja, gern. Wegen eines Verkehrsstaus, verursacht von einem Mercedes, der von hinten in einen Aston Martin gekracht war und der Verbohrtheit beider Fahrer, brauchte Noah 40 Minuten bis nach Hause. Die Sachen, die er im Bus dabei gehabt hatte, sowie seine Instrumente waren bereits zu Kitt gebracht worden, aber es gab noch ein paar andere Dinge, die er benötigte. Entschuldige das Chaos, sagte er zu der einzigen Frau, die ihm wichtig war. Er hatte noch immer keine Erklärung dafür, warum es so schwer für ihn war, Kitt bei sich zu Hause zu haben, aber so war es nun einmal. Sogar jetzt, obwohl er sie ausdrücklich eingeladen hatte, ihn zu begleiten, waren seine Muskeln verkrampft und seine Brust fühlte sich eng an. Es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Kitt machte einen Schritt um einen Haufen Autobiografien herum, die sich auf dem Teppich neben der Couch türmten, welche dem Hi-Fi-Schrank gegenüber stand. Allerdings fürchte ich doch, dass dem Schimmel in diesem Pappbehälter schon Beine wachsen. Noah schnappte sich die Box und warf sie nach ihr. Kitt fing sie reflexartig auf. Wie geht? Doch dann sah sie nach unten und ihre Augen wurden groß. Hey, die ist ja gar nicht echt. Ape hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Da ich mich praktisch von Essen zum Mitnehmen ernähre, dachte er sich, ich sollte ein entsprechendes Kunstwerk besitzen. Das ist also Kunst? Skeptisch beäugte sie das Ding von allen Seiten, bevor sie es auf den Couch-Tisch stellte. Ich wusste nicht, dass Ape dich hasst. Noah grinste, bevor er im hinteren Teil verschwand, um zusammenzusuchen, was er brauchte. Sein Haus verfügte nur über eine einzige Etage, doch es war nicht offen gestaltet. Er mochte Türen und Wände, was verrückt war, weil er es gleichzeitig hasste, eingesperrt zu sein. Aber wenn er schon drin sein musste, wollte er zumindest kleine Einheiten haben, in denen er alles mit einem Blick erfassen konnte. Sein Zimmer im Haus seiner Eltern war eine riesige Suite gewesen, viel zu groß für einen kleinen Jungen. Im Gegensatz zu Kitts Spielzeugladenkinderzimmer war seines mit Bildungsmaterial, Karten und Büchern gefüllt gewesen. Er hatte einen eigenen Computer auf seinem Schreibtisch gehabt und ein Team aus Privatlehrern, die im Schichtdienst rund um die Uhr gearbeitet hatten, falls Noah eine Frage zu den Hausaufgaben gehabt hätte. Sein Vater hatte Noah noch vor seinem fünften Geburtstag mit dem SAT-Test, dem landesweiten Studierfähigkeitstest, vertraut gemacht. Und da Bildungsthemen das einzige waren, wofür sein Vater alle Zeit der Welt gehabt hatte, hatte Noah sogar Spaß daran gefunden. Wäre gut ein Jahr später nicht alles in die Binsen gegangen, hätte er sich vermutlich zu einem Anzug und Krawatte tragenden Roboter entwickelt, wie sein alter Herr einer war. Ein furchtbarer Gedanke. Während er seinen Kram in eine Tasche stopfte, wurde ihm bewusst, dass Kitt sich im Wohnzimmer umherbewegte. Sie hatte sich nicht tiefer ins Haus vorgewagt. Sie respektierte die Grenzen, die er gesteckt hatte. Und das fühlte sich einfach merkwürdig an. Er hatte sie noch nie hierher mitgenommen, aber jetzt, wo sie da war, wollte er, dass sie sich wohlfühlte. »Hey, Kitt!« »Was ist?« »Geh mal nach links, dann durch die erste Tür zu deiner rechten nach draußen, direkt vor der Glaswand. Es wird dir gefallen.« Indem sie Noas Anweisungen folgte, wagte Kitt sich nun endlich aus dem Wohnzimmer hinaus. Sie hatte nicht aufdringlich sein wollen, weil sie Noas Unsicherheit in Bezug auf ihre Anwesenheit spürte. Das tat zwar weh, aber es war eine Bagatelle und sie durfte sie sich nicht zu Herzen nehmen, wenn sie ihnen eine echte zweite Chance geben wollte. Darum konzentrierte sie sich stattdessen auf die Tatsache, dass er sie heute eingeladen hatte, mitzukommen. Sie trat durch eine schmale Tür und fand sich in einem dilettantisch angelegten japanischen Garten wieder. Sie lachte entzückt auf. »Das ist ja grauenvoll!« Es waren völlig falsche Pflanzen, dazu noch so angeordnet, dass dem Garten nichts von der friedvollen Eleganz anhaftete, die heitere Gleichmut fördern sollte. »Hey!« Kitt blickte in die Richtung, aus der Noas beleidigte Stimme gekommen war und stellte fest, dass er auf einen Balkon ein Stück weiter unten hinausgetreten war. »Ich habe mein Bestes gegeben!« Sie bückte sich grinsend, um etwas Unkraut herauszuzupfen. Noah hörte nicht auf, sie zu verwirren. Er wollte sie nicht hier haben? Trotzdem dieser Garten? Es schien, als hätte er versucht, ein Stück von ihr in sein Zuhause zu integrieren, denn sein Garten wurde von den Gebäudeflügeln umschlossen, als hielte er schützend ihr Herz in den Händen. Dieser Gedanke löste eine Welle der Gefühle in ihr aus. »Wer kümmert sich darum, wenn du auf Tour bist?« fragte sie, als er sich zu ihr gesellte. »Jedenfalls leistet derjenige keine gute Arbeit.« Nichts war zurückgeschnitten worden, überall wucherte Unkraut. »Niemand. Es gibt eine Sprinkleranlage, aber nach jeder Tournee sieht es ein bisschen aus wie in einem Urwald.« Er streichelte ihr übers Haar. Überrascht von dieser unerwarteten Berührung, hob sie den Kopf und blickte in seine dunkelgrauen Augen. »Was ist?« »Es ist schön, dich hier zu haben.« Sie musste die Worte noch immer verarbeiten, als er sich auf dem Absatz umdrehte, um in sein Schlafzimmer zurückzukehren, so als hätte er ihr zu viel von sich gezeigt und bräuchte nun Wände zwischen ihnen. Während sie ihm hinterher sah, rieb sie sich mit der Hand über ihr Brustbein und ermahnte sich, Geduld und Hoffnung zu haben, andernfalls könnte sie ebenso gut gleich aufgeben. Trotzdem rollte sich ein kleiner, verborgener Teil von ihr weiterhin schützend zusammen, weil Noah sie schon einmal grausam verletzt hatte. Und dieser sich selbst schützende Teil war sich nicht sicher, ob er das nicht wieder tun, sie nicht noch einmal verraten würde. Noah hatte schon früher bei Kit genächtigt, aber dieses Mal fühlte es sich anders an. Beklommen. Er hatte keine Ahnung, ob das alles klug war oder wie er sich verhalten sollte, aber er wollte es auf keinen Fall vermasseln. »Hallo«, sagte er, als er zwanzig Minuten, nachdem sie wieder an ihrem Haus angekommen waren und ein weiteres Mal den Spießrutenlauf durch die Paparazzi überstanden hatten, in die Küche marschierte. Auch vor seinem Haus hatten ein paar herumgestanden, aber die meisten hatten aufs richtige Pferd gesetzt und vor Kits Anwesen gewartet. Sie waren noch immer dort draußen, obwohl es schon nach acht war und so gut wie keine Chance bestand, dass sie beide noch ausgehen würden, nachdem sie erst heute vom Zenitfestival zurückgekommen waren. »Hallo«, Kitts Lächeln war hell wie die Sonne, deren Strahlen ihn durch die Haut bis ins Herz trafen. »Möchtest du mir beim Kochen helfen?« »Klar doch.« Damit wäre er zumindest beschäftigt und würde keine Dummheiten begehen. »Was soll ich tun?« »Den Grill übernehmen.« »Dafür bin ich genau der Richtige. Wo ist das Fleisch?« »Es gibt Fisch.« Noah bemühte sich, keine Miene zu verziehen. Trotzdem lachte sie. »Du bist so durchschaubar. Ich habe ein Steak für dich aufgetaut. Der Fisch ist für mich.« Sie hielt ein Bambusstäbchen hoch. »Außerdem mache ich ein paar Gemüsespieße, um sie zu grillen.« Noah half ihr, die Schälchen mit dem Gemüse und ein Schneidebrett zu dem kleinen gusseisernen Tisch zu tragen, der auf der Veranda hinter ihrer Küche stand. Dann öffnete er den Deckel des Grills. Ihr japanischer Garten befand sich zur Linken, aber auch hier gab es jede Menge an üppigem Grün, das den Ort in flüsternder Stille einhüllte. Während er den Grill anzündete, saß Kit am Tisch und bereitete die Spieße vor. Sie waren die reinste Farbenpracht mit ihren bunten Paprikas und anderen Gemüse. Und tatsächlich freute Noah sich schon darauf. »Ich habe extra eine Marinade dafür gemacht«, erwähnte sie beiläufig, »aus Honig, Gewürzen und meiner Geheimzutat.« Ein Lächeln zuckte um Noas Mundwinkel. »Hast du das Rezept von David?« Er tappte. Ihr helles Lachen füllte die leeren Stellen in seinem Inneren. Es gab weiteres Gelächter, während sie das Essen zubereiteten. Mehr Lächeln, bis keine Beklommenheit mehr zu spüren war. Noah hatte das Gefühl, zu Hause zu sein. Das Essen schmeckte fabelhaft. Aber das Beste war, zusammen mit Kit hier draußen unter dem Sternenhimmel zu sitzen. Dumm nur, dass diese simple Freude nicht anhalten konnte. Seine Gedanken begannen zu rasen wie ein Hamster in seinem Rad, während sie den Tisch abräumten. Was zur Hölle sollte er tun, wenn es Zeit zum Schlafen gehen wurde? Auf keinen Fall würde er die Tabletten nehmen. Und seine andere Betäubungsmethode war nun dauerhaft gestrichen. Das Einzige, was er tun konnte, war, laufen zu gehen. Aber er würde Kit nicht allein in ihrem Haus lassen, nachdem ihr Stalker sich zurückgemeldet hatte. Dann mach eben Liegestütze und Rumpfbeugen, bis du erschöpft genug bist, um einzudösen, befahl er sich. Du darfst diese Sache nicht verbocken. Du weißt, dass heute Abend ein Dancing with the Stars Special im Fernsehen läuft, oder? Er stöhnte und vergaß seine Schlafprobleme für einen Moment. Du willst mich wirklich dazu nötigen? Kit stupste ihn mit der Schulter an. Ich lade dich dazu ein. Falls du lieber etwas anderes tun möchtest, mir egal. Noah lachte über ihren gespielt, beleidigten Ton. Seit wann bist du so passiv-aggressiv? Sie zwinkerte ihm zu, bevor sie eine Packung Blaubeeren aus dem Tiefkühlfach nahm und eine Handvoll in eine Schüssel gab. Dies ist Krieg. Sie hielt die Tüte hoch. Willst du auch welche? Ihre Frage ließ ihn überrascht den Atem ausstoßen. Er hatte noch nie gefrorene Blaubeeren gegessen, bevor Kit, so deren Lieblingsdessert sie zählten, ihn damit bekannt gemacht hatte. Und jetzt gab sie ihm eine zweite Chance. Nein, danke, ich bin satt. Noah folgte ihr ins Wohnzimmer und lümmelte sich neben sie auf die Couch, als sie sich im Schneidersitz darauf setzte. Da sie ihm nicht befohlen hatte, damit aufzuhören, legte er den Arm auf die Rücklehne und spielte mit Kits Haaren. Sie fasste nach hinten und entfernte den Gummi, sodass die seidige Mähne über seine Hand wallte. Bist du sicher, dass du nicht doch ein oder drei Blaubeeren möchtest? Du hast mir den Arm verdreht. Er wickelte eine Strähne um seinen Finger. Gib schon her. Sie steckte ihm ein Paar in den Mund. Ihre Blicke versenkten sich ineinander. Eine Sekunde später unterbrach das Intro der Sendung die süße Intimität dieses spannungsgeladenen Augenblicks. Noah hatte sich selten so gut amüsiert wie an diesem Abend. während er irgendwelchen berühmten und halbberühmten Leuten dabei zusah, wie sie eine heiße Sohle aufs Parkett legten. Zugegeben, für manche empfand er neuen oder aufrichtigen Respekt, weil sie sich dem aussetzten, aber hauptsächlich war er von Grauen erfüllt. Elastan, wurde das nicht schon vor zwanzig Jahren verboten? Kitsch stieß ihn lachend mit dem Ellbogen an. Hör auf damit. Ich traue meinen Augen nicht. Der Typ hat ein Paillettenkostüm an. Rockstars waren früher berühmt dafür, Pailletten zu tragen. Kein Rockstar, der voll bei Verstand war, hätte jemals Pailletten. Ihm blieb der Mund offen stehen. Ist das eine Schamkapsel? Echt jetzt? Er schnaubte verächtlich. Nie im Leben hat er so einen großen Schwanz. Außer vielleicht in seinen Träumen. Wahrscheinlich hat er sich zwei Bananen reingesteckt. Kitt musste sich so sehr beherrschen, um nicht lautlos zu prusten, dass ihr Gesicht ganz rot wurde und sie sich unfreiwillig an ihn lehnte. Noah legte den Arm um sie und realisierte im selben Moment, dass er nicht gegen sein Bedürfnis ankämpfen musste. Kitt hatte gesagt, dass sie es versuchen konnten, und er liebte es, ihren warmen Körper zu spüren, während sie lachte. Sie ließ die Umarmung zu, und jedes Mal, wenn er einen besonders frivolen Kommentar von sich gab, schlug sie ihm leicht auf den Schenkel und ermahnte ihn, sich zu benehmen. Wann immer sonst eine Frau seinen Schenkel berührt hatte, war es dabei um Sex gegangen. Die ersten Male, als Kitt es getan hatte, hatte er sich verspannt. Aber jetzt war es okay. Es war Kitt, und sie schauten zusammen eine alberne Fernsehsendung, die sie unverständlicherweise liebte. Alles war ganz normal. Noah hatte sich schon seit langer Zeit nicht mehr normal gefühlt. Kitt war in Sorge um Noah, als sie zu Bett ging, aber nach dem Desaster mit den Tabletten wollte sie nicht wieder auf dem Schlafthema herumreiten. Abgesehen davon wollte sie auch ihren ersten gemeinsamen Tag hier nicht mit einem Streit beenden. Nachdem sie ihm lächelnd eine gute Nacht gewünscht hatte, brauchte sie eine ganze Stunde, ehe sie einschlafen konnte, nur um drei Stunden später wieder wach zu sein. Sie war so benommen, dass es einen Moment dauerte, bis sie darauf kam, was sie geweckt hatte. Geräusche aus Noas Zimmer. Sie stand auf und zog ihren blauen Morgenmantel über, um nach ihm zu sehen. Seine Tür stand auf, aber Noah war nicht im Zimmer. Ein leiser Luftzug im Flur verriet ihr, wohin er gegangen war. Sie tapste zu der Tür, die in den Garten führte, und entdeckte ihn, nur in Boxershorts auf einer Bank sitzend. Er hatte die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt und hielt seinen Kopf zwischen die Hände. Im weichen Licht der solarbetriebenen Papierlaternen konnte sie sein Gesicht erkennen. Die nackte Qual, die darin stand, riss sie schier in zwei. Kit zog sich hastig zurück, bevor er sie bemerkte und presste den Rücken gegen die Wand. Sie schluckte und musste mehrmals blinzeln, um die Tränen zurückzuhalten. Erst als sie sich wieder im Griff hatte, trat sie nach draußen. Kannst du nicht schlafen? Sein Kopf fuhr hoch. Mist, ich hab dich geweckt. Wollen wir eine Runde laufen? Er schaute sie perplex an. Es ist halb drei Uhr morgens. Na und? Während sie sich wieder zum Haus umwandte, verkündete sie, ich gehe mich umziehen. Du hast Joggen. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann. Eine halbe Minute, nachdem sie ihre Schlafzimmertür geschlossen hatte, klopfte Noah an. Es ist wirklich alles in Ordnung, Kit. Sie machte ihm auf. Wir stecken gemeinsam in dieser Sache drinnen, Ohr. Du hast dir Dancing with the Stars mit mir angesehen und ich werde dich beim Laufen begleiten. Jetzt zieh dich um. Damit schlug sie ihm die Tür vor der Nase zu. Kit. Ich bin jetzt wach und werde Frühsport betreiben. Deine Entscheidung, ob du mir Gesellschaft leisten willst. Ein verärgerter Laut drang durch die Tür, doch dann hörte sie ihn zu seinem Zimmer gehen und als sie in ihrer Laufbekleidung herauskam, die Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, wartete er schon auf sie. Wir werden auf deinem Grundstück bleiben, sagte er und hob die Hand, als sie protestieren wollte. Dieser Stalker observiert dich. Das Risiko, dass er irgendwo dort draußen bewaffnet auf dich lauert, ist zu groß. Ich glaube zwar nicht, dass er uns einholen könnte, aber meinetwegen. Zumindest war dieses mit Hypotheken belastete Anwesen weitläufig genug für eine schweißtreibende Runde. Noah stemmte die Hände in die Hüften und kniff die Augen zusammen. Kit lenkte sonst nie so schnell ein. Was ist los mit dir? Sie machte ein unwirsches Geräusch. Wann habe ich behauptet, ein Morgenmensch zu sein? Damit drehte sie sich um und verschwand nach draußen. Schließ die Tür und stell die Alarmanlage an. Froh darüber, dass sie mitdachte und sich nicht blind auf ihre Bodyguards verließ, gab Noah den Code ein, um das Sicherheitssystem zu aktivieren. Dann zog er die Tür hinter sich zu, die sich daraufhin automatisch verriegelte. Vor ihm wärmte Kit sich auf. Noah tat das sonst nie. Er rannte einfach darauf los, bis die Albträume nicht mehr mithalten konnten. Aber heute machte er Dehnübungen, um Kit Gesellschaft zu leisten. Schließlich liefen sie los. Ein Spazierweg entlang, der sich durch die Bäume auf ihrem Grundstück schlängelte. Noah brauchte eine Weile, um die richtige Geschwindigkeit zu finden. Kit war fit, aber er hatte eine längere Schrittweite, außerdem joggte er wesentlich häufiger als sie. Es gab keine sportliche Übung, für die sie sich weniger begeistern konnte. Dass er ihretwegen sein Tempo zügeln musste, störte ihn jedoch überhaupt nicht. Stattdessen genoss er es, nicht allein im Dunkeln zu sein, sondern sie bei sich zu haben. Die Tatsache, dass sie sich freiwillig dazu bereit erklärt hatte, obwohl sie Laufen nicht mochte, stellte alle möglichen Dinge mit seinem Herzen an. Wirst du einen Pool bauen? Noah wusste, dass dieses Manko ein entscheidender Nachteil an dieser Immobilie gewesen war, aber Kit hatte sie trotzdem gekauft, weil es damals schnell gehen musste. Ihr psychopathischer Stalker hatte sich nicht damit zufrieden gegeben, auf ihr Bett zu ejakulieren, sondern außerdem Liebesbriefe unter der Tür ihres Stadthauses hindurchgeschoben. Sie hatte dort herausgemusst. Sobald ich das nötige Geld habe, ich habe es. Ich werde so tun, als hättest du das nicht gesagt. Der nächtliche Wind zerzauste ihm die Haare, als Noah entschlossen das Kinn vorschob. Wenn wir zusammen wohnen, werde ich auch meinen Beitrag leisten. Er wollte seinen Beitrag leisten, sich einbringen, um Kids zu Hause in ihrer Beider zu verwandeln und sie auf diese Weise auf einem ganz neuen Level aneinander zu binden. Wir haben noch nicht einmal einen ganzen Tag zusammen gewohnt. Lass uns nochmal darüber sprechen, wenn ein Jahr verstrichen ist. Zwei Monate. Kit schnaubte. Acht. Sechs. Abgemacht. Noah grinste. Was für eine Art Pool hättest du denn gern? Sie seien von der Seite an. Sei leise und lauf. Er lachte auf und sie rannten durch die stille, sternenklare Nacht. Als sie einen der Wachmänner passierten, nickten sie ihm ohne anzuhalten grüßend zu. Erst nach der vierten Runde um das Gelände blieb Kit vor ihrer Haustür stehen und stützte die Hände auf die Knie. Genug, keuchte sie. Ja. Wenn er allein war, lief er normalerweise stundenlang. Das Joggen mit Kit war anders gewesen. Daher wusste er nicht, ob er müde genug war, um einschlafen zu können. Aber zumindest fühlte er dieses schwarze Loch in seinem Innern nicht mehr so stark. Lass uns reingehen. Noah schlief tatsächlich. Nicht viel, aber etwa genauso lange, wie er es tat, wenn er sich völlig verausgabt, wahlweise sein Zorn aus sich heraus gefögelt hatte. Zwar war es ihm darum nicht allein gegangen, wenn er mit irgendwelchen Groupies geschlafen hatte, sondern auch um die Befriedigung seines verdrehten männlichen Stolzes. Aber er wollte sich heute nicht mit seiner verkorksten Psyche auseinandersetzen, weil er an diesem Morgen nämlich nicht mit einem widerlichen Geschmack im Mund aufwachte, sondern den Duft von Kaffee roch. Er verließ das Schlafzimmer, ohne sich einen Jeans über seine schwarze Boxershorts zu ziehen, Kit hatte ihn sowieso schon so gesehen, und betrat gerne die Küche. Ich dachte, du wolltest ausschlafen. Kit hob nicht den Blick von der Schachtel, deren Aufschrift sie gerade las. Ich konnte nicht, meine innere Uhr ist schuld. Was ist das? Noah beugte sich über den Tresen, klaute ihren Kaffee und trank einen ausgiebigen Schluck. Eine Waffelbackmischung? Sein Magen knurrte. Als sie zu ihm aufsah, stahl sich ein Lächeln in ihr Gesicht, bevor es einem Stirnrunzeln wich. Du siehst schrecklich aus. Es war gelogen. Noah sah fabelhaft aus mit seinen zerzausten Haaren, den gebräunten muskulösen Schultern und seinem nackten Oberkörper, der viel zu schön war für ihren Seelenfrieden, und seine grauen Augen leuchteten. Danke für das Kompliment, Katie. Keine Waffeln für dich. Jetzt komm schon. Sein Grinsen machte ihn, was unmöglich schien, noch anziehender. Er stellte den Becher weg, kam um den Tresen herum, und da sah sie, dass er keine Jeans trug. Wetten, dass ich dich umstimmen kann? Als er sie um die Taille fasste und zu sich heranzog, klatschte sie ihm die Packung mit der Backmischung gegen die Brust. Bis hierher und nicht weiter. Ihr Magen schlug saltus, ihre Haut fühlte sich heiß an. Stattdessen schlang er die Arme um sie und presste die Stirn an ihre. Guten Morgen. Ich hasse diese Tageszeit. Sie bemühte sich, ihre Stimme festklingen zu lassen. Es fiel ihr schwer, weil sie Noah noch nie so erlebt hatte. Gut gelaunt, das Jahr aber noch nie so fröhlich. Er schien mit seinem ganzen Körper zu lächeln. Wenn jeder Tag so beginnen würde, könnte sie den Morgenstunden vielleicht doch etwas abgewinnen. Ich werde uns frische Waffeln machen, sagte er und strahlte sie an. Kit fiel die Kinnlade runter. Seit wann kannst du kochen? Ich habe nicht gesagt, dass ich kochen kann, sondern nur, dass ich Waffeln machen kann. Noah legte die Hand an ihre Wange, sein Gesicht noch immer erhellt von diesem betörenden Lächeln. Ich habe doch früher mal in diesem Imbiss gearbeitet, weißt du noch? Kurz nachdem die Jungs und ich nach Los Angeles gekommen waren. Jedenfalls hat es mir der Koch beigebracht. Ein weiblicher Koch? fragte sie und erkannte die Antwort in seinem schelmischen Blick. Kit gab sich empört, indem sie die Brauen zusammenzog und ihn an den Schultern wegschob. Dabei musste sie an sich halten, um nicht über seine warme, seidige Haut zu streicheln. Diese berühmten Waffeln will ich sehen. Kit wollte nicht wirklich, dass er sie losließ. Noah nahe zu sein, wenn er in dieser Stimmung war. Sie hätte gleichzeitig Lachen und Weinen mögen. Er rieb mit dem Daumen über ihre Wange. Dann gab er sie frei. Wo ist dein Mehl? An derselben Stelle wie deine Hose, murmelte sie und musste selbst lächeln, als er den Kopf lachend zurückwarf. Los, zieht ihr was an, sonst verbrennst du dir noch dein bestes Stück. Noch immer grinsend verschwand er kurz in seinem Zimmer, bevor er in einer Jeans zurückkam, die Kit anhand der vielen fadenscheinigen Stellen sowie des Risses, der direkt unter Noas Hintern klaffte, sofort wiedererkannte. Trägst du die etwa in der Öffentlichkeit? Er zuckte mit den Schultern. Ich habe sie während unserer Tournee oft auf der Bühne angehabt. Die Eifersucht nagte mit spitzen kleinen Zähnen an ihr. Kit spannte den Bauch an und rang dieses garstige Gefühl nieder. Wenn sie auf alle Frauen, die Noah begehrten oder mit ihm geschlafen hatten, eifersüchtig wäre, würde sie damit alles zwischen ihnen zerstören, bevor sie auch nur eine Chance gehabt hatten. Sie musste loslassen. Aber es war hart, verdammt hart. Gefunden, triumphierend dreckte er ihren Mehlbehälter in die Luft. Sie lächelte, weil sie nichts anderes konnte, wenn er bei ihr war und sie auf diese Weise ansah. Dann half sie ihm dabei, die anderen Zutaten zusammenzusuchen. Er verquirlte gerade den Teig, während das Waffeleisen vorheizte, als ihr Handy klingelte. Kit schaute auf das Display und stellte fest, dass es ihre Agentin war. Harper? Kit machte sich auf eine schlechte Nachricht gefasst. Andernfalls würde sie bestimmt nicht um halb sieben Uhr morgens anrufen. Schieß los. Ezra Daly hat sich gemeldet. Harper klang geradezu euphorisch. Er will, dass du um zehn zu Probeaufnahmen erscheinst. Kit musste sich am Küchentresen abstützen. Bist du sicher, dass er nicht betrunken war? fragte sie, während sie vergeblich versuchte, ihr rasendes Herz zu beschwichtigen. Das war ziemlich früh für einen Anruf. Er hat verrückte Arbeitszeiten. Schaff deinen Allerwertesten um zehn ins Studio. Andernfalls werde ich bestreiten, dich zu kennen. Wohin muss ich genau? Kit notierte sich die Details, anschließend drehte sie sich zu dem hinreißenden Rockstar in ihrer Küche um, der gerade Teig in das Waffeleisen goss. Der Anblick war auf wundervolle Weise ebenso surreal wie die Worte, die sie zu ihm sagte. Ich bin zu Probeaufnahmen für Redemption eingeladen. Noas Augen leuchteten vor Freude auf. Ich wusste es doch. Eineinhalb Stunden später, die Waffeln waren verputzt und Kit saß in ihrem Garten und meditierte, um sich mental auf die Probeaufnahme vorzubereiten, rief Harper noch einmal an. Die sonst so coole, gefasste Agentin war völlig aus dem Häuschen. Dank Kitts neuem Renommee hatte das Kosmetikunternehmen ein überarbeitetes Angebot geschickt, das den ursprünglichen Vertrag auf sämtliche internationalen Märkte erweiterte. Dieses Mal kann ich keine fiesen Klauseln darin entdecken, sagte Harper. Ich werde den Vertrag trotzdem von unseren Anwälten prüfen lassen. Wenn sie keine Einwände erheben, solltest du ihn gleich morgen unterzeichnen. Kitt legte in dem Wissen auf, dass ihr finanzieller Engpass bald überstanden sein würde und, wenn alles gut ging, ihre Karriere kurz davor stand, zu einem gigantischen Höhenflug anzusetzen. Eigentlich müsste sie Harpers Begeisterung teilen. Aber … Sie hockte im Schneidersitz auf ihrer Yogamatte und ließ die Augen auf Noah ruhen, der nicht weit entfernt vor dem Kirschblütenbaum saß und träge auf seiner Gitarre spielte. Die Musik störte sie nicht beim Meditieren. Zum einen gefiel sie ihr, zum anderen genoss sie es, Noah in der Nähe zu haben. Trotzdem fühlte es sich an, als würde ein ganzer Ozean sie trennen. Es hatte nichts mit Sex zu tun. Zwar begehrte Kitt ihn so sehr, dass sie kaum atmen konnte, aber wenn Sex für ihn eine Waffe war, die er benutzte, um sich selbst zu schaden, würde sie einen Weg finden, um damit klarzukommen. Nein, was sie wirklich schmerzte, war die Tatsache, dass er ihr nicht genügend vertraute, um ihr zu sagen, was diese noch immer blutende Wunde in seiner Seele verursacht hatte. Als Noah den Kopf hob und ihre Blicke sich trafen, sah Kitt in seinen Augen eine Zukunft mit einem Mann, der ihr bester Freund war und der trotzdem für immer seine Geheimnisse haben und ein Teil seiner Seele vor ihr verbergen würde. Könnte sie damit leben? Noah schloss das Verdeck seines Cabrios, bevor er Kitt zu den Probeaufnahmen chauffierte. Er behauptete, damit ihre Frisur schützen zu wollen, aber ihre Miene verriet, dass sie ihm das nicht abnahm. Er wartete auf ihren Protest, doch seinen Schluss stand fest. Um keinen Preis würde er zulassen, dass der Stalker ihr diesen Tag ruinierte, der den entscheidenden Wendepunkt in ihrer Karriere darstellen konnte. Sie schüttelte zwar den Kopf, versuchte jedoch nicht, ihn umzustimmen, und so rollten sie wenige Minuten später durch das Tor, wo sie vom Blitzlicht der Kameras begrüßt wurden. Die Asker warteten auf eine Exklusivstory, um den derzeitigen Medienrummel weiter anzuheizen. Was zur Hölle glauben, die werden wir tun? fragte Noah, sobald sie es an ihnen vorbeigeschafft hatten. Uns nackt ausziehen und vor dem Tor ein Tänzchen aufführen? Denk an Will Taylor, Noah ächzte. Der zählt nicht. Der Countrystar hatte sich während eines Inselurlaubs nicht nur in Flagranti mit seiner Geliebten erwischen lassen, sondern war anschließend auch noch dabei fotografiert worden, wie er splitternackt vor einem Hotelfenster gestanden und sich von einer anderen Frau ein hatte blasen lassen. Offenbar hatte er angenommen, das Fenster sei verspiegelt. Mit Will Taylor lässt sich in einer Unterhaltung nicht punkten. Das wäre zu banal. Wenigstens hatte er seinen Cowboy-Hut auf, bemerkte Kit lachend. Wirklich peinlich wäre es gewesen, wenn man ihn ohne Kopfbedeckung ertappt hätte. Hör auf! Ich will mir nicht vorstellen, was irgendein Kerl anhatte, während ihm ein Groupie den Schwanz gelutscht hat. Vom Beifahrersitz kam keine schlagfertige Antwort. Kit war plötzlich verstummt. Da realisierte er, was er gesagt hatte. Er war zwar nie dabei abgelichtet worden, aber von wie vielen Groupies hatte er sich schon einblasen lassen. Noah konnte sich nicht an ihren Namen erinnern, hatte sie vermutlich nie gewusst. Ihre Gesichter waren verschwommen gewesen, während ihre Münder Dinge mit ihm angestellt hatten, auf die sein Körper reagiert hatte, doch sein Herz war kalt geblieben. Die meiste Zeit hatte er sich wie von außen betrachtet, so als würde ein anderer Mann von ihn berührt. Er war nur dann wirklich präsent gewesen, wenn sich sein Zorn geregt und ihn in einen Rohling verwandelt hatte. Er hatte nie eine Frau misshandelt, aber in den Wutnächten hatte er seine Gespielinnen danach ausgewählt, ob sie damit klarkamen. Dann hatte er sie benutzt und vor die Tür gesetzt, sobald er fertig war. Diese Person war er lange Zeit gewesen. Ein Mistkerl, der Frauen als Objekte betrachtete, die einzig dem Zweck dienten, die Albträume in Schach zu halten. Dann war Kit in sein Leben zurückgekehrt. Es tut mir leid. Die Entschuldigung war mehr als unzureichend, aber er wusste nicht, was er sonst sagen sollte. Er konnte seine Vergangenheit nicht auslöschen. Wäre das möglich, hätte er schon als Kind die Erinnerungen aus seinem Gedächtnis getilgt, um die Chance zu haben, normal aufzuwachsen. Sag das nicht, beschwor Kit ihn sanft und doch unerwartet eindringlich. Diese Sache wird nicht funktionieren, wenn du ständig das Gefühl hast, dich entschuldigen zu müssen. Sie hatte die Hände auf ihren Schenkeln zu Fäusten geballt. Wir beide müssen ganz neu anfangen. Noah wusste, dass es nicht so simpel sein würde, weil ihre Geschichte sie aneinanderband. Ein weiteres Problem war, dass er diesen Groupies etwas gegeben hatte, was er Kit vorenthielt. Sein Körper spannte sich an, seine Finger umklammerten das Lenkrad. Wenn er mit Kit schliefe, würde das entweder seine innere Kälte oder seinen Zorn zum Vorschein bringen. Das waren die einzigen Optionen, und er wollte ihre Beziehung nicht auf diese Weise beschmutzen. Aber wäre es wirklich so schlimm, wenn er Kit damit glücklich machte? Er spürte es immer, wenn der Zorn sich ankündigte, darum müsste er einfach einen Moment der Kälte abpassen. Kit würde es nicht merken, und man sagte ihm nach, dass er gut im Bett sei. Der Sex mit ihm war nicht ausdauernd und liebevoll, wie er es aus romantischen Filmen und Büchern kannte, sondern hart und schnell. Mechanisch, was ihn betraf. Aber bislang hatte sich noch keine Frau beschwert. Jeder seiner Muskeln war bis zum Zerreißen gespannt, als er beschloss, es heute Abend zu tun. Das war es ihm wert, um das Band zwischen Kit und ihm zu festigen. Wieg hier ab, unterbrach ihre Stimme seine Gedanken und brachte das Eis zum Splittern. Der Sicherheitsdienst sollte unseren Namen haben. Nachdem sie das Tor zum Studio passiert hatten, folgte Noah Kitts Anweisungen bis zum Parkplatz, wo er den Mustang in eine freie Lücke manövrierte. Er ging um den Wagen herum und hatte seine Gefühle wieder unter Kontrolle, als er bei Kit angelangt war. Du wirst sie umhauen, ein zittriges Lächeln. Plötzlich habe ich Angst, bekannte sie. Dies ist die wichtigste Chance in meiner Karriere. Niemand außer dir könnte dieser Rolle gerecht werden. Noah hatte das Drehbuch auf dem Heimweg vom Festival gelesen und sofort erkannt, dass sie Kit wie auf den Leib geschneidert war. Behalte das einfach im Hinterkopf. Und wenn das nicht hilft, stell dir vor, wie Abigail Rutledge bei der Premiere über dich triumphiert. Eine steile Falte erschien zwischen Kitts Brauen. Das wird nicht passieren. Das ist meine Katie, sagte Noah und zog sie an sich. Eigentlich war er kein Fan von Umarmungen, aber im Fall von Kitt fing er langsam an, sie zu genießen. Sie atmete tief durch, nachdem er sie losgelassen hatte. Dann setzte sie ein Lächeln auf und reckte beide Daumen in die Luft. Wir sehen uns, wenn sie mit mir fertig sind. Ich vermute, es wird mindestens eine Stunde dauern. Ist es okay für dich, allein hineinzugehen? Sie hatte Butch und Casey gebeten, heute auf dem Anwesen zu bleiben. Ja, Ezra hat selbst ein paar Stalker am Hals. Es sind harmlose Typen, die ihm nichts antun wollen, sondern nur versuchen, sich ins Studio zu schleichen, um seine Sachen als Souvenirs zu klauen. Aber wegen ihnen wird das Gelände gut bewacht. Kitt wies mit dem Kinn zu dem Sicherheitsbediensteten neben der Tür, durch die sie musste. Ich sollte jetzt besser gehen. Hals- und Beinbruch. Noah sah zu, wie sie verschwand. Anstatt beim Wagen zu warten, unternahm er einen Spaziergang und machte einen Getränkestand ausfindig. Er kaufte sich einen becher schwarzen Kaffee und schlenderte zum Parkplatz zurück. Da sah er, dass es in der Kulissenstraße zu seiner linken von Filmleuten wimmelte. An einem Mauer gelehnt beobachtete er, wie sie alles für eine Regenszene vorbereiteten, als er plötzlich merkte, dass jemand ihn von der Seite anstarrte. Ihm stellten sich die Nackenhaare auf und er wandte den Kopf. Verdammt, es war nicht der Stalker, sondern der Kerl, mit dem Kitt sich getroffen hatte, bevor sie und Noah zusammengekommen waren. Terrence Gates. Hi. Noah richtete sich auf. Ich nehme an, sie wollen mir die Visage polieren. Für den Anfang? Gates taxierte ihn mit verschränkten Armen durch die Gläser seiner Metallrandbrille. Sie verdienen Kitt nicht. Nein, das tue ich nicht. Es war eine Tatsache, aber sie gehört zu mir und ich habe nicht vor, sie aufzugeben. Terrence kalter Blick wurde noch eisiger. Seine haselnussbraunen Augen wirkten wie aus Granit. Nun, ich werde da sein, um sie aufzufangen, wenn sie sie fallen lassen. Verlierertypen wie sie tun das irgendwann immer. Noahs Blut begann zu sieden, aber er hielt seinen Zorn eisernen Schach. Kitt würde es ihm nicht danken, wenn er an ihrem Arbeitsplatz eine Szene machte. Darauf können sie lange warten, entgegnete er lässig und konnte sich nicht beherrschen, ein anzügliches Grinsen aufzusetzen, um den Mann zu provozieren. Dieser machte einen Schritt auf ihn zu und hob den Arm, als wollte er zu einem Schlag ausholen. Aber Noah würde das nicht zulassen. Sie wollen sich mit mir anlegen? Sein Ton war eisig. Na schön, wählen Sie Zeit und Ort, aber es wird ganz sicher nicht hier auf dem Studiogelände passieren. Sie waren von Leuten mit Handys umgeben, von denen viele sich bestimmt gern ein paar Extra-Dollar verdienten, indem sie ein Foto an die Presse verkauften. Vermutlich hat sie schon jemand dabei geknipst, wie sie mir drohen. Terrence starrte ihn noch einen Moment an, bevor er auf dem Absatz kehrtmachte und davon stolzierte. Noah versuchte sich weiterhin über ihn zu ärgern, aber es gelang ihm nicht. Terrence hatte jedes Recht, zornig zu sein. Sicher, der Drehbuchautor hatte sich augenscheinlich wie ein Wichser benommen, nachdem die Fotos von der Gala erschienen waren, aber gegen Eifersucht war nun mal kein Kraut gewachsen. Alles wies darauf hin, dass Terrence Kidd bis zu jedem Tag äußerst zuvorkommend behandelt hatte. Noah hingegen … Er zerknüllte seinen Pappbecher und warf ihn in einen Abfalleimer. Dann kehrte er zu seinem Wagen zurück. An der Windschutzscheibe haftete ein gelber Flyer. Vermutlich der raffinierte Versuch einer kleinen Filmfirma, die Aufmerksamkeit eines Studiobosses zu erregen. Jeder hatte nun mal zu kämpfen. Noah, der vollstes Verständnis dafür hatte, wenn jemand die Initiative ergriff, zog den Zettel unter dem Scheibenwischer hervor und drehte ihn um. Scheiße. Auf das gelbe Papier war eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von ihm und Kidd gedruckt. Sie war auf dem Festivalgelände gemacht worden, dem Anschein nach von einem Profi. Müsste er raten, würde er sagen, dass es sich um einen Ausdruck von der Website einer Zeitung oder eines Magazins handelte. Soweit er erkennen konnte, war auf dem Originalfoto eine lächelnde Kidd zu sehen gewesen, wie sie auf dem Boden des Zenitgeländes saß von seinen Armen umschlungen, sein Kopf ihr zugeneigt. Doch auf dieser Kopie hatte der Stalker den Großteil von Noas Gesicht mit einem schwarzen Filzstift überkritzelt, bis ein Loch in dem Papier entstanden war. Außerdem hatte er mit roter Tinte das Wort Hure quer über Kidds Gesicht geschrieben. Noah wollte das verdammte Ding schon zusammenknüllen, als ihm einfiel, was Kidd neulich getan hatte. Er kramte eine Tüte aus seinem Handschuhfach, steckte den Zettel hinein und verstaute beides wieder darin. Lieber hätte er Kidd nichts davon erzählt, um ihr nicht ihren hoffentlich grandiosen Tag zu verderben, aber er musste es tun, damit sie wusste, dass der Stalker tatsächlich Zugang zum Studiogelände hatte. Er hätte gern darauf bestanden, sie jeden Tag, an dem sie hier sein musste, zu begleiten. Aber darauf würde sie sich niemals einlassen. Wenigstens würde sie Butch und Casey zu ihrem Schutz haben. Verflucht, woher hatte dieser Drecksack gewusst, dass die beiden Bodyguards heute zu Hause geblieben waren? Die wahrscheinlichste Erklärung war, dass der Stalker die Gesichter von Kidds Personenschützern inzwischen kannte und sich deshalb sicher gewesen war, dass niemand den Mustang im Auge behielt. Noah ließ den Blick über die Crew schweifen, die emsig in der Außenkulisse beschäftigt war. Ein Darsteller mit einem Kiefer wie ein Amboss unterhielt sich gerade mit dem bärtigen Regisseur. Der Schauspieler und Kidd hatten sich vor etwas mehr als einem Jahr gedatet und soweit Noah wusste, war die Trennung alles andere als freundschaftlich verlaufen. Kidd und der Action-Heini waren gerade zweimal miteinander ausgewiesen, als der Vollpfosten die Geschichte von ihrer leidenschaftlichen Beziehung in die Presse lanciert hatte. Offenbar war es pure Fantasie gewesen und Kidd hatte ihn sofort in den Wind geschossen. Terence stand nicht weit von ihnen und diskutierte mit einer kleinen, stämmigen Frau. Diese beiden Männer waren weder die einzigen noch die wahrscheinlichsten Verdächtigen. Der Action-Heini trieb es derzeit mit einem Aktenmodell, das sich zur Reality-Soap-Darstellerin gemausert hatte. Und was Terence Gates betraf, hatte der von Eifersucht zerfressene Stalker weiterhin sein Gift verspritzt, während Kidd sich mit dem Auto getroffen hatte. Aber Stalker waren psychisch labil. Somit konnte er Gates nicht automatisch von der Liste streichen. Vielleicht hatte er Kidd weiter Angst gemacht, damit sie sich an ihn band. Und der Action-Star könnte die eine Frau vögeln und trotzdem von der anderen besessen sein. Noah würde die Bodyguards bitten, ein Auge auf die beiden Männer zu haben, wenn sie in der Nähe waren. Leider gab es hier noch so viele andere, von denen jeder eine obsessive Liebe zu Kidd entwickelt haben könnte, nachdem sie ihn freundlich angelächelt oder sich für eine Tasse Kaffee bedankt hatte. Mehr brauchte ein Mensch mit wahnhaften Zügen nicht, um in seinem Kopf ein ganzes Leben, eine echte Beziehung zu erschaffen. Dieser Oberbeleuchter, jener Bühnenbauer oder sogar dieser übergewichtige Charakterdarsteller, es konnte jeder von ihnen sein. Frustriert wandte Noah sich der Tür zu, durch die Kidd verschwunden war, als sie im selben Moment aufging und die Frau heraustrat, um die seine Gedanken kreisten. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Noah wusste, das konnte entweder sehr gute oder sehr schlechte Nachrichten bedeuten. Da sie nicht sagte, schwieg auch er, als sie einstiegen und abfuhren. Und? fragte er, als sie den Parkplatz verlassen hatten und vor neugierigen Blicken sicher waren. Vom Beifahrersitz ertönte ein Freudenschrei. Ezra war völlig hin und weg von mir. Er hat zwar den Kuhlen markiert und so getan, als sei er nicht wirklich überzeugt, aber ich konnte sehen, wie das Feuerwerk in seinem Kopf gezündet hat. Heute Nachmittag will er noch Abigail ansehen, aber ich glaube, es geht ihm dabei nur darum, seine Verhandlungsposition in Bezug auf den Vertrag zu stärken. Ich habe ihn in der Tasche und wir beide wissen es. Kidd unterbrach sich kurz, um Luft zu holen. Anschließend haben wir uns noch 25 Minuten ausführlich über das Drehbuch unterhalten. Er wollte wissen, ob ich angesichts der Umstände mit Garrison arbeiten könne, wenn Abigail die Rolle nicht bekommt. Und ich habe erwidert, dass ich ein Profi bin. Sie schöpfte wieder Atem. Ich fühle, dass ich sie habe, Noah. Und wenn doch nicht, dann nur, weil Ezra es sich aus taktischen Gründen anders überlegt. Aber so schätze ich ihn nicht ein. Er mag ein arroganter Pinsel sein, aber er ist auch ein brillanter Regisseur, der seinen Namen nicht für etwas hergeben würde, hinter dem er nicht mit Leidenschaft steht. Sie warf Noah einen Luftkuss zu. Und dank dir habe ich Abigail in Sachen Publicity inzwischen eingeholt. Das Thema ist also vom Tisch. Du bist die beste, Kidd. Basta. Noah liebte es, sie so zu sehen, so glücklich und aufgeregt und zuversichtlich. Lass uns auf dem Heimweg eine Flasche Champagner besorgen und sie kaltstellen, bis die gute Nachricht eintrifft. Nein. Sie seufzte schwer. Trotz aller Zuversicht darf man die Dinge nicht beschreien. Schon klar. Er lachte über ihre entzückend ernste Miene, während er den Mustang in eine Kurve lenkte. Ich vergesse immer wieder, wie Abergläubelschauspieler sein können. Und das aus gutem Grund. Ich habe in einem kleinen Theater einmal in Macbeth mitgespielt. Schaudern schlang sie die Arme um ihren Oberkörper. Nie wieder. Dieses Stück ist echt verhext. Er streckte die Hand aus und gab ihr einen Nasenstüber. Und du, Katie, bist echt süß. Sag das noch einmal und ich beiße dich. Noah hätte die ausgelassene Stimmung gern bestehen lassen. Aber er wusste, dass er ihr von dem Flyer erzählen musste. Wie Kit selbst gesagt hatte, konnte sie sich nur schützen, wenn sie über alles informiert war. Seine Hals- und Kiefermuskeln waren angespannt, als er sagte, der Stalker hat Zugang zum Filmgelände. Nach einem Moment der Stille hörte er, wie sie den Atem ausstieß. Was hat er getan? Noah erzählte es ihr. Du musst es dir nicht ansehen, sagte er, als sie das Handschuhfach öffnen wollte. Ich habe nichts geheim gehalten. Ihr vertrauensvolles Nicken war besser als jeder Lottogewinn. Sie lehnte sich in den Sitz zurück und sagte in einem Ton, der eher nachdenklich als furchtsam klang. Es würde einiges erklären, wenn er in der Filmbranche tätig wäre. Inwiefern? Als damals bei mir eingebrochen wurde, war ich gerade auf einer kleinen Party im Haus einer Kamerafrau, die ich aus meiner Zeit bei Primrose Avenue kannte. Nicht viele wussten, dass ich dort sein würde. Vermutlich hätte der Stalker einfach mein Haus observieren können. Aber das war nicht das einzige verdächtige Vorkommnis. Sie trommelte mit den Fingern auf ihre Knie. Einmal, als ich während eines Drehs in meinen Trailer zurückkehrte, hatte ich das Gefühl, als hätte sich jemand an meiner Handtasche zu schaffen gemacht. Es fehlte nichts. Darum dachte ich, es läge an meiner Paranoia. Trotzdem habe ich die Schlösser am Tor, meinem Haus und meinem Wagen austauschen lassen. Ein paar Tage später entdeckte ich Kratzspuren an meinem Autoschloss. So, als hätte jemand versucht, einen Schlüssel hineinzustecken. Noah umklammerte mit aller Kraft das Lenkrad. Hast du das der Polizei gemeldet? Natürlich. Und dem Sicherheitsdienst auf dem Studiogelände. Aber du weißt ja, wie viele Leute sich dort immer gleichzeitig herumtreiben. Es ist wie eine Miniaturstadt. Und da ich keine Drohbriefe erhielt oder irgendetwas, das charakteristisch für Stalker ist, folgerte ich, dass es sich um einen gewöhnlichen Dieb gehandelt haben muss. Du nimmst das alles viel gelassener als ich. Noah wollte diesen Psychopathen erwürgen. Kit tätschelte beschwichtigend seinen Arm. Ich hatte ja auch viel länger Zeit, die Phase der Wut zu überwinden. Inzwischen konzentriere ich mich darauf, keine emotionale Energie an ihn zu verschwenden, sondern klug zu handeln und ihm keinerlei Gelegenheit zu bieten. Sie entspannte sich in ihrem Sitz. Hast du seit unserer Rückkehr schon mit Abe gesprochen? Ja, heute früh nach dem Frühstück. Der Keyboarder war in keiner guten seelischen Verfassung gewesen, darum hatte Noah ihn dazu gedrängt, vorbeizukommen, damit er nicht allein mit seinen Dämonen wäre. Aber jemand war schneller gewesen als er. Er übernachtet bei David und Thea. Was ist mit Sarah? Sie wollte nach Hause fahren, aber Fox und Molly konnten sie überzeugen, fürs Erste bei ihnen zu wohnen. Ihr Gesicht muss heilen, bevor sie sich wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen kann. Außerdem machen sie sich Sorgen, weil ihr Ex einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hat. Nach den Verletzungen, die Jeremy Van Sarah zugefügt hatte, wollte niemand riskieren, sie an einem Ort allein zu lassen, zu dem der Kerl Zugang hatte. Ich kenne solche Typen, merkte Kit mit grimmiger Stimme. Es sind Feiglinge, die warten, bis sie ihr Opfer allein antreffen. Noah nickte, der erstimmte völlig mit ihr überein, dass ein Mann rückgratlos sein musste, wenn er eine Frau schlug. Thea ist zusammen mit einem Wachmann unauffällig in Sarahs Wohnung gegangen und hat Kleidung und andere persönliche Sachen geholt. Jetzt kümmert sie sich darum, dass die Schlösser ausgewechselt werden. Es muss unauffällig geschehen, darum wird es ein paar Tage dauern. In der Zwischenzeit würde Sarah in Deckung bleiben und Abe bei Freunden wohnen, die wussten, welche Zeitbomben in ihm tickten und wie man sie entschärfte. Es gibt auch eine schlechte Nachricht. Thea hat mehrere Anrufe von Reportern bekommen, denen zugetragen wurde, dass es auf dem Festival zwischen Abe, Sarah und Jeremy eine Auseinandersetzung gegeben hat. Sie wittern eine Story. Miss, das ist das Letzte, was Sarah oder Abe jetzt brauchen. Kit schaute ihn entschlossen an. Lass uns die Paparazzi ablenken, indem wir ihnen ein spektakuläres Foto liefern, so dass sie zu beschäftigt sind, um sich für ein Ex-Paar zu interessieren. Noah erhob keine Einwände gegen Kitts Vorschlag. Wenn er seinem Freund damit helfen konnte, war er gern dazu bereit. Öffentliche Liebesbekundung? schlug er vor und hatte dabei so etwas im Sinn wie auf dem Festival. Eine Nähe, bei der sich keiner von ihnen unbehaglich fühlte. Ein Lächeln umspielte Kitts Lippen. Nein, lass uns ein bisschen kitschig sein. Vergiss es, das mache ich nicht. Noah erschauerte. Erwarte nicht von mir, dass ich dir Kuscheltiere oder solches Zeug kaufe. Einen Teddy würde er ihr jedoch schenken, weil sie sich den wünschte. Es wäre niedlich mit anzusehen, wie Kit sich voller Entzücken über ein Plüschtier freute. So etwas wäre aber romantisch. Ihr Ton war staubtrocken. Dann würden die Paparazzi jedenfalls anbeißen. Noah sind Joan gezähmt. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Er tat, als müsse er würgen. Ich wusste nicht, dass ich mich auf solch teuflische Folterqualen einlasse. Sie lachte auf. Dann lass du dir etwas einfallen. Ich habe die Presse noch nie bewusst auf diese Weise manipuliert. Wir könnten uns dabei erwischen lassen, wie wir im Auto rumknutschen. Am helllichten Tag? Ich glaube nicht, dass mir das jemand abkaufen würde. Sie hielt kurz inne, bevor sie mit weicher, kaum vernehmbarer Stimme hinzufügte. Außerdem soll unser erster Kuss, wenn es denn dazu kommt, uns allein gehören. Noah stockte für einen Moment der Atem. Er wusste nicht, wie man küsst. Ein anderes Gesicht, so nah an seinem zu haben, wäre zu intim, zu aufdringlich. Wenn er Frauen vögelte, übernahm er die Kontrolle. Aber ein Kuss würde sie ihm nahe bringen, sie ihm einprägen. Er zog Distanz vor. Das mochte bescheuert sein, aber im großen Gesamtgefüge war es nur ein unwichtiges Detail. Du bist wieder dran, meinte er. Keine öffentliche Liebesbekundung, kein Kitsch, kein Knutschen. Ich könnte mich dabei erwischen lassen, wie ich die Hand auf meinen Bauch lege, schlug Kit mit einem heiteren Lachen vor. Das wäre ein Riesenspaß. Nur, dass die Leute es glauben würden und ich Redemption vergessen könnte. Noah lachte nicht. Du möchtest Kinder? Ja. Sie zögerte. Ich weiß, du willst keine, aber ich wünsche mir wirklich welche. Als ich das sagte, hatte ich nur vor Augen, dass irgendein armes Kind mit mir als Vater geschlagen sein würde. Damit war er voll ins Fettnäpfchen getreten. Aber mit dir wäre es etwas anderes. Noah wusste, dass Kit eine großartige Mutter sein würde und wenn er mit ihr zusammen war, war er ein besserer Mensch. Sollten sie je den Punkt erreichen, an dem Kinder eine Option wären, würde sie ihm beibringen, ein guter Vater zu werden und er würde ihre Ratschläge befolgen. Noah würde niemals wollen, dass sein Nachwuchs ihn hasste, wie er Robert St. Joan hasste. Darüber können wir später sprechen. Kitts Stimme klang seltsam. Dann schnippte sie mit den Fingern. Ich hab's. Lass uns nach Disneyland fahren. Dort musst du nicht kitschig sein. Das Ambiente ist kitschig genug. Rockstars lassen sich nicht in Disneyland blicken. Ich muss an meinen guten Ruf denken, Katie. Er grinste, als sie ihn in den Arm knuffte. Wir werden uns stattdessen im Six Flags Freizeitpark amüsieren und Achterbahn fahren. Nur Irre setzen sich in etwas, indem sie vor Angst kreischen. Am Ende bekam er sie doch in eine Achterbahn. Kitt schrie wie am Spieß und als Noah lachte, drohte sie ihn umzubringen. Nachdem sie ausgestiegen waren, legte er ihr den Arm um die Schultern, küßte sie auf die Schläfe und kaufte ihr Zuckerwatte. Um dir die Stimmung zu versüßen. Meine Haare müssen die reinste Katastrophe sein. Tatsächlich sah sie aus, als käme sie gerade aus dem Bett. Da Noah nicht wollte, dass jemand anderem dieser Gedanke durch den Kopf ging, nahm er seine Kappe ab und setzte sie ihr auf, bevor er ihr etwas von dem süßen, klebrigen Zeug mobste, das sie in kleinen Bäuschen abzupfte. Das ist Teufelszeug, bemerkte sie und aß noch einen Bausch. Macho Steve wird mich töten. Wir könnten eine zusätzliche Runde laufen, schlug er vor, oder nochmal Achterbahn fahren. Kitt stieß ihn mit dem Ellbogen an und zeigte zu einem Fahrgeschäft links von ihnen. Wer ist so verrückt, dort einzusteigen? Hör nur, wie sie kreischen. Noah schaute sie an und grinste. Ihre Augen wurden schmal und sie versuchte zurückzuweichen, aber er nahm sie scherzhaft in den Schwitzkasten und buxierte sie zu der Warteschlange. Nachdem sie die Fahrt heil überstanden hatten, kaufte er ihr einen kleinen blauen Teddy, dem ein Ohr fehlte, als wäre es ihm bei einer Rangelei abgerissen worden. Er saß ganz verloren hinten auf einem Regal, so als hätte jemand ihn dorthin geschoben, bis er die Zeit fand, ihn wegzuwerfen. Noah wusste, dass er Kitt einen unbeschädigten, makellosen Teddy kaufen sollte, aber er erstand den mit dem fehlenden Ohr. Ich konnte den kleinen Kerl nicht dort sitzen lassen. Kitt kämpfte mit den Tränen. Oh, Noah! Er bag sie in seinen Armen, um sie vor Blicken zu schützen, doch er kam nicht gegen sein törichtes Grinsen an. Verdammt, war das etwa kitschig von mir? Sie nickte zittrig. Er ist zuckersüß, ich liebe ihn. Als sie den Freizeitpark verließen, verstaute sie den Bären zu seinem Erstaunen wieder in der Tüte, anstatt ihn im Arm zu halten, sodass die Fotografen ihn sehen konnten. Er bedeutete ihr zu viel, erkannte Noah verblüfft. Sie wollte ihn beschützen, ihren Teddy mit dem fehlenden Ohr und dem leicht schmutzigen Fell. Das Kuscheltier war lädiert und mit Makeln behaftet. Genau wie der Mann, der es gekauft hatte. Der Anruf ging bei ihr ein, als sie vom Vergnügungspark nach Hause fuhren. Die Rolle in Redemption gehörte ihr. Harper verhandelt noch über den endgültigen Vertrag, aber sie sagt, dass die Klauseln auf den ersten Blick okay aussehen. Kit war sich noch immer nicht ganz sicher, ob sie das Telefonat nicht nur geträumt hatte. Ich werde die weibliche Hauptrolle in einem Ezra Daly-Film spielen. Sie war schon immer für dich bestimmt. Kit hätte ihn am liebsten geküsst, weil er stets auf ihrer Seite stand. Um sich abzulenken, fragte sie, hast du diese Becher für die Jungs bekommen? Noah hatte grinsend erklärt, dass er als Mitbringsel für Fox, Abe und David glitzernde rosa Becher mit Prinzessinnen-Motiv erstehen wollte. Kit hatte ebenfalls Geschenke gekauft, für Becca, Molly, Thea sowie die kleinen Kinder ihrer Cousine. Für Sarah hatte sie etwas Süßes besorgt, weil sie bestimmt eine Aufmunterung gebrauchen konnte. Ja, habe ich. Dann stieß er ein Ächzen aus. Verdammter Mist, ich habe Emily vergessen. Die kleine Rotzgöre wird tagelang schmollen, wenn sie herausfindet, dass ich den Jungs diese Tassen mitgebracht habe und ihr nichts. Kitty wusste, wie sehr er die kleine Rotzgöre liebte, musste lächeln. Wie gut, dass du mich hast. Ich habe ihr eine Teetasse für ihre Sammlung gekauft. Du magst sie wirklich, oder? Natürlich mag ich sie. Sie ist ein Schatz. Kit streichelte den niedlichen Teddy, der auf ihrem Schoß saß. Es war typisch für Noah, dass er ihr ein solch perfektes Geschenk machte. Eins, das er speziell für sie ausgewählt hatte. Ich habe auch etwas für dich. Was denn? Er schaute sie neugierig an. Raus mit der Sprache, Davini. Schmunzelnd fasste sie auf die Rückbank und brachte ein kleines Päckchen zum Vorschein. Soll ich es dir auswickeln, oder möchtest du warten, bis wir zu Hause sind? Ich wusste gar nicht, dass du so ein Scherzbold bist. Lachend öffnete sie das Paket und nahm einen glitzernden rosa Prinzessinnenbecher heraus, auf dem der Buchstabe N prangte. Ich wollte nicht, dass du dich übergangen fühlst. Gib ihn mir. Noah krabschte danach. Oh nein! Sie wickelte ihn wieder ein. Ich lasse nicht zu, dass du ihn aus dem Fenster wirfst. Ich will ein Foto von euch vier, auf dem ihr alle aus diesen Bechern trinkt. Er grummelte, aber sie bemerkte sein hinreißendes schiefes Grinsen, mit dem er seine Freude darüber ausdrückte, dass sie ihm ein Geschenk gekauft hatte. Und ihr ging das Herz über. Zuerst seine Worte in Bezug auf Kinder und jetzt das. Noah brachte ihre Verteidigung Stück für Stück zum Einsturz. Sie feierten ihre Besetzung mit Champagner und einem selbstgekochten Abendessen, bei dem Kit ohne Punkt und Komma über das Drehbuch schwadronierte, während Noah grinsend zuhörte und ihr noch einmal versicherte, dass die Rolle schon immer für sie bestimmt gewesen sei. Nicht zuletzt wegen seines Glaubens an sie hatte sie sich derart rettungslos in ihn verliebt. Als junges Mädchen hatte sie von aller Welt unter die Nase gerieben bekommen, sie sei ihren Eltern unterlegen. Da waren die Kommentare über das hässliche Entlein in den Schmierblättern gewesen, während die Zeitungen und Blogger sie etwas subtiler als seltsam und ihre ganz gewöhnliche Teenager-Agne als tapferen Kampf, gegen den sie fortbeschrieben hatten. Andere waren nicht so zurückhaltend gewesen. Als Kind, später dann als junges Mädchen, hatte sie mehr als einen Gast ihrer Eltern unschöne Dinge über sie sagen hören. Unfassbar, dass dieses unansehnliche Kind Adrianas und Parkers Tochter ist. Ich weiß nicht, vielleicht wechsle ich das noch aus, falls nicht, armes Mädchen. Sie ist wirklich ein hässliches Entlein. Die erwachsene Kit verstand, dass diese Leute bösartig gewesen waren und ihre Klauen in ein schutzloses Opfer geschlagen hatten. Aber es konnte zermürbend sein, ständig mit den eigenen Eltern verglichen zu werden und schlecht dabei abzuschneiden. Außer Noah hatte sie das nie jemandem anvertraut, um nicht als armes, kleines, reiches Mädchen zu erscheinen. Aber er verstand sie. Noah wusste, dass es ihr nicht ums Ego ging, sondern um ihre Identität. Kit wollte nicht darauf reduziert werden, Adrianas und Parkers Tochter zu sein. Sie war Kathleen Devaney, ein eigenständiger Mensch und vollkommen anders als die beiden überlebensgroßen Personen, die sie erschaffen hatten. Ja, das bist du, hatte Noah gesagt, als sie sich zum ersten Mal ihren Frust von der Seele geredet hatte. Die Welt wird nicht wissen, wie ihr geschieht, wenn Kathleen Devaney sie im Sturm erobert. Kit liebte ihn dafür und für sein Herz, das größer war, als die meisten Menschen ahnten. Obwohl Noah es ihr nie erzählt hatte, es nicht in einem einzigen Interview erwähnt hatte, wusste sie, dass er einen großen Teil seines Einkommens für wohltätige Zwecke spendete. Eines Tages hatte sie in seinem Hotelzimmer einen heruntergefallenen Zettel aufgehoben und unbeabsichtigt ein paar Zeilen gelesen, als sie ihn zurück auf den Tisch gelegt hatte. Es war ein Schreiben seines Steuerberaters gewesen, in dem er die Spenden auflistete, die er in Noahs Namen getätigt hatte. Sie schienen alle mit Kindern in Zusammenhang zu stehen. Dieser komplizierte, wunderschöne, talentierte Mann, dachte sie wehmütig. Sie liebte ihn, aber sie wusste, dass er gebrochen war. Vielleicht für immer. Komm, wir lümmeln uns auf die Couch und trinken diesen Champagner leer, schlug er nach dem Abendessen vor. Kit nickte. Denn gebrochen oder nicht, er gehörte zu ihr und sie würde ihn nicht aufgeben. Kaum dass sie auf dem Sofa saßen und Noah den Arm um ihre Schultern gelegt hatte, bekam Kit eine SMS von Harper. Ihr blieb der Mund offen stehen. Gib mir die Fernbedienung. Sie ächzte Noah, als die kultige Titelmusik einsetzte. Ich habe mir Dancing with the Stars mit dir angesehen. Heute sollte ich aussuchen dürfen. Sie kuschelte sich an ihn. Die Folge wurde vor drei Jahren gedreht, bevor die Serie vorübergehend auf Eis gelegt wurde. Harper hat vor ein paar Minuten entdeckt, dass es die Episode ist, in der ich mitspiele. Wieso zur Hölle hat Harper dich in so einer billigen … Noah bemerkte ihren warnenden Blick und grinste. Ich muss gerade an eine andere Sendung gedacht haben. Die hier ist absolut genial. Kit gab einen skeptischen Ton von sich, schmiegte sich jedoch weiter an ihn. Das war vor Last Flight. Ich habe noch in Primrose Avenue mitgespielt, wollte aber ins Dramafach wechseln. Die Produzenten haben mir eine Chance gegeben. Darum wage es ja nicht, dich über die Serie lustig zu machen. Gewiss nicht, Ma'am. Er strich mit den Fingern über ihre Schulter. Wen spielst du darin? Eine drogensüchtige Mörderin. Sie lächelte über sein ungläubiges Gesicht. Warte, bis du mich siehst. Du wirst mich nicht erkennen. Zehn Minuten später tauchte sie dann auf. Sie lag in einem schmuddeligen Bett in einer Crackhöhle. Ihr Gesicht war entstellt von den typischen Narben, die entstanden, wenn Junkies sich die Haut zerkratzen. Ihr Haar schlaff und fettig, ihre Zähne waren gelb verfärbt und kaputt. Wieso gibt sich jemand so viel Mühe, um eine bildschöne Frau in eine völlig fertige Cracksüchtige zu verwandeln, wunderte Noah sich. Wieso haben sie nicht einen echten Junkie angeheuert? Sieh hin, es ist eine gute Folge. Sie handelte vom Abstieg einer Reichen an einer Elitehochschule ausgebildeten Erben in die Drogensucht bis hin zur Mörderin. In einigen anderen Szenen durfte ich auch glamourös sein, aber ich finde, die beste Arbeit habe ich in der Crackhöhle abgeliefert. Noah sah sich die Episode kommentarlos mit ihr an und trotz seiner generellen Abneigung gegen die Serie hatte Kit das Gefühl, dass ihn die Handlung fesselte. Glücklich und zufrieden kuschelte sie sich an ihn, als er plötzlich aufsprang. Sie verlor die Balance und musste sich am Sofapolster abstützen. Noah? Ich kann mir diesen Dreck nicht länger ansehen, sagte er und verließ das Zimmer. Kit starrte ihm hinterher. Sie hätte verletzt sein müssen. Stattdessen war sie verwirrt. Sicher, Blue Force war ein Spin-Off von einem Spin-Off. Aber die Serie gab nicht vor, etwas anderes zu sein als das, was sie war. Eine temporeiche Krimiserie und leichte Kost, um abends abzuschalten. Das Script war durchdacht und die Chemie zwischen der Stammbesetzung stimmte. Und sonst war Noah sich auch nicht so fein für solches Zeug. Kit hatte DVDs mit Actionfilmen in seinem Haus gesehen, von denen viele weit schrottiger waren als Blue Force. Axel zuckend tat sie seine Reaktion damit ab, dass er aus irgendeinem Grund einfach nur mies drauf war und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der Handlung zu. Aber sie konnte sich nicht konzentrieren, wurde mit jeder verstreichenden Minute frustrierter. Was war los mit Noah? Warum redete er nicht mit ihr? Schließlich schaltete sie den Fernseher aus und machte sich auf die Suche nach ihm. Er saß mit einem Bier in der Hand auf der verwitterten Holzbank in ihrem Garten. Die zwei leeren Flaschen, die vor ihm auf dem Tisch standen, ließen vermuten, dass er sofort zu trinken angefangen haben musste, nachdem er das Zimmer verlassen hatte. Hast du vor, dich heute sinnlos zu besaufen? Auf ihre wütende Frage hin hob er den Kopf und stieß ein humorloses Lachen aus. Das zählt wohl kaum als Alkohol. Er stellte die halbleere dritte Flasche weg und stand auf. Aber ich würde gern von dir trunken werden. Mit finsterer Miene blieb sie vor der Tür stehen. Sie würde sich von Noah St. Joan nicht einschüchtern lassen. Du bist besoffen, fauchte sie und schob ihn mit der Hand zurück, als er ihr zu nahe kam. Nein, das bin ich nicht. Er drängte sie gegen das Haus und fasste sie seitlich an den Schultern. Du verabscheißt doch nicht den Geschmack von Bier, oder, Kit? Nein, aber er küsste sie. Ihre ausgedörrten, nach ihm dürstenden Sinne erblühten schlagartig zu neuem Leben. So lange hatte sie sich nach diesem Kuss gesehnt und jetzt endlich küsste er sie. Er schmeckte nach dem würzigen Bier und nach Noah. Noah. Einfach nur nach Noah. Kit hatte keine Gegenwehr, keine Schilde, keine Möglichkeit, sich zu schützen. Sie krallte die Finger in sein T-Shirt und streckte sich ihm entgegen. Er küsste sie fordernder, stieß eine Zunge in ihren Mund und packte mit der Faust ihr Haar. Und die Stimme der Vernunft meldete sich leise in ihrem Kopf zurück. Das alles geschah zu plötzlich, zu schnell, zu aggressiv. Keine Romantik, keine Leidenschaft, sondern Zorn. Sie hob die Wimpern und sah, dass ein Blick auf ihrem Gesicht ruhte. Er war leer und distanziert. Noah war nicht mit dem Herzen bei der Sache, erkannte sie, und ihre Glückseligkeit verwandelte sich in eine hässliche Kälte, die ihr das Gefühl gab, als wäre sie innerlich beschmutzt. Er küsste sie, ohne auch nur im geringsten emotional beteiligt zu sein. Ebenso gut hätte sie eine Schaufensterpuppe sein können. Kit riss sich von ihm los und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Sie zitterte am ganzen Leib. Wieso hast du das getan? wisperte sie. Warum demütigst du mich auf diese Weise? Seine Augen blitzten. Es hatte den Anschein, als würde es dir gefallen. Sie fuhr sich wieder mit der Hand über den Mund. Ihr blutete das Herz. Genug, dachte sie. Genug. Er hatte vor ihren Augen eine andere Frau gefügelt, und sie hatte es geschafft, ihm zu verzeihen und ihm eine zweite Chance zu geben. Aber sie war kein masochistischer Fußabtreter. Verschwinde, sagte sie kalt. Da du getrunken hast, fügte sie hinzu, werde ich dich heimbringen lassen. Aber du wirst verschwinden. Seine Miene war völlig versteinert, der Blick seiner Augen hart wie Stahl. So sehr wirst du also um mich kämpfen? Zitternd ballte sie die Faust. Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung einmal um mich kämpfen würdest? Kit gab ihm nicht die Chance zu antworten, sondern schüttelte den Kopf. Du vertraust mir deine Geheimnisse nicht an. Du manipulierst mich. Du gibst mir das Gefühl, hässlich und nicht begehrenswert zu sein. Und jetzt fragst du mich, warum ich nicht um dich kämpfe? Mit der Wucht einer Splitterbombe durchbrach der Zorn ihren Kummer. Fick dich. Noas Gesicht war eine undurchdringliche Maske. Es war derselbe Blick, mit dem er seine Eltern auf der Gala bedacht hatte. Kit legte einen Panzer um ihr Herz, um sich vor dem Schmerz zu schützen, den er ihr so leichtsinnig zufügen konnte. Du bist der Schuldige. Was auch immer deine Seelenqualen sind, was du allein heute Abend beschlossen zu trinken und mir das anzutun. Aber Alkohol hin oder her, er hatte keinen Rausch, sondern war sich seines Handelns vollbewusst gewesen. Ich werde nicht gehen, solange sich dieser Stalker dort draußen herumtreibt. Kit lächelte ihn humorlos an. Ich werde überleben. Das musste ich nämlich auch, als du damit beschäftigt warst, jedes Groupie von hier bis Gott weiß wo zu vögeln. Ihre Worte ließen ihn zusammenzucken und ein kleiner, rachsüchtiger Teil von ihr freute sich, dass sie ihn jetzt auch verletzt hatte. Und darum hasste sie ihn ein bisschen, weil er sie in dieses gemeine Biest verwandelte. Um nichts hinzuzufügen, weswegen sie sich am Ende auch noch selbst hassen würde, stolzierte sie ins Haus und griff nach ihrem Handy. Während sie telefonierte, hörte sie wie Noah in seinem Zimmer verschwand. Er stand mit seiner Tasche draußen, als der Wagen mit Casey am Steuer vorfuhr. Eigentlich hatte der Bodyguard und Chauffeur gerade Pause, aber Kit hatte ihn um diesen Gefallen gebeten, weil sie fürchtete, dass jeder andere Fahrer es ihr als Arbeitstag berechnen würde. Kit schloss die Tür ab und verbot sich ausdrücklich zu weinen. Stattdessen rief sie Fox an. Ich habe Noah rausgeworfen, sorg dafür, dass er nichts Dummes anstellt. So sehr sie ihn in diesem Augenblick auch hasste, konnte sie trotzdem nicht die Nacht vergessen, in der sie ihn in dem Motelzimmer gefunden hatte. Ich werde ein Auge auf ihn haben, versprach Fox mit seiner unverwechselbaren rauen Stimme. Bist du okay? Nein. Alles tat ihr weh. Möchtest du, dass Molly dich besucht? Sarah wird gut ohne sie zurechtkommen. Sie hat sich inzwischen stabilisiert. Danke, aber ich muss im Moment allein sein. Bis sie wieder klar denken konnte. Pass auf ihn auf. Dann legte sie auf und ging zurück in ihren Garten. Beim Anblick der Bierflaschen, die Noah auf dem Tisch hinterlassen hatte, regte sich neue Wut in ihr. Sie trug sie in die Küche, leerte den Rest aus der halbvollen Dritten in den Ausguss und spülte mit Wasser nach, damit sich der Geruch nicht in der Luft festsetzte. Dann brachte sie die Flaschen zur Altglastonne. Anschließend kehrte sie in den Garten zurück. Aber auch dort fand sie heute keinen Frieden. Sie konnte nicht aufhören, Noah vor sich zu sehen. Seine Lippen auf ihren zu fühlen, während dieser eisige Blick in seinen Augen gestanden hatte. Niemals wieder, Kit, flüsterte sie. Du kannst niemandem helfen, wenn derjenige es nicht will. Sie liebte ihn, würde ihn vermutlich immer lieben. Aber nun war die Zeit gekommen, um zu akzeptieren, dass es sie ganz langsam zerstören würde, wenn sie mit ihm zusammen wäre. Sie war fertig mit ihm. Noah riss den bescheuerten kleinen Kirschblütenbaum heraus, den er in dem Bemühen gepflanzt hatte, Kitts Garten bei sich zu Hause nachzubilden, und schleuderte ihn in Richtung der gegenüberliegenden Mauer. Er verfehlte und traf stattdessen die Glaswand. Eine Spur aus Erde blieb daran haften. Aber Noah schenkte ihr keine Beachtung, sondern riss bereits die anderen Pflanzen aus dem Boden. Dann nahm er einen der glatten Steine, wie auch Kit sie an bestimmten Stellen in ihrem Garten hatte, und warf ihn gegen das Glas. Es zersplitterte. Das Geräusch passte. Es war das Echo dessen, was in seinem Innern geschah. Er nahm den nächsten Stein, dann noch einen und noch einen. Als sie ihm schließlich ausging, hatte er jede einzelne Scheibe in der Glaswand, durch die man vorher vom Haus in den Garten sehen konnte, zerschmettert. Scherben glitzerten unter den kleinen Lampen, die automatisch angegangen waren, als er ins Freie getreten war. Noah hatte sie installiert, weil er wusste, dass Kit oft nachts in ihrem Garten saß. Er hatte sich gern vorgestellt, wie sie hier mit einer Tasse grünem Tee in der Hand nach dem Abendessen ausspannte. Bist du fertig? Noah fuhr herum und entdeckte Fox, der mit verschränkten Armen und undurchdringlicher Miene in der Tür nicht weit vom Wohnzimmer stand, die ins Freie führte. Verdammt, wie bist du ins Haus gekommen? Du hast mir einen Schlüssel gegeben, erinnerte Fox ihn. Trotzdem wäre ich nicht einfach reingegangen, aber du hast nicht aufgemacht. Die Haare fielen ihm vor die Augen und er atmete schwer, während er seinen Freund anstarrte. Es ist elf Uhr abends. Du hast nicht spontan beschlossen, Molly und Sarah allein zu lassen, um hierher zu fahren? Sarah schläft und Molly telefoniert mit ihrer besten Freundin. Fox taxierte ihn ohne zu blinzeln. Ich werde dir einen Kaffee machen. Anstatt ihm nach drinnen zu folgen, zerstörte Noah den letzten Rest dessen, was von seinem armseligen kleinen Garten noch übrig war. Danach hätte ihm niemand mehr angesehen, dass er je existiert hatte. So wie niemand sein verkümmertes, hoffnungsvolles, von Unkraut überwuchertes Herz sehen konnte. Hier. Fox kam heraus und drückte ihm einen Becher in die Hand. Er schaute sich um. Geht es dir jetzt besser? Scher dich zur Hölle. Noah schleuderte den Becher gegen eine Wand. Es ertönte ein befriedigendes Scheppern und der Kaffee ran wie Blut über den weißen Putz. Fox würdigte den neuen Schaden keines Blickes. Kit hat mich angerufen. Die Haut spannte um seinen Körper, während er auf die fleckige Hauswand starrte. Aus welchem Grund? Sie meinte, du könntest etwas Dummes anstellen. Fox trank einen Schluck von seinem Kaffee. Allerdings glaube ich nicht, dass sie dabei an die Vernichtung deines Gartens dachte. Noah ballte die Fäuste. Er würde mit niemandem über Kit sprechen. Was hast du angestellt? Das geht dich einen Scheiß an. Du hast recht. Fox nahm noch einen Schluck. Muss ich dich wieder ins Gesicht schlagen? Noah schaute ihn an und zuckte die Achseln. Ich bin fertig. Es ist vorbei. Fox' Augen wirkten schwarz im Licht, als er Noas Blick festhielt. Schwachsinn. Fick dich! Nachdem wir das jetzt hinter uns haben, werden wir reden. Noah schnaubte verächtlich. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und wollte ins Haus gehen. Fox verstellte ihm den Weg. Noah stieß ihn gegen die Schulter. Fox schubste zurück, dann flogen die Fäuste und der Becher des Liedsängers landete inmitten der aufgewühlten Erde und sterbenden Pflanzen. Wäre es Ape gewesen, hätte Noah in Schwierigkeiten gesteckt. Seine beachtliche Größe verschaffte dem Keyboarder einen deutlichen Vorteil in einem Kampf. Noah und Fox hingegen waren einander ebenbürtig. Auf jeden Schlag folgte ein Konter. Noas Faust traf gegen Fox' Wange, woraufhin dieser ihm einen derart heftigen Kinnhaken versetzte, dass er sich in die Seite der Zunge biss und Blut schmeckte. Er errechte sich mit einem Hieb gegen Fox' Rippen. Dann verpasste Day ihm einen Kopfstoß in den Magen und rammte ihn zu Boden. Noah hörte auf zu denken. Eine Weile später wischte Noah sich mit einem Handtuch das Blut aus dem Gesicht. Dann betrachtete er sich im Spiegel. Du hast mein Aussehen ruiniert, Mann. Halt bloß die Schnauze, knurrte Fox aus der Küche. Als Noah eintrat, warf ihm sein Kumpel eine Tüte Tiefkühlerbsen zu, die schon seit der Steinzeit im Gefrierfach gewesen sein mussten. Noah wusste nicht einmal, wer sie dort reingetan hatte. Fox presste sich selbst einen Beutel mit irgendetwas Gefrorenem auf sein Auge. Noah beschloss, die Erbsen für sein Kind zu benutzen. Im Gegensatz zu Fox hatte er kein Pfeilchen. Dafür fühlte sich sein Kiefer an, als wäre er nur knapp einem Bruch entgangen. Außerdem hatte er eine Platzwunde über seinem linken Auge und eine an seiner Wange. Auch sein Mund war nicht in allerbester Verfassung. Du siehst echt scheiße aus, konstatierte er. Danke, Prinzessin, du dafür umso besser. Fox' Haare waren nass, weil er sich an der Spüle das Gesicht mit kaltem Wasser gekühlt hatte. Er zeigte auf Noah. Du wirst sie ja anrufen. Auf keinen Fall. Sollen sich die Klatschblätter doch irgendeine Scheißgeschichte ausdenken von wegen, dass die Band sich auflöst. Dass es zwischen ihnen eine Prügelei gegeben hatte, würde spätestens dann offensichtlich, wenn sie beide von einer Kamera eingefangen wurden. Sie dürfte sowieso gerade schlafen. Thea schläft nie und du bist ein Hasenfuß. Noah leugnete es nicht. Thea konnte verdammt furchteinflößend sein, wenn sie sauer war. Ruf du sie doch an. Memme. Fox gab den Namen ihrer PR-Beraterin in sein Handy ein und schaltete es laut. Noah und ich haben uns geprügelt, beichtete er, nachdem sie abgenommen hatte. Unsere Gesichter sehen grauenvoll aus. Natürlich habt ihr das und natürlich tun sie das, entgegnete Thea. Es ist ja nicht so, als hätte ich Spaß an einem geruhsamen Leben. Es folgte eine kurze Pause und raschelnde Geräusche, dann war eine Männerstimme im Hintergrund zu hören. David sagt, dass er morgen früh euch allen beiden die Ohren lang ziehen wird. Es klang, als würde Thea lächeln. Ich werde Präventivmaßnahmen ergreifen und behaupten, ihr werdet nach ein paar Drinks zu viel in Streit geraten, hättet euch aber gleich darauf wieder versöhnt. Wenn wir den Medien eine Erklärung liefern und ihr ihnen keine pikantere Option anbietet, können wir die Sache aussitzen. Sie dachte kurz nach. Zumindest wird es keine Schlagzeilen geben, denen zufolge ihr euch um Kit geprügelt habt. Dafür ist Fox viel zu verrückt nach Molly. Theas Stimme war beim letzten Teil ganz sanft geworden. Außerdem wird von Rockstars erwartet, dass sie hin und wieder aus der Rolle fallen. Darum ist dieser Vorfall sogar gut für euer Image. Ich regle das. Nachdem sie aufgelegt hatte, griff Fox sofort wieder jenes Thema auf, das den Streit heraufbeschworen hatte. Du hast es vermasselt. Warum? Weil ich nun mal so bin. Noah legte die Tüte mit den Tiefkühlerbsen weg und betastete seinen Kiefer. Zumindest war er nicht gebrochen. Wie lange sind wir jetzt schon Freunde? fragte Fox in ernstem Ton. Mehr als zwanzig Jahre. Du wirst dich nicht mit blöden Sprüchen aus der Affäre ziehen. Du willst, dass ich dir mein Herz ausschütte? Sollen wir uns zusammen die Nägel lackieren, wenn wir schon mal dabei sind? Du liebst sie. Fox' Feststellung presste Noah die Luft aus der Lunge. Du liebst sie schon so lange und jetzt willst du einfach aufgeben? Das ist nicht der Junge, den ich mal kannte. Noah musste tief durchatmen, als Fox damit indirekt auf ihre Kindheit anspielte. Sprich nicht darüber, warnte er ihn leise. Sprich darüber niemals. Ist es die Wahrung deines Geheimnisses wert, Kit aufzugeben? Ja. Sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Ich würde sie ohnehin verlieren, wenn ich es ihr erzählte, presste er hervor und hatte bei jedem einzelnen Wort das Gefühl, als würde ihm eine scharfe Klinge in den Leib fahren. Ich könnte es nicht ertragen, wie sie mich ansehen würde. Wie sein Vater ihn angesehen hatte? Seine Mutter hatte aufgehört, ihn überhaupt eines Blickes zu würdigen. Das weißt du nicht. Fox warf den Beutel beiseite, den er sich aufs Auge gedrückt hatte. Kit liebt dich auch. So sehr, dass sie mich vor die Tür gesetzt hat. Es tat weh, dass sie ihn gleich beim ersten Mal, als er Scheiß gebaut hatte, ausgeworfen hatte. Nur, dass es nicht das erste Mal gewesen war. Er hatte mehr als Scheiß gebaut in jener Nacht im Hotel, als er dieses abscheuliche kleine Stück inszeniert und ihr damit einen vernichtenden Schlag versetzt hatte. Er sah noch immer den heftigen, brennenden Schmerz in ihren Augen. Hatte noch immer die dumpfen Geräusche ihrer Schritte auf dem Teppich im Ohr, als sie aus der Suite gestürmt war. Noah fuhr sich durchs Haar und sank auf einen Stuhl. Ich war so wütend auf sie, gestand er mit rauer Kehle, weil sie von mir erwartet, normal zu sein. Bist du sicher, dass Kit diejenige ist, die irgendetwas erwartet? fragte der Mann, der ihn kannte, seit Noah ein kleiner Junge war. Ein Junge, der einfach nur wie alle anderen sein wollte. Oder bist es du? Als ihr Handy piepte, legte Kit das Drehbuch, in dem sie zu lesen versuchte, seit sie Noah rausgeworfen hatte, dankbar beiseite. Es war eine Nachricht von Becca. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich bin mit ein paar Freundinnen in einer Bar nicht weit von dir. Lust, uns Gesellschaft zu leisten? Kit war es seit den letzten Dreharbeiten und den damit verbundenen Wegrufen zu Nacht schlafender Zeit, nicht mehr gewohnt, so spät noch auszugehen. Aber morgen gab es für sie keinen Grund, früh aufzustehen. Und was würde sie sonst tun, außer zornig durchs Haus zu tigern? Klingt gut, schrieb sie zurück. Wo seid ihr genau? Becca schickte ihr den Namen einer hippen Bar, etwa 15 Autominuten von Kits Haus entfernt. Kit zog sich aus und schlüpfte in ein matt schimmerndes goldenes Minikleid und hochhackige Schuhe. Sie machte ihre Haare auf und verbrachte fünf Minuten vor dem Spiegel, um sich zu schminken. Sehr wahrscheinlich würde Becca auf der Toilette der Bar noch nachbessern. Die Visagistin konnte einfach nicht anders, als das Make-up ihrer Freundinnen zu optimieren. Aber da sie so gut darin war, störte das niemanden. Kit drehte sich vor dem Spiegel und inspizierte das Rückenteil ihres Kleids. Es war praktisch nicht vorhanden. Zarte Perlenketten, die nur darauf warteten, von einem Mann zerrissen zu werden, hielten die beiden Seiten zusammen. Darunter umspielte der Stoff ihre Hüften. Aber er lag nicht so eng an, dass es lächerlich ausgesehen hätte. Sie ließ die Haare wieder auf den Rücken fallen und vergewisserte sich, dass das Vorderteil gut saß. Die Schultern gingen in eine Art Wasserfallausschnitt über, der den ansonsten klaren Linien des Kleids etwas Weiches verlieh. Schmuck war überflüssig. Da Casey aus seiner verspäteten Pause zurück war, bat sie ihn, sie zu fahren, während Butch als Beifahrer mitkommen sollte. Zwei weitere Sicherheitsleute würden unterdessen das Haus beobachten. Zum Glück konnte Kit sie sich inzwischen wirklich leisten, aber so gern sie die Männer auch mochte, wünschte sie sich, sie bräuchte kein Gefolge aus Bodyguards. Verdammt sollte ihr Stalker sein. Danke, Jungs, sagte sie, als Casey ihr vor der Bar die Tür aufhielt. Dort drin geschieht mir nichts. Zu viele Menschen. Keiner der beiden wirkte glücklich, weil sie nickten. Kit hatte mit ihnen schon vor langer Zeit die Übereinkunft getroffen, dass sie zwar ihren Rat annehmen, die endgültigen Entscheidungen jedoch selbst treffen würde. Und im Augenblick wollte sie einfach nur mit ein paar Frauen abhängen, mit denen sie nicht vertraut genug war, als dass sie ihre Stimmungslage bemerken würden. Becker würde das normalerweise schon tun, aber sie war schon eine Weile hier und inzwischen vermutlich angeschickert. Kit trat ein und entdeckte Becker und ihre Begleiterinnen sofort. Das hübsche, quirlige Quartett hatte eine behagliche Sitzgruppe in Beschlag genommen, um die mehrere hoffnungsvolle Männer kreisten. Zumindest einer hatte schon Fortschritte gemacht und säuselte einer Blondine, die Kit nicht kannte, süße Belanglosigkeiten ins Ohr. Becker hingegen, die ein kurzes schwarzes Kleid und blau-schwarz gestreifte Stiefel trug, ließ alle Anmachversuche an sich abprallen. Sobald sie Kit sah, sprang sie auf und umarmte sie überschwänglich. Gratulation, Süße! Ich warte schon den ganzen Tag darauf, dich zu umarmen! Sie drückte sie noch einmal. Redemption! Was für ein Coup! Es war unmöglich, nicht zu lächeln. Es wäre eine Untertreibung, wenn ich sagen würde, dass ich mich freue. Kit zupfte vorsichtig an Beckers Haaren. Der pinkfarbene Bob war einem leuchtenblauen Gewichen. Die Farbe gefällt mir. Sie beugte sich näher zu ihr und runzelte die Stirn. Sind das kleine Federn an deinen Wimpern? Lachend schloss Becker die Augen, damit Kit sich die falschen Wimpern genauer ansehen konnte. Ich habe sie in diesem Laden gekauft, in dem wir waren, bevor der Superheldenstreifen unser Leben geschluckt hat. Ihre dunklen Augen blitzten vergnügt, als sie Kit auf den Platz neben sich zog. Erzähl mir alles über dein Treffen mit Ezra Daly. Ich habe gehört, er soll ein bisschen furchteinflößend sein. Während Kit erzählte, orderte Becker zur Feier des Tages eine Flasche Champagner. Da Kit bereits mit Noah welchen getrunken hatte, begnügte sie sich mit einem halben Glas, gerade so viel, dass Becker nicht enttäuscht sein würde. Anschließend tanzte sie mit ihrer Freundin und den anderen, wobei sie hartnäckig sämtliche Annäherungsversuche seitens der männlichen Gäste ignorierte. Als sie und Becker die Bar schließlich Arm in Arm verließen, fühlte sie sich angenehm ausgepowert. Sie waren die einzigen, die von der ursprünglichen Gruppe noch übrig waren. Jede der anderen Frauen war mit irgendeinem Kerl abgezogen. Natürlich hatten ein paar Paparazzi Wind davon bekommen, wo Kit sich aufhielt, und warteten draußen. Unter ihnen auch ihr persönlicher englischer Quälgeist. »Haben Sie Noah bereits den Laufpass gegeben?« rief Basil ihr zu. »Haben Sie schon mal etwas von einem Mädelsabend gehört, Basil?« Die Erklärung sollte reichen, um noch ein oder zwei Tage den Deckel auf ihrer Trennung zu halten. Das war nicht viel Spielraum, aber es reichte, damit Kit sich wieder fassen und bewaffnen konnte, bevor sie diesem Schakalen gegenüber trat. »Könnten Sie Ihrer Freundin nicht einen Kuss geben, Liebes?« fragte Basil, hoffnungsvoll wie immer. »Geheime lesbische Liebesbeziehungen verkaufen sich, müssen Sie wissen.« Kit spürte, wie Becker sich verspannte und lächelte ihr zu, bevor sie Basil antwortete. Im Gegensatz zu ihrer Freundin, die nur selten in Kontakt mit Reportern kam, wusste Kit, wie man mit ihnen umging. »Sicher doch, Basil«, sie hielt kurz inne und dem Paparazzo stockte vor gespannte Erwartung der Atem. »Und dabei mache ich nackt Yoga für Sie.« Seine Kollegen brachen in Gelächter aus, ein paar hänselten Basil, diese lästige Küchenschabe sogar. Aber er gab nicht auf. »Dann lassen Sie wenigstens Ihren Slip hervorblitzen, wenn Sie ins Auto steigen.« Kit verdrehte die Augen und ging mit Becker zu ihrem Wagen. Casey stand bereits daneben und hielt ihnen den Schlag auf. »Hüpf rein«, wies sie ihre Freundin an. »Und pass auf, dass du vor den Kameras nichts entblößt. Diese Typen finden immer einen Weg, es zu benutzen.« Gähnend lehnte Becker sich an sie. »Macht es dir wirklich nichts aus, mich nach Hause zu fahren?« »Was soll das für eine Frage sein, du bist meine Freundin?« Kit schob sie auf die Rückbank, dann sagte sie Casey, wo Becker wohnte, und sie fuhren los. »Hast du mit ihm Schluss gemacht?« fragte Becker in gedämpftem Ton, was bewies, dass sie nicht so betrunken war, wie es schien, beziehungsweise, dass sie Kit selbst in diesem Zustand viel zu leicht durchschaute. Kit konnte sich nicht überwinden, es laut auszusprechen. »Es ist kompliziert«, wiegelte sie ab. Becker tätschelte ihren Arm, wobei ihre kunstvoll blau-schwarz lackierten Fingernägel schimmerten. »Vertraue mir, Süße, du verdienst etwas Besseres als diese männliche Hure, die so viele Groupies vögelt, wie sie kann.« Kits Rücken wurde kerzengerade. »Sprich nicht so über ihn!« Becker nahm die Hand weg. »Oje, entschuldige«, ihr Lächeln wirkte verkrampft. »Es war nur so ein Spruch unter Freundinnen nach einer Trennung. Du weißt schon nach dem Motto, alle Männer sind Schweine und der Ex ist das größte Schwein von allen.« Kit stieß den Atem aus und ließ den Kopf gegen die Sitzlehne sinken. »Ja, ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dich angefaucht habe.« Becker hatte sie nach dem Debakel mit dem Actionstar auf ganz ähnliche Weise getröstet. Sie selbst war diejenige, die sich merkwürdig benahm, weil sie derart durcheinander war, dass sie nicht mehr wusste, was sie tat oder sagte. »Es ist nur«, Becker berührte ihre Hand. »Du kannst mir alles erzählen, das weißt du. Visagisten sind mit Priestern vergleichbar. Auch auf dem Maskenbildnerstuhl gibt es das Beichtgeheimnis.« Kit versuchte vergeblich zu lachen. Dann legte sie den Kopf auf Beckers Schulter. »Ich bin noch nicht bereit dazu.« Sie war sich nicht sicher, ob sie jemals bereit sein würde, mit irgendjemandem über Noah zu reden. »Eines weiß ich jedenfalls«, fuhr Becker fort. »Du bist wunderschön und talentiert und jeder Mann könnte sich glücklich schätzen, mit dir zusammen zu sein.« Zu schade, dass der einzige Mann, den sie wollte, sie nicht begehrte. Kit äußerte diesen schmerzvollen Gedanken nicht laut und als Becker ihr von der Eingangsstufe ihres Apartments zum Abschied zuwinkte, winkte Kit lächelnd zurück. Dann war ihre Freundin verschwunden und Kit saß allein mit Casey und Butch im Wagen. Keiner von ihnen sprach auf der Heimfahrt. Die beiden Männer sahen sich gründlich im Haus um, bevor Kit die Tür hinter sich abschloss und sich entkleidete. Da sie verschwitzt war vom Tanzen, nahm sie eine Dusche und zog ein Mitternachtsblaues Seidennegliger an. Die luxuriöse Schlafbekleidung stammte noch aus der Zeit vor ihrem Stalker, vor ihrem Schuldenberg. Das Bettzeug, zwischen das sie schlüpfte, war ganz profan aus Baumwolle. Obwohl sie müde war, konnte sie nicht abschalten. Unaufhörlich kreisten ihre Gedanken um das, was in den Stunden passiert war, bevor Noah seine verletzende Nummer abgezogen hatte. Es hatte alles so gut angefangen, bis Noas Stimmung mit einem Schlag gekippt war. Zugegeben, er war launisch, aber nie zuvor hatte sie ihn so unberechenbar erlebt. Mit gerunzelter Stirn versuchte sie zu rekapitulieren, ob sie etwas gesagt hatte, dass er in den falschen Hals bekommen haben könnte. Aber sie hatten noch nicht einmal gesprochen, als er vom Sofa aufgesprungen war. Der Fernseher war angewiesen. Blue Force lief gerade. Als sie... Blue Force... Kit setzte sich auf und versuchte, sich die Szene ins Gedächtnis zu rufen, die gerade zu sehen gewesen war, als er aus dem Zimmer gestürmt war. Aber in ihrem Kopf herrschte ein zu großes Durcheinander. Sie konnte sich kaum an ihren eigenen Part erinnern. Kit schob die Decke weg und lief in die Küche, wo sie ihren Laptop gelassen hatte. Sie klappte ihn auf und navigierte zur Website des Fernsehsenders, auf dem Blue Force lief. Komm schon, komm schon. Sie hoffte, dass die Seite aktualisiert war, sodass sie die Folge von heute Abend aufrufen konnte. Als sie ihr Passwort eingeben musste, brauchte sie zwei Anläufe. So sehr raste ihr Herz. Dann war sie drin und fand die Episode, die sie und Noah sich angeschaut hatten. Kit sprang zu einer Szene etwa fünf Minuten bevor Noah gegangen war und sah sie sich aufmerksam an. Es war eine Rückblende zu dem Moment, in dem Kits Figur zum ersten Mal Kokain ausprobierte. Daran war nichts Aufsehenerregendes, nichts, was Noas Zorn heraufbeschworen und ihn zum Trinken verleiten haben könnte. Kit nagte frustriert an ihrer Unterlippe, als in eine andere Szene geschnitten wurde. Sie hatte ihr zuvor nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil es eine Nebenhandlung betraf, die mit dem Verbrechen in dieser Folge nicht in Zusammenhang stand. Ein gut gekleidetes Ehepaar sprach über sein Kind, von dem es hoffte, dass es ihm gut ging. Die Frau schluchzte. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass mein lieber Junge irgendwo da draußen ist. Anschließend war ein niedergeschlagen, dreinblickender und erschöpft wirkender Detektiv zu sehen, der in einer dicken Akte blätterte. Auf der Vorderseite klebte das Foto eines zahnlückigen, lächelnden kleinen Jungen mit hellblonden Haaren. Ein jüngerer Kollege unterbrach den Detektiv. Dann kehrte die Handlung zu der reichen Tochter, die zum Junkie mutierte, zurück. Mit einem unguten Gefühl im Bauch verließ Kit die Seite und rief eine der großen Suchmaschinen auf. Sie versuchte, irgendetwas über Noas Kindheit herauszufinden. War er gekidnappt worden? Gegen Lösegeld als Geisel gehalten worden? Ihr wurde übel, denn die Handlung in Blue Force deutete mehr an als eine simple Entführung. Die Mutter war außer sich vor Sorge, was ihrem Sohn sonst noch angetan werden könnte. Nein, nein, flüsterte Kit und setzte ihre Recherche fort. Sie wusste, dass es aussichtslos war. Gäbe es irgendetwas zu finden, wäre die Presse schon vor langer Zeit darauf gestoßen, aber sie konnte nicht anders. Um die Suche zu erweitern, gab sie sogar den Mädchennamen seiner Mutter ein. Nichts. Sie presste ihre zitternde Hand an die Stirn und zwang sich tief und gleichmäßig zu atmen, um nicht zu hyperventilieren. Aber ihre Gedanken rasten. Wie konnte die Entführung des Sprösslings einer mächtigen Familie vertuscht worden sein, als hätte es sie nie gegeben? Sicher, Robertson Joan war auch schon in Noas Kindheit ein einflussreicher Anwalt gewesen, aber man konnte das Interesse der Medien nicht einfach ausschalten. Es sei denn, die Polizei wäre nie verständigt und das Lösegeld heimlich bezahlt worden. Kit holte eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und trank sie zu einem Drittel aus, bevor sie die Sache noch einmal durchdachte. Wenn ein Lösegeld bezahlt und das Kind anschließend zurückgebracht wurde, handelte es sich bei der Entführung für gewöhnlich um eine Art geschäftliche Transaktion. Nie im Leben hätte Robertson Joan zugelassen, dass sein Sohn tagelang verschwunden blieb, ohne den Kidnappern jede mögliche Instanz auf den Hals zu hetzen. Etwas stimmte nicht mit ihrer Theorie. Ein Summen ertönte. Kit fuhr zusammen. Dann ging sie an die Gegensprechanlage zwischen Tor und Haus. Butch? Hallo Kit, ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Noah vorgefallen ist, aber er steht hier am Tor. Soll ich ihn durchlassen? Kit spürte einen Knoten im Magen, als sie Ja sagte. Sie wusste nicht, ob sie in der Verfassung war, mit Noah zu sprechen. Gleichzeitig hielt sie es für einen großen Fehler, ihn einfach wegzuschicken. Ob sie ihm erlauben würde, zu bleiben, hing davon ab, was als nächstes passierte. Denn ihre Worte trafen noch immer zu. Sein Schmerz gab ihm nicht das Recht, sie absichtlich zu verletzen. So sehr sie ihn auch liebte, würde sie sich auf diese spezielle Achterbahnfahrt nicht noch einmal einlassen. Sie zog ihren Morgenmantel über, schloss den Browser ihres Laptops und öffnete die Haustür. Es war eine kühle, sternenklare Nacht. Und es herrschte Stille. Als sie nach einer halben Minute noch immer nicht das Röhren des kraftvollen Motors von Noas Mustang hörte, kontaktierte sie Butch noch einmal. Er ist immer noch nicht da. Er geht zu Fuß, antwortete der Bodyguard. Fox hat ihn am Tor abgesetzt. Kit kehrte zur Tür zurück. Einige Minuten später tauchte Noas hochgewachsene Gestalt endlich in der Einfahrt auf. Allerdings sah sein Gesicht aus, als hätte es ein paar Runden zu viel in einem Faustkampf mitgemacht. Von aufflackernder Wut übermannt rannte sie ihm entgegen und packte ihn am Kinn. Autsch! Kits Griff wurde sanfter, aber nicht ihr Blick. Komm mit rein, damit ich den Schaden begutachten kann. Dort wollte ich sowieso hin. Er legte eine Hand auf ihre Hüfte und setzte dieses vertraute Lausbuben-Lächeln auf. Wirst du mich wieder rauswerfen? Wir werden sehen. Sie führte ihn ins Haus und schloss die Tür. Als sie sein Gesicht in der hellen Diele inspizierte, stellte sie fest, dass er ordentlich Prügel eingesteckt hatte. Sieht Fox auch so aus? Schlimmer. Kit gab einen zweifelnden Ton von sich. Bestimmt würde Fox Molly gegenüber exakt dasselbe behaupten, sobald er zu Hause eintraf. Wieso müssen Männer immer die Fäuste fliegen lassen? Achselzuckend stellte Noah seine Tasche ab. Ich habe Tiefkühlerbsen draufgetan. Erwartest du, dass ich applaudiere? Ja. Er grinste und verzog das Gesicht. Der Mistkerl hat mich auf den Mund geschlagen. Kit sah, dass die Oberlippe aufgeplatzt, die Unterlippe leicht geschwollen war. Eigentlich hatte ich dazu heute selbst große Lust, insofern hat er mir einen Gefallen getan. Ich hab's verbockt. Noah nahm ihr Gesicht zwischen beide Hände und sein Lächeln erstarb. Es hatte nichts mit dir zu tun. Ich habe es an dir ausgelassen, weil… weil ich wusste, dass du mir verzeihen wirst. In ihren Augen brannten Tränen. Ich liebe dich, flüsterte sie und presste die Finger auf seinen Mund, als er etwas entgegnen wollte. Ich liebe dich, aber ich werde mich nicht als emotionalen Punching Ball benutzen lassen. Nie zuvor hatte Noah sich so sehr wie ein Schwein gefühlt. Kitts Aussage hätte ihn nicht tiefer treffen können, wenn sie es darauf angelegt hätte. Aber er wusste, dass das nicht der Fall war. Dafür waren ihre geflüsterten Worte zu gefühlsbetont, zu schmerzerfüllt gewesen. Es tut mir leid. Er legte die Stirn an ihre. Es tut mir unendlich leid. Als er etwas Feuchtes an seinen Händen spürte, begriff er, dass sie weinte. Bitte nicht, bitte, flehte er. Bitte, Kitt. Sie umfasste seine Handgelenke und schluckte mehrmals. Wollen wir im Garten spazieren gehen? Fast wäre er ein Lachen ausgebrochen, aber er beherrschte sich. Okay. Was ist so lustig? Ich habe meinen Garten dem Erdboden gleichgemacht, gestand er. Aber er war sowieso armselig. Oh, Noah! Sie klang fassungslos. Er war zauberhaft. Wie schlimm ist es? Vielleicht kann ich... Er schüttelte den Kopf. Ich habe mich echt an ihm ausgetobt. Er ist nicht zu retten, fürchte ich. Ich werde einen neuen für dich anlegen. Noah war es nicht gewohnt, sich verletzbar zu machen. Dafür schützte er sich schon viel zu lange. Aber Fox hatte recht. Er war derjenige, der Mist gebaut hatte, nicht Kitt. Die Zeit war reif, dass er sich wie ein erwachsener Mann benahm und nicht wie das verängstigte Kind, das er seit mehr als zwanzig Jahren mit sich herumschleppte. Wahlweise könnte ich mein Haus verkaufen, meinte er und kämpfte gegen die riesige Faust an, die sein Herz zu zerquetschen drohte. Natürlich wäre ich dann obdachlos. Kitt verstärkte den Griff um seine Handgelenke. Erst müssen wir das zwischen uns klären, antwortete sie, und die Faust drückte zu, bis Blutfloss. Doch dann erschien ein Lächeln auf ihren Lippen. Wärst du obdachlos, würde ich dich mit Essen und Kaffee versorgen. Du könntest auf dem Gehsteig vor dem Tor campieren. Die Faust öffnete sich. Sehr witzig. Noah wischte mit dem Daumen die restlichen Tränen von ihren Wangen. Ihm war klar, dass es nicht einfach würde, die Sache zwischen ihnen in Ordnung zu bringen. Kitt hatte ihm wieder die Tür geöffnet. Aber die Wunde, die er ihr heute Abend beigebracht hatte, würde nicht so schnell heilen, wenn sie es überhaupt je täte. Er ging mit ihr in den Garten und schwieg, während sie die ordentlich gepflegten Wege entlang spazierten. Als er ihre Hand nahm, verschränkte Kitt die Finger mit sein. Aber es wirkte steif. Noah, begann sie nach ein paar Minuten. Ich habe mir diese Blufoss-Folge noch einmal angeschaut. Übelkeit übermannte ihn, zusammen mit einer Woge heißen Zorns. Seine Finger drohten sich so fest anzuspannen, dass er ihr wehgetan hätte. Warum? Seine Stimme klang rau wie Sandpapier. Ihr stummer Blick sprach Bände. Sie hatte Recherchen angestellt, weil sie ihn liebte und nach einem Weg suchte, um ihm zu helfen. Was hast du herausgefunden? fragte er, jeder Muskel in ihm so stark angespannt, als bestünde er aus tausend Stahlkabeln. Wurdest du in deiner Kindheit entführt? Noah lachte, aber es klang bitter. Das wäre leichter gewesen. Er zog Kitt an sich, vergrub eine Hand in ihrem Haar und umfasste ihren Hinterkopf. Dabei schmiegte er die Wange an ihre Schläfe. Er spürte die Schauder, die durch seinen Körper liefen, konnte sie nicht kontrollieren, während die Vergangenheit, die er Zeit seines Lebens zu begraben versucht hatte, plötzlich an die Oberfläche drängte. Niemals hatte er gewollt, dass Kitt Bescheid wusste. Aber nun regte sich ein Verdacht in ihr. Was immer sie sich vorstellte, es konnte nicht so schlimm sein wie die Wahrheit. Doch in diesem Moment erkannte er, dass er nicht damit leben könnte, wenn sie wilde Spekulationen anstellte und sich voll Mitleid mit ihm ein Szenario nach dem anderen ausmalte. Noah wusste nicht, ob es besser wäre, es ihr zu sagen. Ihm wurde schlecht, wenn er nur daran dachte. Kitt streichelte seinen Rücken. Bitte entschuldige, ihr Atem strich über seinen Hals. Ist schon gut, wir müssen nicht jetzt darüber reden. Er bekam das verdammte Zitter nicht in den Griff und er konnte sie nicht loslassen. Er hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen, gleichzeitig war ihm eiskalt. Als er zu sprechen versuchte, kam kein Wort aus seinem Mund. Er war wieder dieses Kind, dieser kleine, sechsjährige Junge, der sich nicht von dem erdrückenden Gewicht des Mannes, der ihm Schmerzen zufügte, befreien konnte. Sein Zittern war nun so stark, dass er glaubte, er müsse zerbrechen. Er vergrub die Nase in Kitts Haaren und inhalierte ihren Duft, in der Hoffnung, damit den widerlichen, beißenden, schweißigen Geruch dieses Betts, dieses Zimmers, dieses Mannes zu vergessen. Noah? Ihre Stimme war ein wenig brüchig, aber entschlossen. Ich bin's, Kitt. Wir stehen zusammen in meinem Garten, nachdem wir einen wirklich heftigen Streit hatten. Sie fuhr wieder mit den Händen über seinen Rücken. Dein Gesicht sieht aus, als wärst du mehrfach gegen eine Ziegelmauer gelaufen. Er wollte lachen, schaffte es nicht. Tut es hier weh? Sie klopfte ihm sanft auf den Rücken. Ich habe gar nicht gefragt, ob ihr euch auch mit Tritten traktiert habt. Nein, presste er heise hervor. Nur mit den Fäusten. Es freut mich zu hören, dass ihr zwei gewisse Standards einhaltet. Ihre Stimme klang nun wieder fester, nachdem er geantwortet hatte, so als hätte sie ihn einfach nur hören müssen. Die eigentliche Frage ist, ob du dich im Matsch herum gewälzt hast, nachdem du deinen Garten verwüstet hast. Ihr Haar war wie eine weiche Wolke an seinem Kinn. Ihr Körper schlank und doch kurvig an den richtigen Stellen. Noah konnte den fruchtigen Duft ihres Shampoos riechen, das sie so gern mochte. Er hatte es selbst einmal benutzt und sich hinterher gefühlt, als wäre er entmannt worden. Aber zu ihr passte es perfekt. Ihre Haut hatte ihren eigenen Duft. Kit war die schönste Frau, die er je getroffen hatte. Aber nicht wegen ihres Gesichts. Ich liebe dich. Ich liebe dich, aber ich werde mich nicht als emotionalen Punching Ball benutzen lassen. In diesem Augenblick erkannte er, dass er sie nicht einfach nur verletzt hatte. Nein, er war nah dran gewesen, sich zu einem Missbrauch hinreißen zu lassen, der zwar keine sichtbaren Wunden hinterließ, jedoch genauso schmerzhaft war. Es tut mir leid, sagte er wieder. Dabei bebte er noch immer am ganzen Körper. Bitte vergib mir. Es ist alles gut, Noah. Nein, nichts war gut. Vor allem nicht für sie. Aber in diesem Moment machte sie sich solche Sorgen um ihn, dass sie ihm ein Hintertürchen ließ. Verdammter Mist. Er riss sich von ihr los und stapfte davon. Halb rechnete er damit, dass sie ihm folgen würde, was sie aber nicht tat. Stattdessen ließ sie ihn in der Dunkelheit untertauchen. Und als er zehn Minuten später zurückkehrte, sein Zittern hatte er überwunden, dafür war er in kaltem Schweiß gebadet, lag sie auf einer Picknickdecke, die sie auf dem weichen Gras ausgebreitet hatte, und guckte in die Sterne. Noah ließ sich an ihrer Seite nieder und bettete den Kopf auf das Kissen, das sie für ihn neben ihrem eigenen bereitgelegt hatte. Automatisch streckte er seinen Arm aus, damit sie diesen statt ihres Kissens benutzen konnte. Er hegte diesen albernen, romantischen Traum, dass er eines Morgens mit einem tauben Arm aufwachen würde, weil Kitt die ganze Nacht darauf geschlafen hatte. Was wieder belegte, wie verkorkst er war. Kitt nahm sein stilles Angebot an, während über ihn die Sterne am Himmel funkelten. Auch das ist ein Grund, warum ich dieses Grundstück so sehr liebe, bemerkte sie. Es ist weit genug entfernt von den Lichtern der Stadt, dass man die Sterne wirklich sehen kann. Noah hatte mehr als eine Nacht damit zugebracht, den Nachthimmel zu betrachten. Kennst du dieses Sternbild? Er zeigte mit dem Finger nach oben. Man nennt es Pegasus. Woher weißt du das? Er zuckte mit den Schultern. Eines Nachts war ich noch spät auf und habe mich gelangweilt. Darum habe ich im Internet gesurft, wo ich irgendwie darauf gestoßen bin. Eine Zeit lang hatte er mit dem Gedanken gespielt, sich ein Teleskop zu kaufen, ist dann aber gelassen, weil er die Magie nicht zerstören wollte, indem er die Sterne zu real machte. Er sah sie sich lieber als klare, makellose, glitzernde Lichtpunkte an. So lagen sie lange Zeit schweigend. Dann umklammerte die Faust wieder sein Herz, als er den Mut fand zu sprechen. Es ist passiert, als ich sechs war. Das Zittern wollte wieder einsetzen. Er grub die Fingernägel in die Handflächen, biss die Zähne zusammen und atmete in kurzen, flachen Stößen, um dagegen anzukämpfen. Mein Vater hatte diesen Freund. Noah wollte den Namen aussprechen, aber ihm kam die Galle hoch. Er schluckte sie runter, bevor er fortfuhr, in dem Wissen, dass er gerade dabei war, seine Zukunft mit Kitt zu zerstören. Welche Frau würde ein Mann wollen, dem so etwas widerfahren war? Er war seiner Männlichkeit beraubt worden. Noch bevor er die Chance gehabt hatte, heranzuwachsen. Meine Familie und die dieses Freundes haben früher die Sommerferien in nebeneinander gelegenen Häusern auf Cape Cod verbracht. In Noas Brust wütete ein derartig heftiger Schmerz, als würden seine Rippen seine inneren Organe durchstoßen. Er hatte einen Sohn in meinem Alter. Darum hielten meine Eltern es für das perfekte Arrangement. Um Emily, die erst ein paar Wochen alt war, kümmerte sich ein Kindermädchen, während der andere Junge und ich zum Spielen geschickt wurden und die Erwachsenen unter sich waren. Kit wob die Finger in seiner Hand, die neben seinem Kopf lag. Er drückte sie ganz fest in dem Bewusstsein, dass er sie bald für immer verloren haben würde. Nur war es nicht jeden Tag so. Manchmal musste mein Vater arbeiten und meine Mutter wollte mit der Frau des anderen Jungen einen Kaffee trinken gehen. Dann erbot sich dieser Freund auf uns Jungs aufzupassen. Sein Atem war nur noch ein dünnes Pfeifen. Nein, halt die beiden nicht dem Kindermädchen auf. Sie würde mit den zwei Rangen ohnehin nicht fertig. Ich werde sie beschäftigt halten und dafür sorgen, dass sie keinen Unsinn anstellen. Noah konnte die Stimme noch immer in seinem Kopf hören. Sie hatte so jovial, so freundlich geklungen. Er hatte dem Mann vertraut, weil sein Vater ihm vertraut hatte. Außerdem hatte er selbst einen Sohn gehabt. Vätern vertraute man. Er hat dich und seinen eigenen Sohn missbraucht, mutmaßte Kit leise. Du musst mir keine Details nennen, Noah. Ich kann sie mir vorstellen. Damit war es ausgesprochen. Und er hätte es dabei belassen können. Aber dies war die letzte Nacht, die er mit Kit verbringen würde. Also konnte er ihr ebenso gut die ganze hässliche Wahrheit enthüllen. Sie verdiente es nach allem, was er ihr zugemutet hatte. Seinen eigenen Sohn hat er nie angefasst. Nur mich. Noah zwang sich zu atmen. Er hat seinen Sohn zum Spielen in den Garten geschickt, bevor er. Die Erinnerungen drohten, ihnen einen schwarzen Abgrund zu reißen. Er fixierte den hellsten Stern am Himmel, dann gab er den Restpreis, ehe er nicht mehr sprechen konnte. Er hat mir so ziemlich alles angetan, was man einem kleinen, wehrlosen Jungen antun kann. Noah hörte ein Schluchzen und begriff, dass Kit wieder weinte. Er rollte den Arm ein und drückte sie an sich. Schon wieder hatte er sie zum Wein gebracht. Und es war noch nicht vorbei. Irgendwie schaffte er es, weiter zu sprechen, ein Wort nach dem anderen zu artikulieren, jedes einzelne wie eine Rasierklinge, die durch seine Stimmbänder schnitt. Anschließend warnte er mich, dass er meinen Eltern nachts die Kehlen aufschlitzen und mit Emily dasselbe machen würde wie mit mir, sollte ich es je jemandem erzählen. Er sagte, selbst wenn meine Eltern überlebten, würden sie mich fortschicken, weil ich dieses Ungeheuer in ihr Haus gelockt hätte. Dieser verdammte Scheißkerl. Kitts Stimme klang rau und belegt. Die Hand auf seiner Brust war zur Faust geballt. Noah presste sie noch enger an seinen Körper, der durch das Zittern so verkrampft war, dass sich seine Muskeln und Knochen anfühlten wie die eines 80-Jährigen. Ich war erst sechs und er zeigte mir das Messer, mit dem er meinen Eltern die Kehlen durchschneiden wollte. Also habe ich den Mund gehalten. Bis heute hatte Noah keine Ahnung, ob sie ihm überhaupt geglaubt hätten. In jenem Sommer hat er mich wieder und wieder und wieder missbraucht. Robert hatte sich einen Haufen Arbeit mitgebracht und Virginia großen Nachholbedarf daran gehabt, sich mit ihren vielen Freundinnen zu treffen, nachdem sie den Großteil ihrer Schwangerschaft Bettruhe hatte halten müssen. Sie hatten sich nichts dabei gedacht, Noah in der Obhut eines Mannes zu lassen, den sie für einen Freund hielten. Dessen Ehefrau hatte es toll von ihm gefunden, dass er sich als Babysitter zur Verfügung stellte und sie dadurch Noas Mutter zu deren Verabredungen begleiten konnte. Auch nach unserer Heimkehr fuhr Noah fort, bevor er es nicht mehr könnte, habe ich es niemandem erzählt. Der Bastard hat mich davon überzeugt, dass er wirklich ein Ungeheuer sei und er meine Familie erwischen werde, egal wo wir lebten. Zitternd hatte er sich unter seine Decke zusammengerollt und kaum ein Auge zugetan, sondern darauf gewartet, dass das Böse durch das Fenster gekrochen käme. Erst als meine Eltern Pläne schmiedeten, den nächsten Sommer wieder mit dieser Familie zu verbringen, bin ich zusammengebrochen. Ich bekam einen hysterischen Anfall und habe geschrien, dass ich nicht mitkommen wolle. Wie haben sie reagiert? Ich bekam Zimmerarrest. Er lächelte verbittert. Mein Vater meinte, ich sei zu alt für solch theatralisches Gehabe und hat mich dazu verdonnert, allein in meinem Zimmer zu bleiben und darüber nachzudenken. Dadessen habe ich mich in sein Büro geschlichen, mithilfe des Schlüssels, den er unter der Schreibtischlampe versteckte, die Schublade aufgesperrt, in der er seine Pistole aufbewahrte. Kit entfuhr ein Keuchen. Ich wusste, wie man damit umgeht. Wie man Patronen nachlud, wenn die Waffe leer ist, wie man sie entsichert, wie man sich gegen den Rückstoß wappnete. Mein Vater hatte es mir beigebracht. Bei den St. Jones gibt es nur waschechte Kerle. Wir lieben Waffen, die Jagd und die Frauen. Robert hatte immer irgendeine Geliebte gehabt. Das gehörte zur stolzen Tradition der St. Jones. Mit einem bitteren Geschmack im Mund kallte Noah die Finger in Kits Haar. Eine Stunde nachdem mein Vater mein Zimmer verlassen hatte, kam er zurück und fand mich dabei, wie ich mit der Pistole auf das Fenster zielte. Kit versuchte, sich aufzusetzen, aber Noah zog sie wieder nach unten, weil er den Abscheu in ihrem Gesicht nicht ertragen hätte. Sie leistete keinen Widerstand. Er hat nicht gebrüllt, das muss ich ihm zugutehalten. Stattdessen fragte er mich, was ich mit der Waffe vorhätte. Ich erklärte ihm, dass ich das Ungeheuer erschießen würde, damit es uns nichts antun könne. Er sah noch immer Roberts Gesicht vor sich, als er ihm endlich erzählt hatte, dass das Ungeheuer gern schlimme Sachen mit ihm mache. Es hatte einen Ausdruck von Schock, Schmerz, Ekel und Scham gezeigt. Noah machte sich manchmal gern vor, die beiden letzteren Regungen seien gegen Robert selbst oder gegen den Mann, der das Verbrechen begangen hatte, gerichtet gewesen, aber die anschließenden Handlungen seines Vaters hatten deutlich gemacht, dass beide ausschließlich Noah gegolten hatten. Langer Rede, kurzer Sinn, mein Vater hat mir gesagt, dass wir nicht nach Cape Cod fahren würden. Ich habe ihm die Waffe ausgehändigt und zwei Wochen später, nach einer diskreten ärztlichen Untersuchung, die sicherstellen sollte, dass ich keinen bleibenden körperlichen Schaden davon getragen hatte, wurde ich ins Internat abgeschoben. Als Kit dieses Mal den Kopf hob, konnte er sie nicht davon abhalten. Er drehte das Gesicht weg und starrte in den Garten. Was war mit psychologischer Betreuung? fragte sie mit entsetzter Stimme. Haben deine Eltern auch nur mit dir darüber? Nein. Nach der Untersuchung hatte niemand in seiner Familie jemals wieder über das gesprochen, was in jenem Sommer passiert war. Meine Mutter konnte es noch nicht einmal ertragen, mich zum Arzt zu begleiten. Und mein Vater? Er hat mich angesehen und sich für mich geschämt, weil ich es zugelassen hatte. Du warst ein Kind! Der Zorn in ihrer Stimme war unüberhörbar, als sie sich neben ihm aufsetzte und ihre Knie über seine Seite strichen. Sie haben den Mann nicht angezeigt? Nein. Während meines ersten Jahres auf dem Internat hatte ich ständig Albträume, in denen er Jagd auf mich machte. Es war nach einem dieser entsetzlichen Träume gewesen, dass Fox versucht hatte, ihn zu trösten und Noah die ganze Wahrheit herausgelassen hatte. Sein bester Freund hatte daraufhin einen Stuhl unter die Türklinke geklemmt, damit niemand in ihr Zimmer gelangen konnte. Dann hatten sie gemeinsam etwas gebastelt, das Krach machen würde, falls jemand durchs Fenster zu steigen versuchte. Sag mir, dass sie dieses Monster nicht einfach haben laufen lassen, flehte Kit ihn an. An meinem achten Geburtstag gab mein Vater mir einen Ausschnitt aus einer Zeitung. Es war die Todesanzeige des Mannes. Noah schob den Arm unter den Kopf und blickte wieder zu den Sternen. Dabei nahm er Kit am Rand eines Dichtfels wahr. Erst später habe ich im Internet recherchiert und dabei entdeckt, dass er tot zu Hause in seinem Arbeitszimmer aufgefunden worden war. Er hatte sich selbst erschossen. Ein Selbstmord also? Damit hat er der Welt einen Gefallen getan. Fast hätte Noah gelacht. Er hat gar nichts getan. Wusstest du, dass mein Vater früher Schmalspurganoven verteidigt hat? Die Sorte Männer, die ihm eine Gefälligkeit erweisen würden, ohne Fragen zu stellen. Du glaubst, er hat den Mistkerl ermorden lassen? Ich weiß, dass es so ist. Allerdings war Noah sich sicher, dass Robert es nur deshalb getan hatte, weil der Mann es gewagt hatte, den Namen der Familie St. Joan zu beschmutzen. Nicht, weil er sich an seinem Sohn vergangen hatte. An meinem achtzehnten Geburtstag, während einer pompösen Feier, die meine Mutter für mich ausgerichtet hat, weil sie das am besten kann, erwischte mein Vater mich dabei, wie ich irgendein Partygirl vögelte. Später an diesem Abend klopfte er mir auf den Rücken und sagte, gut zu wissen, dass dieses Arschloch dich nicht versaut hat, Junge. Es heißt, der Schlappschwanz soll um sein Leben gewinselt haben. Wären Noas Eltern jetzt gerade dagewesen, Kit hätte beiden rechts und links eine verpasst. Sie hatten einen traumatisierten, verängstigten Jungen in fremde Obhut gegeben, ohne ihm irgendeine Hilfe anzubieten. Was musste in ihm vorgegangen sein, als er aus dem Heim seiner Familie verstoßen und von allen im Stich gelassen worden war? Genau wie das Ungeheuer es prophezeit hatte. Es war nicht deine Schuld, versicherte sie ihm sanft. Ihr war nicht entgangen, dass seine schönen grauen Augen ihren Blick mieden, seit er zu erzählen begonnen hatte. Das weißt du, oder? Am Abend dieser Geburtstagsparty fuhr er fort, ohne auf ihre Frage einzugehen. Lod mein Vater mich zum ersten Mal seit elf Jahren dazu ein, mit ihm und den anderen Männern unserer großen Familie auf die Jagd zu gehen. Jeder andere Junge war regelmäßig mit von der Partie, seit er eine Waffe halten konnte. Kit hatte noch nie jemanden so sehr gehasst wie Roberts und Joan in diesem Moment. Das beweist, dass er ein Arschloch ist. Trotzdem ist nichts von dem, was passiert ist, deine Schuld. Noah sah sie noch immer nicht an, doch er legte eine Hand, wenn auch zögerlich, an ihren unteren Rücken. Ich mag Sex nicht, stieß er mit harter Stimme hervor. Ich ficke Frauen, weil ich mich dabei wie ein Mann fühle und ich auch danach noch für eine kurze Weile vergessen kann, dass mir meine Männlichkeit genommen wurde. Kit hatte keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollte. Noas Schmerz ließ sich nicht mit Liebe, mit Küssen und Umarmungen lindern. Er hatte eine tiefe seelische Wunde davon getragen, die noch immer blutete. Aber eines wusste sie und zwar, dass sie Noah liebte. Bullshit! Nun schaute er sie endlich an, doch sie konnte den Blick seiner dunkelgrauen Augen nicht deuten. Du sagst nie Bullshit! Jetzt sage ich es! Sie sah ihn unverwandt an. Du bist ein großartiger Mann. Dieser Verbrecher hat dich missbraucht, aber deswegen bist du nicht weniger ein Mann. Sein Kiefer malte und er brach den Blickkontakt ab. Wenn du meinst … Kit fasste ihn am Kinn und zwang ihn, sie anzusehen. Was wäre, wenn es mich getroffen hätte? Wenn ich als Kind in diesem Zimmer gewesen wäre anstelle von dir? Würdest du mich dann weniger als Frau sehen? Selbstverständlich nicht. Noah drückte ihre Hüfte. Aber ich bin ein Mann, Kit. Ich wurde dazu erzogen, später einmal der Herr des Hauses zu sein, die meinen zu beschützen und jeden an die Wand zu nageln, der es wagen würde, ihnen Schaden zuzufügen. Aber ich konnte mich noch nicht einmal selbst schützen. Noah, du warst erst sechs! Doch sie wusste, dass ihre Worte gegen eine Mauer aus Zorn, Selbstbeschuldigung und Indoktrination stießen. Ob Junge oder Mädchen, kein sechsjähriges Kind kann sich gegen einen Erwachsenen verteidigen. Der Schmerz ist derselbe, unabhängig vom Geschlecht und verdient dieselbe Fürsorge. Tatsächlich galt das immer, egal wie alt das Missbrauchsopfer war. Aber sie musste in den Vordergrund rücken, dass Noah ein Kind gewesen war. Wenn sie ihm mit aller Deutlichkeit bewusst machte, dass er ein kleiner Junge und der andere ein erwachsener Mann gewesen war, hätte sie vielleicht eine Chance, zu ihm durchzudrängen. Ihr Plan ging nicht auf. Ich hätte ihn erschießen sollen, erklärte Noah. Genau das hat mein Vater gesagt, nachdem er mich mit der Pistole erwischt und ich ihm erzählt hatte, was passiert war. Er sagte, ich hätte den Drecksgeller erschießen sollen. Ich hätte momentan große Lust, deinen Vater zu erschießen, stieß sie hervor. Verdammt, dieser Mann dürfte überhaupt kein Vater sein. Ihre eigenen Eltern mochten oberflächlich und selbstbezogen sein. Aber als Kit in der Schule einmal schikaniert worden war, waren sie sofort zur Stelle gewesen, um dem Rektor den Marsch zu blasen und sich anschließend die Eltern des betreffenden Mitschülers vorzuknöpfen. Was hat deine Mutter die ganze Zeit über getan? Geschoppt, Sonnenbäder genommen, Emily im Kinderwagen spazieren gefahren. Ihr war alles recht, um sich nicht der Tatsache stellen zu müssen, dass sie ein entehrtes Kind hatte. Ein boshaftes Grinsen huschte über sein Gesicht. Hast du bemerkt, dass sie mich nicht ansehen kann? Das hatte sie. Und jetzt, als sie den Grund kannte, wollte sie Virginia St. Joan zu Staub zermahlen. Sie vom Angesicht der Erde hinwegfegen. Damit macht auch sie sich schuldig. Kitts Stimme bebte vor blankem Zorn. Es ist die Aufgabe von Eltern, für ihr Kind da zu sein und es zu trösten und vor Unheil zu bewahren. Deine haben darin furchtbar versagt. Sie strich ihm das Haus der Stirn. Als Noah sich versteifte, hätte sie die Hand fast weggenommen, aber sie hörte auf ihren Instinkt und machte weiter, indem sie mit den Fingern durch die goldenen Strähnen kämmte. Wenn er wollte, dass sie aufhörte, würde er sich der Berührung entziehen. Er tat es nicht. Ganz allmählich entspannten sich seine Muskeln. Schließlich lehnte Kitt sich mit dem Rücken an einen Baum, streckte die Beine aus und brachte Noah dazu, den Kopf in ihren Schoß zu legen, sodass sie weiter mit seinen Haaren spielen konnte. Hast du je mit irgendwem darüber geredet? Fox weiß es. Nein. Ich meine einen Psychologen, oder? Nein. Und daran wird sich auch nichts ändern. Noah? Nein. Seine Schultermuskeln waren wieder verkrampft, als er die Augen schloss und ein Knie anwinkelte. Auf keinen Fall werde ich mir bei einem Seelenklempner meine Probleme von der Seele reden. Weder jetzt noch irgendwann. Es würde am nächsten Tag auf der Titelseite irgendeines Schmierblatts erscheinen. Er schlug diesen harten Ton nur selten an, aber wenn er es tat, bedeutete es, dass es keinerlei Verhandlungsspielraum gab. Das Schlimmste war, dass Kitt ihm noch nicht einmal etwas entgegenzusetzen hatte. Bestimmt gab es vertrauenswürdige Psychologen und Therapeuten, aber sie machten sich Aufzeichnungen, die sie in Computerdateien oder Aktenschränken verwahrten. Noah war eine Berühmtheit. Ein einziger neugieriger Mitarbeiter, der nicht den Mund halten konnte, schon würde die gesamte Boulevardpresse darüber berichten. In klebrig süßem Ton würden sie Noas Mut und Kraft preisen und ihn im selben Atemzug in Stücke reißen, indem sie wieder und wieder in der entsetzlichsten Zeit seines Lebens herumstocherten. Er würde dem Wissen in den Blicken der Menschen nicht entkommen können. Und sie kannte Noah gut genug, zumal sie gerade gehört hatte, wie er über Männlichkeit und Stärke dachte, um nicht daran zu zweifeln, dass es ihn zerstören würde. Ob er sich jetzt, da sie Bescheid wusste, von ihr abwenden würde? Im Moment lag er friedlich und mit geschlossenen Augen auf der Picknickdecke, während sie mit den Fingern durch sein Haar strich. Sie konnte nicht sagen, wann sich seine Atmung verändert hatte. Noah war eingeschlafen. Vor Überraschung hätte sie fast aufgehört, ihn zu streicheln, doch sie fasste sich noch rechtzeitig, um den Rhythmus nicht zu unterbrechen. Wenn Noah nun endlich Schlaf fand, würde sie ihn nicht stören, besonders nicht nach dem, was er ihr zuvor anvertraut hatte. Kit wusste nicht, wie lange sie dort saß und gemächlich die Finger durch sein Haar gleiten ließ, aber die Nacht war vollkommen still, als er sich schließlich regte. Hab ich geschlafen? murmelte er. Ja. Kit streckte ihre steifen Beine aus, als er sich auf den Bauch drehte und das Kissen unter seinen Kopf stopfte. Möchtest du hier draußen bleiben? Mmh. Sie ging nach drinnen und holte ein dickes, gehäkeltes Plate, das sie über ihn breitete. Die Nächte konnten kühl werden und er lag nur unter einer Picknickdecke. Kit war in Versuchung, bei ihm zu bleiben, aber sie würde keinen Anspruch auf etwas erheben, das zu geben er nicht bereit oder imstande war. Sie kannte Noah lang genug, um zu wissen, dass er nie neben einem anderen Menschen schlief. Sie steckte die Decke um ihn fest und wollte schon gehen, als sich eine kräftige Hand um ihren Knöchel schloss. Ein Blick nach unten verriet ihr, dass sein Kopf noch in derselben Position auf dem Kissen lag, nämlich von ihr abgewandt. Aber als sie versuchte, ihm ihren Fuß zu entziehen, verstärkte er seinen Griff. Mit einem zittrigen Lächeln sagte sie, »Ich muss meinen Schlafsack suchen. Du liegst vielleicht gern auf dem harten, kalten Boden, aber ich bevorzuge Luxus.« Er strich mit dem Finger über ihre Fessel, bevor er sie freigab. Kit kehrte ins Haus zurück, wo sie für einen Moment ihren Tränen nachgab und ihre Wut an einem Kissen ausließ. Sie hasste Noas Eltern, womöglich sogar mehr als den Mann, der sich an ihm vergangen hatte. Ihr Herz wummerte noch immer, als sie sich das Gesicht wusch und den Schlafsack aufstöberte, den sie vor ein paar Jahren anlässlich eines von Bäcker organisierten Campingausflugs gekauft hatte. Sie tauschte ihr Negligé und den Morgenmantel, ging einen warmen Fleece-Pyjama und ging wieder nach draußen. Noah lag im Tiefschlaf auf der Picknickdecke. Leise rollte er sie den Schlafsack aus und schlüpfte hinein. Dann drehte sie sich auf die Seite, um sein Gesicht betrachten zu können. Selbst wenn er schlief, war eine Anspannung darin zu erkennen, die besagte, dass er nicht leicht zur Ruhe fand. Kit streichelte ihm wieder übers Haar, bis sich seine Züge zu glätten schienen. Sie fuhr damit fort, bis auch ihre Lieder so schwer wurden, dass sie einschlummerte. Ihre Hand sank herab, aber noch immer berührten ihre Fingerspitzen die goldenen Strähnen. Als Noah im grauen Licht des frühen Morgens erwachte, verspürte er zum ersten Mal kein Gefühl von Beengtheit, von Eingeschlossensein. Er brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass er im Kitts Garten war und sie in einem Schlafsack eingemummelt neben ihm lag. Schlagartig kehrte die Erinnerung daran zurück, als er ihr erzählt, wie sie reagiert und ihn berührt hatte. Eine seltsame Mischung aus Furcht, Scham und Hoffnung verursachten ihm Herzklopfen. Kitt war noch hier. Vielleicht würde sie ihn doch nicht fallen lassen. Vielleicht. Ganz, ganz sacht strich er mit einem Finger über ihre Wange. Sie machte ein mürrisches Gesicht und verkroch sich tiefer in ihrem Schlafsack. Noah wusste, dass er sie in Ruhe lassen sollte, aber er konnte nicht. Er musste feststellen, wie sie ihn heute Morgen ansehen würde. Also tat er es noch einmal. Dabei verstärkte er leicht den Druck, um sie nicht zu kitzeln. Dieses Mal runzelte sie nicht die Stirn, sondern entspannte sich unter seiner Berührung. Als sie wenige Minuten später die Augen aufschlug, hatte er Mühe, nicht den Blick abzuwenden. Aber er musste sie ansehen, weil sie in diesem Moment nicht auf der Hut war und zu erkennen geben würde, wie sie wirklich fühlte. Später würde sie jeden Abscheu verhehlen, weil sie ein guter und freundlicher Mensch war. Doch jetzt gerade war sie ungeschützt und er würde sich das zunutze machen, um die Wahrheit zu sehen, um Bescheid zu wissen. Zuerst sah er nur benommene Verdrossenheit. Ich habe geschlafen. Ich weiß. Er belies die Hand an ihrer Wange. Ich wollte dich wecken. Dir ist bekannt, dass ich kein Morgenmensch bin, murmelte sie, bevor sie gähnte und ihr Blick klarer wurde. Und dann schaute sie ihn richtig an. Und da war keine Scham, kein Mitleid, kein Abscheu in ihren faszinierenden, bernsteinfarbenen Augen. Sie sahen ihn an, wie sie es immer taten, so als würden sie etwas Kostbares in ihm blicken. Und nun, murrte sie, du hast mich aufgeweckt, jetzt unterhalte die Bestie. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Ich bin nicht mehr müde. Es müssen mindestens fünf Stunden vergangen sein, seit wir eingeschlafen sind. Seit du eingeschlafen bist, Kitsch stupste ihn gegen die Brust. Ich habe deine Haare gestreichelt. Du erinnerst dich? Und ob er sich erinnerte. Die Berührungen waren beruhigend, liebevoll und fürsorglich gewesen. Noah hatte noch nie Fürsorglichkeit erfahren, nie jemanden nahe genug an sich herangelassen. Das war schön. Wirst du es wieder tun? Kann sein, ihre Augen funkelten, als sie den Kopf drehte und einen Kuss in seine Handfläche drückte. Aber erst einmal werde ich weiter schlafen. Noah glaubte nicht, dass ihr das gelingen würde. Doch dabei vergaß er, wie oft sie aufgrund ihrer Drehpläne zu ungewöhnlichen Zeiten schlafen musste. Nur Minuten später war sie eingeschlummert. Aber das war okay. Er würde jetzt zurechtkommen, nachdem er in ihre Augen gesehen und erkannt hatte, dass er für sie noch immer der Mann war, den sie begehrte. Und nicht der hilflose Junge aus dem Zimmer auf Cape Cod vor all den Jahren. Er wusste nicht, wohin ihr Weg sie führen würde. Aber an diesem Morgen, während er Kitt beim Schlafen zusah, war alles in bester Ordnung. Kitt stöhnte, als sie nach ihrer Dusche in die Küche kam. Ich hasse Camping. Mir hat es ziemlich gut gefallen. Die Freiheit, die frische Luft, die Sterne über und Kitt neben ihm. Mehr brauchte er nicht. Du spinnst! Komm her, du mürrisches Kätzchen! Noah zeigte ihr einen Teller mit in Sirup getränkten Waffeln. Ihre Augen leuchteten auf. Dann hüpfte sie auf einen der Barhocker und protestierte nicht mal, als Noah darauf bestand, sie zu füttern. Wobei er sich selbst den einen oder anderen Bissen gönnte. Ihr erreichte ihr einen Becher Kaffee, weil er bemerkt hatte, dass sie sich nach einem Getränk umsah. Mh, meine Lieblingssorte! Kitt inhalierte den Duft und trank einen Schluck. Ich will mehr waffeln! Lachend öffnete er das Waffeleisen und nahm die heraus, die er gebacken hatte, während sie die erste vernichtet hatten. Das meiste der zweiten bekam er selbst ab, weil Kitt schon nach wenigen Bissen verkündete, dass sie satt sei. Darf ich dich etwas fragen? Ihr Ton war so vorsichtig, dass ich seinen Rücken anspannte. Ja, es klang harsch. Aber Kitts Frage war nicht das, was er erwartet hatte. Sie hatte nichts mit dem zu tun, was ihm als Kind widerfahren war. Du magst keinen Sex, aber was ist mit dem Übrigen? Herrje, Kitt, du weißt, dass ich nichts ausgelassen habe. Ich habe vermutlich alles ausprobiert, worüber je in Penthouse geschrieben wurde, und noch einiges mehr. Kitt schaute ihn über den Rand ihrer Tasse an. Falls ich mit etwas aufwarte, das du noch nicht getan hast, wirst du es zusammen mit mir tun? Klar, wieso nicht? Wenn sie noch immer bereit war, mit ihm zusammen zu sein, würde er ihr alles geben, was er konnte. Aber Baby, du wirst achtzig sein, bevor dir irgendetwas einfällt, was ich noch nicht ausprobiert habe. Aha, sie nippte an ihrem Kaffee. Hast du je eine Massage von einer Geliebten bekommen oder selbst eine gegeben? Noah blinzelte verdutzt. Nein? Ein selbstgefälliges Lächeln. Oh, was höre ich da? Sie legte die Hand wie eine Muschle an ihr Ohr. Ist das etwa Noah St. Joan, der kleine Brötchen backt? Na klar, Kitt, imitierte sie ihn mit tiefer Stimme. Diese Brötchen schmecken ja auch wirklich köstlich. Klugscheißerin, er grinste. Ich dachte, du sprichst von Sexpraktiken. Es ist Teil des Spektrums. Darum nennt man sie Massagesalons. Willst du mir eine erotische Massage anbieten? Sie hatte recht, am Ende lief doch alles auf Sex hinaus. Kitt guckte ihn finster an. Diese Art von Mädchen bin ich nicht. Sie zeigte mit dem Finger auf ihn. Du schuldest mir heute Abend eine Massage. Noah wollte schon antworten, klappte den Mund jedoch wieder zu, als er erkannte, dass eine Massage ihn in die glückliche Lage versetzen würde, Kitt anfassen zu dürfen. Zumindest für eine Weile würde Sex kein Thema sein. Es würde nur darum gehen, Kitt zu berühren. Und genau danach sehnte er sich. Er hatte sich schon immer danach gesehnt. Ich schätze, dann sollte ich wohl Öl kaufen. Kit hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Noah brauchte einen Psychologen. Aber nachdem er sich weigerte, das auch nur in Betracht zu ziehen, musste sie das Problem irgendwie allein bewältigen. Dazu zählte, dass sie im Internet alles las, was sie über Missbrauchsopfer finden konnte. Sie tat es tagsüber, während Noah mit David und Abe unterwegs war, um sich ein Schlagzeug anzusehen, das David eventuell kaufen wollte. Wie sich herausstellte, war Noas Überzeugung, dass er als Junge in der Lage hätte sein müssen, sich zu wehren, nicht ungewöhnlich. Den Hilfeseiten und Foren zufolge wurden die weit verbreiteten Vorstellungen, was ein echter Kerl war, schon von kleinen Jungen aufgeschnappt und verinnerlicht. Es brach Kitt das Herz, wie sehr diese Utopien Noah kaputt gemacht hatten. Die Reaktionen seiner Eltern hatten seine Überzeugungen weiter verfestigt. Robert und Virginia hatten ihm das Gefühl gegeben, er sei derjenige, der etwas falsch gemacht habe, und ihn zur Strafe ins Internat gesteckt. Diese Idioten! Sie atmete gegen ihren Zorn an und las weiter. Als Becca mittags anrief, um zu fragen, ob sie Lust hätte, sich mit ihr zu treffen, antwortete Kitt, »Lass uns das auf ein andermal verschieben, okay? Trotzdem danke, dass du an mich gedacht hast.« »Das ist doch selbstverständlich. Ich weiß, wie hart eine Trennung sein kann. Wir sind wieder zusammen.« Eine Flamme der Hoffnung flackerte in ihrem Herzen. »Wünsch uns Glück!« Es trat kurz Stille ein, bevor Becca sagte, »Viel Glück, Kit!« Ihr Ton klang zurückhaltend. »Es tut mir leid, nur glaube ich noch immer nicht, dass Noah gut für dich ist. Aber wenn du ihn liebst, stehe ich hinter dir. Du bist eine großartige Freundin.« Becca war seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Primrose Avenue immer für sie da gewesen. Und sie hatte hautnah miterlebt, wie schlecht es Kit nach dem Debakel damals mit Noah gegangen war. Kit konnte der Visagistin ihre Meinung über ihn nicht zum Vorwurf machen. Trotzdem würde sie sich auch von ihrem engsten Freundeskreis nicht beeinflussen lassen, was diesen komplizierten, talentierten Mann betraf, den sie liebte. Sie verabschiedeten sich mit einem kurzen, unbeschwerten Plausch über Horror-Make-up, dann setzte Kit ihre Recherche fort. Bald hatte sie genug gelesen, um zu wissen, dass sie diese Sache im großen Stil vermasseln könnte. Sie hatte schreckliche Angst, es falsch anzugehen und die Dinge nur schlimmer zu machen. Leider konnte sie mit niemandem darüber sprechen, ohne Noas Vertrauen zu missbrauchen. »Halt, warte!« Kit setzte sich gerade auf. »Fox weiß es.« Sie rief den Liedsänger an. »Noah hat es mir erzählt«, sagte sie, ohne ihre Worte genauer auszuführen. »Er weigert sich, zu einem Psychologen zu gehen, Fox.« »Ja, ich weiß«, er seufzte. »Ihr müsst das irgendwie zu zweit schaffen.« »Ich habe Angst, es zu verbocken.« Den ersten Fehler hatte sie bereits begangen, indem sie Noah nicht wirklich eine Wahl hinsichtlich der gegenseitigen Massage gelassen hatte. »Ich will ihm nicht wehtun.« »Er will dir auch nicht wehtun. Mag sein, dass er das bisher eher dilettantisch unter Beweis gestellt hat, aber Noah würde für dich über glühende Kohlen laufen, wenn du ihn darum bätest. Darum glaube ich, ihr zwei habt einen besseren Ausgangspunkt als die meisten Paare.« Kit versuchte, sich an diesem Gedanken festzuhalten, als sie ihre Lektüre wieder aufnahm. Am Nachmittag rief Harper an, um ihr mitzuteilen, dass für den nächsten Tag eine Besprechung mit dem Team von Redemption angesetzt war, und Kit notierte es sich. Davon abgesehen verlief der Tag ruhig. Sogar die Medienberichterstattung über Noahs und Fox Streit war eher zurückhaltend. Sie verlief vollkommen im Sand, als Fox sich seinen Bandkollegen bei deren Schlagzeugbesichtigung Rumhängtag anschloss und ein Blogger Fotos von Noah und Fox ins Netz stellte, auf denen die beiden sich angrinsten, während Fox Noah einen Beutel Tiefkühlerbsen anbot. Zum Schein gingen sie sogar wieder mit den Fäusten aufeinander los. Selbst Kit musste über die Bilder lächeln. »Wie kleine Jungs«, schrieb sie Molly und hängte den Link an. Ihre Freundin antwortete unverzüglich. »Fox hat diese Erbsen aus unserer Gefriertruhe mitgehen lassen. Ich hätte sie fürs Abendessen gebraucht.« Kichern schrieb Kit zurück. »Hat Fox behauptet, Noah sähe schlimmer aus als er?« »Natürlich!« Kit beschloss Molly anzurufen, und sie lachten herzhaft, bevor sie sich einem ernsteren Thema zuwandten. »Sarah dreht gerade runden im Pool«, berichtete Molly. »Ich denke, sie fühlt sich inzwischen etwas wohler hier. Trotzdem möchte sie unbedingt nach Hause.« Das kann ich nachvollziehen. Kit würde ebenfalls in ihrer eigenen Umgebung sein wollen. »Hat Abe sie besucht?« »Nein, aber er schickt Fox und mir mehrmals täglich Nachrichten, um sich nach ihr zu erkundigen.« Molly stieß den Atem aus und fügte hinzu. »Mein Handy lag heute auf der Küchentheke, und Sarah hat seine Nachricht auf dem Display gelesen.« »Oh«, Kit zog die Unterlippe zwischen die Zähne. »Wir hat sie reagiert?« Seit dem Vorfall auf dem Zenit-Festival fragte sie sich, was sich zwischen Abe und Sarah abspielte, beziehungsweise was sich während ihrer Ehe und Scheidung abgespielt hatte. »Es ist seltsam. Sie wirkte schockiert und irgendwie traurig.« Es klang, als würde Molly sich beim Sprechen umherbewegen. Thea zufolge ist Abe noch stiller und unkommunikativer als sonst, aber stocknüchtern. »Das ist gut.« Wenn Abe die Finger von Drogen und Alkohol ließ, konnten er und Sarah sich zumindest endlich aussprechen. »Höre ich da dein anderes Telefon klingeln?« »Scheibenkleister, es ist ein geschäftlicher Anruf.« »Geh dran, wir quatschen später nochmal.« Nachdem sie aufgelegt hatten, machte Kit sich schnell einen Salat und widmete sich wieder ihrer Recherche. Noah besorgte auf dem Heimweg von David und Thea, wo sie eine spontane Jam-Session veranstaltet hatten, etwas zu essen und sie setzten sich damit, auf seinen Vorschlag hin, in den Garten. Kit erkannte, dass er sich dort wirklich wohlfühlte und ihr kam eine Idee. »Wann wollen wir das mit der Massage angehen?«, fragte er eine Stunde nach dem Abendessen. Kit lächelte, überrascht und glücklich darüber, dass er das Thema selbst zur Sprache brachte. »Du bist ganz sicher, dass du es tun willst?« »Ja, ich habe extra etwas gekauft.« Noah verschwand kurz im Haus und kam mit einem Fläschchen biologischem Vanilleöl für empfindliche Haut zurück. »Ich nehme an, deine Haut ist weicher als meine.« »Sieht toll aus«, brachte sie hervor, obwohl ihr Bauch voller Schmetterlinge war. Die Vorstellung, Noas Hände, seine vom Gitarrenspiel schwieligen Fingerkuppen an ihrem Körper zu spüren. »Atme, Kit. Es ist nur eine Massage. Mehr darf es nicht sein.« Ziel des Ganzen war es, Noah zu zeigen, dass sinnliche Berührungen nicht zwingend zu Sex führen mussten, dass man auch auf andere Art Intimität aufbauen, er ihr auf andere Weise körperliches Vergnügen verschaffen konnte. Letzteres klang selbstsüchtig. Aber die Dinge, die Noah gesagt hatte, sein ganzes Verhalten wiesen darauf hin, dass er es als Versagen seinerseits auffassen würde, wenn es ihm nicht gelänge, ihr Wonne zu schenken. Und das wiederum konnte ihn an sehr dunkle Orte führen. Kit würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um das zu verhindern. »Willst du zuerst oder soll ich?« fragte sie, nachdem Noah den Couchtisch zur Seite gerückt und sie mitten im Wohnzimmer eine Decke auf dem Fußboden ausgebreitet hatte. »Ich werde dich zuerst massieren«, antwortete er ohne Zögern. Die Schmetterlinge im wilden Aufruhr nickte sie. Dann kniete sie sich auf die Decke und zog ihr T-Shirt aus, während Noah sich hinter ihr in Position brachte. Ihre Yoga-Hose würde sie definitiv anbehalten. Sie war unentschlossen, ob sie ihren BH ablegen sollte oder nicht, darum würde sie diese Entscheidung Noah überlassen. »Du kannst den BH aufhaken, falls er dir im Weg ist«, sagte sie, als sie sich auf den Bauch legte. Noah erwiderte nichts. Aber sie fühlte seine vertraute, kraftvolle Präsenz hinter sich, hörte, wie er den Verschluss des Ölfläschchens abschraubte und etwas davon in seine Handfläche gab. Der Duft von Vanille schwängerte die Luft. Dann legte er seine warmen, rauen Hände auf ihre Schultern. Und ihr kamen die Tränen. Sie hatte so lange auf ihn gewartet. Noah achtete sorgsam darauf, nicht zu viel Druck auszuüben. Kit war so grazil im Vergleich zu ihm, ihre Haut viel zarter. Schnell stellte er fest, dass er sie von der Seite nicht richtig massieren konnte. »Ich werde mich über dich knien, okay?« »Solange du mir kein Zaumzeug anlegst, um auf mir zu reiten«, er lachte leise. Dann grätschte er über ihr und strich wieder mit den Händen über ihre Schultern. »Fester, Noah, ich werde nicht zerbrechen.« Noah gehorchte, indem er den Druck allmählich erhöhte. Als er mit den Daumen an ihrer Wirbelsäule entlangstrich, stöhnte sie genüsslich. Ihre Glieder wurden matt und entspannt. Da er offenbar die optimale Druckstärke gefunden hatte, behielt er sie bei und arbeitete sich ihren Rücken hinab. Als er ihren BH erreichte, wagte er ihn auf und machte weiter. Ihr Rücken war makellos. Eine ihrer schönsten Körperpartien. Wann immer sie eines dieser Kleider mit tiefem Rückenausschnitt trug, wollte er sie streicheln, als wäre sie ein Kätzchen. Heute hatte er die Erlaubnis dazu, darum kostete er es in vollen Zügen aus. »Was ist mit dir?«, murmelte sie irgendwann. »Ich mag es, dich zu massieren.« Seine Hände glitten über ihren Rücken. Sie stöhnte wieder. »Okay.« Danach wurde nicht mehr viel gesprochen. Noah gab sich ganz der sensorischen Erfahrung hin, Kitts Körper unter seinen Händen zu spüren, den Duft von Vanille in der Luft wahrzunehmen. Schon früher hatten ihm Frauen eine Massage angeboten, aber er hatte immer abgelehnt. Erst recht nicht hätte er den Gefallen erwidern wollen. Es war ihm nur um das eine gegangen. Anschließend hatte er sie rausgeworfen. Nein, er war kein Edelmann. Aber im Fall von Kitt wollte er sich Zeit lassen, sie berühren und einfach nur die Dinge tun, die ihm Vergnügen bereiteten. Ohne Erwartungen, ohne Ansprüche. Allerdings schien sein Körper da anderer Meinung zu sein. Sein Schwanz war steinhart. So sehr stimulierte ihn die unmittelbare Nähe von Kitts Hintern, ihrem nackten Oberkörper. Noah biss die Hände zusammen und massierte weiter, bis ihm irgendwann auffiel, dass Kitt seit mehr als einer halben Stunde kein Laut von sich gegeben hatte. »Kitt?« fragte er leise. Keine Antwort. Er stützte die Hände neben ihrem Kopf auf und beugte sich nach unten zu ihrem Gesicht. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Atemzüge regelmäßig. Noah grinste. Sie würde nicht erfreut sein, wenn sie aufwachte und feststellte, dass er sie auf dem Fußboden in den Schlaf massiert hatte, wohingegen er sich eine ganze Menge darauf einbildete. Er schnappte sich eine Decke und breitete sie über Kitt. Dann dachte er daran, wie es sich angefühlt hatte, zusammen mit ihr draußen zu schlafen. Und er holte ein zweites Kissen und streckte sich neben ihr aus. Er schlief nicht wirklich, weil die Dämonen zu heftig tobten, aber das war okay. Jedes Mal, wenn ihr Gebrüll zu laut wurde, streichelte er Kitts nackten Rücken. Und dieser schlichte menschliche Kontakt brachte die Stimmen zum Schweigen. Noah konnte nicht anders als Kitt in den nächsten Tagen aufmerksam zu beobachten. Er war noch immer darauf gefasst, dass sie sich voll Ekel zu ihm umdrehen würde, obwohl er wusste, dass Kitt niemals so grausam sein würde, kam er nicht gegen die Stimmen der Dämonen an. Es waren dieselben Dämonen, die ihn Nacht für Nacht hinaus in die Dunkelheit trieben, damit er sich nicht damit auseinandersetzen musste, dass er Kitt gegenüber als Mann versagte. Er gab Acht, dass er sie nicht weckte, dann lief er seine unzähligen Runden, wobei er jedoch auf dem Grundstück blieb. So verkorkst er auch war, er würde Kitt nie wieder ohne Schutz lassen. Wenn sie nachts nach ihm riefe, würde er an Reichweite sein. Sie zu beschützen war die einzige Sache, zu der er imstande war. An Tag vier nach der Massage, beide waren seither kaum mehr zusammen in einem Raum gewesen, kam er von einer Songwriting-Session mit den Jungs zurück und fand einen Möbelwagen vor, der vor dem Hauseingang parkte. Casey und Butch standen wache, während zwei kräftige Männer ihn ausluden. Stirnrunzelnd ging Noah zu Kitt, die an der Tür stand. Heute trug sie ein grünes Tanktop und schwarze Shorts, dazu alte Tennisschuhe. Du hast mir nicht gesagt, dass du eine Lieferung erwartest. Noah hätte dafür gesorgt, dass er in der Nähe gewesen wäre. Ihr Stalker hielt zwar momentan still, aber er hatte bestimmt nicht aufgegeben. Harper hatte erst vor zwei Tagen einen für Kitt bestimmten Brief erhalten. Nichts, was du nicht schon gelesen hättest, hatte ihre Agentin am Telefon abgewiegelt. Der altbekannte giftige Wahn. Ich füge in der Akte bei. Kitt sah ihn durchdringend an. Hätte ich meine Laufschuhe anziehen und die hinterherjagen sollen? Noah zog eine Grimasse. Verdammt, entschuldige. Du kannst wieder Gutmachung leisten, indem du mir hilfst, den Kram nach hinten zu tragen. Ich habe die Möbelpacke angewiesen, alles hier abzustellen, weil ich keine Fremden im Haus haben möchte. Ja, klar. Noah erkannte, dass sie ein Bett und eine gute Matratze bestellt hatte. Das Bett war in drei Teile zerlegt, aber da waren noch andere, die er nicht identifizieren konnte. Wo willst du das hinstellen? Kitt hatte zwar mehrere freie Zimmer, aber sie waren abgesperrt, außer sie hatte einen Übernachtungsgast. Kitt antwortete nicht sofort, sondern winkte ab, als Butch und Casey sich erboten zu helfen, nachdem sie den Transporter zum Tor geleitet hatten. Noah und ich machen das schon, trotzdem danke. Sobald sie weg waren, verkündete sie, wir bringen es in den Garten. In den Garten? Ganz genau. Also tat Noah ihr den Gefallen und trug die Teile durchs Haus. Ein paar eigenartig geformte Pakete übernahm Kitt. Doch das meiste schaffte er allein. Ich habe jahrelang Gewichte gestemmt, erklärte er, als sie eine Bemerkung darüber machte, wie schwer er tragen könne. Und am Tag vor einem Konzert werde ich immer ganz kribbelig. Darum helfe ich der Crew. Das bewahrte ihn davor, dass er sich seinen Gedanken überließ. Das finde ich gut, erwiderte sie mit einem durchtriebenen Lächeln. Ich habe deine Arme schon immer gemocht. Meine Arme? Noah hatte gerade das letzte Element nach hinten gebracht und setzte es ab, bevor er seinen linken Arm ausstreckte. Was ist daran so besonders? Kitt strich mit den Fingern darüber. Sie sind sexy. So muskulös und sehnig. Wenn du meinst. Er zuckte die Achseln. Wenn Kitt ein Faible für seine Arme hatte, konnte er damit leben. Also, wollen wir jetzt das Bett zusammen aufbauen oder was? Ja. Letztendlich streifte er doch nach einer halben Stunde sein T-Shirt ab, weil ihn das Wuchten der schweren Teile ziemlich schnell ins Schwitzen gebracht hatte. Er war sich Kitts Blick bewusst, der auf ihm ruhte. Aber sie machte keinerlei Anstalten, ihn zu berühren. Trotz einem flauen Gefühl im Magen versuchte er sich deswegen keine Gedanken zu machen. Und doch tat er es. Er hatte sie mit anderen Männern gesehen, mit denen sie ausgegangen war. Daher wusste er, dass Kitt Berührungen mochte. Hast du ein Keuschheitsgelübde oder sowas abgelegt? fragte er scherzhaft, um sein Bedürfnis nach Körperkontakt zu überspielen. Nach einer Bestätigung, dass sie ihn noch immer wollte. Kitt, die auf der Erde saß und gerade eine Schraube eindrehte, um den kunstvollen Eisenrahmen des Betts zu befestigen, blickte auf. Darüber wollte ich sowieso mit dir sprechen. Sie biss sich auf die Unterlippe, während sie versuchte, die Schraube anzuziehen. Rutsch rüber. Noah ging neben ihr in die Hocke und übernahm die Aufgabe. Du hast wirklich Mädchenmuskeln, Katie. Vielen Dank auch. Sie stützte sich mit den Händen auf. Ist es okay für dich, wenn wir reden? Nein, darüber zu reden war für ihn nie okay. Kitt reichte ihm eine zweite Schraube. Ich werde dich nicht bedrängen, versprach sie ihm sanft. Trotzdem müssen wir irgendwann miteinander kommunizieren, Noah. Verflixt! Er hatte die Schraube zu fest angezogen und sie beinahe abgebrochen. Wieso können wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Ich lege nicht sonderlich großen Wert darauf, immer wieder über eine Zeit zu sprechen, die ich lieber vergessen würde. Nicht, dass seine Albträume das zulassen würden. Ich möchte nicht über die Vergangenheit reden, sondern über die Zukunft. Er zog die Stirnenfalten. Inwiefern? Der Grund, warum ich dich heute nicht angefasst habe, ist der, dass ich es nicht vermasseln will, bekannte Kitt freimütig. Du bist der schönste Mann, der mir je unter die Augen gekommen ist. Aber die Vorstellung, dass du vor meiner Berührung wegzucken könntest, tut unendlich weh. Noah biss so fest die Zähne aufeinander, dass seine Kieferknochen schmerzten. Es tut mir, ich habe das nicht gesagt, damit du dich schlecht fühlst. Mit Bewegungen, die nicht ganz so graziös waren wie sonst, ging sie auf die andere Seite des Bettes und steckte die Schrauben locker in die Öffnungen, damit Noah sie festdrehen konnte. Ich bemühe mich, ehrlich zu sein, und du musst das auch. Keiner von uns beiden will den anderen verletzen. Ihre bernsteinfarbenen Augen blickten fragend, als sie ihn über das Bett hinweg ansah. Herrgott, Kitt, ich fühle mich wie ein Schwein, wenn ich dich verletze. Er fuhr sich durch die Haare. So ein Mann will ich nicht sein. Nie wieder sollte sie den Eindruck haben, ein emotionaler Punchingball für ihn zu sein. Schon bei der Erinnerung an diese Worte stieg Übelkeit in ihm auf. Und ich will keine Frau sein, die dir das Gefühl gibt, in der Falle zu sitzen oder defekt zu sein. Sie bewegte sich ein Stück weiter und steckte die Schrauben hinein, die am nächsten Teil des Bettes gebraucht wurden, während Noah auf ihre Seite kam, um die festzudrehen, die sie schon eingepasst hatte. Darum müssen wir reden. Er redete nicht über solches Zeug. Auch vor dem Vorfall mit der Pistole hatte sein Vater nie über Gefühle oder solchen Scheiß gesprochen. Noah hatte immer geglaubt, das sei der richtige Weg. Männer waren nun mal Männer. Sie hielten die Klappe und wurden allein mit Problemen fertig. Aber Kit war eine Frau. Und Frauen quatschten gern. Vielleicht konnten sie einen Mittelweg finden. Was willst du wissen? Macht es dich nervös, wenn ich deinen Körper bewundere? Ihre Wangen röteten sich, als ihr Blick über seine Brustmuskeln glitt. Noah musste grinsen, weil die Frau, die gerade rot wurde, während sie ihn verstohlen betrachtete, die unfassbar heiße Kit Deveni war. Nein, ich mag es, wie du mich ansiehst. Dieser Teil war ihm leicht über die Lippen gekommen. Zum Rest musste er sich zwingen. Du bist eine Frau. Du bist Kit. Sein Lächeln verblasste, als er den Schraubenschlüssel drehte. Vor ein paar Jahren handelte ich mir den Ruf ein, ein Schwulenhasser zu sein, weil ich einem Typen, der mich angemacht hatte, eine verpasst habe. Aber es kümmert mich einen Dreck, mit wem die Leute Sex haben oder ob sie jeden Donnerstag einen Dreier brauchen. Es ist nur so, dass ich... Ich komme nicht damit klar, wenn sich ein Mann für mich interessiert. Er reagierte darauf mit instinktiver Aggression. Das verstehe ich. Kittstun war völlig normal. Kein Flüstern, kein Herumdrucksen. Einfach herrlich normal. Noas Schulternmuskeln entkrampften sich. Also, um deine Frage zu beantworten, da du ein heißer Feger bist, macht mich deine Lüsternheit nicht nervös. Ein heißer Feger? Sie lachte. Nett aus der Affäre gezogen, St. Joan. Ich gebe mir Mühe. Seine Übelkeit war verflogen und er fand sein Grinsen wieder. Dir ist klar, dass die Chancen gleich verteilt sind, was das Beäugen betrifft. Ich kann mich auch an dir ergötzen. Das werden wir mehr sehen. Mit dieser neckenden Kampfansage steckte sie die letzte Schraube ein. Dann ging sie zu den Teilen, die noch übrig waren und verkündete, das ist ein Baldachin. Noah zog die Schraube fest. Du gehst gerne in die Vollen, was? Absolut. Er schnappte sich die Anleitung, überflog sie und nickte. Alles klar. Die nächsten paar Minuten verbrachten sie damit, die einzelnen Teile auszupacken und sich zu vergewissern, dass nichts fehlte. Also, war das alles, was du wissen wolltest? Nein, da ist noch das mit den Berührungen, sagte Kit, während sie ein Teil hochhielt, damit er es befestigen konnte. Du musst mir sagen, welche für dich immer okay sind. Verdammt, Kit, ich denke über solches Zeug nicht nach. Er trat nach hinten, legte ihr die Hände auf die Hüften und zögerte. Dann tat er es. Er zog sie zu sich heran und küsste sanft ihren Nacken. Sie erschauerte. Hey, das ist nicht fair. Ich kann mich nicht rühren, während ich dieses Ding festhalte. Ich weiß, darum macht es erst recht Spaß. Er fuhr mit dem Kinn über ihre Schulter. Dann zog er spielerisch an ihrem Ohrläppchen und gab sie frei, um das Stück zu montieren, bevor ihre Arme ermüdeten. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich dich anfasse, vergewisserte er sich. Als wäre seine widerwärtige Vergangenheit nicht schon genug, hatte er sich im Laufe der Jahre selbst weiter beschmutzt. Er hatte keine Ahnung, wie viele Frauen er gefögelt hatte. An die meisten Gesichter erinnerte er sich kaum mehr. Es gab keine Möglichkeit, daraus ein hübsches Bild zu zeichnen. Zumindest bin ich clean, platzte er hervor, bevor sie antworten konnte. Das ist der einzige Fehler, den ich nie begangen habe. Darüber bin ich froh, sagte sie leise. Ein Zementblock schien auf seiner Brust zu landen. Ich hätte den Mund halten sollen, oder? Nein. Kit hielt einen Winkel hoch, damit er ihn befestigen konnte. Wenn ich von dir Ehrlichkeit erwarte, muss ich selbst auch ehrlich sein. Sie fuhr sich mit einer Hand durch die Haare, während sie mit der anderen weiter das Teil hochhielt. Ich weiß, dass dir diese Groupies nichts bedeutet haben, trotzdem denke ich nicht gern an sie. Als Noah sich vorstellte, wie er sich fühlen würde, wenn er Kit mit einem anderen Kerl im Bett erwischte, pulsierte weißglühender Zorn in ihm. Das kann ich nachvollziehen. Er wollte noch einmal auf das Thema anfassend zurückkommen, brachte es aber nicht über sich. Ich genieße es, von dir berührt zu werden, Noah. Sie holte rasch ein kleines Bauteil und kam wieder zurück. Du und ich, wir haben mit dem Entschluss, ein Paar zu sein, ganz von vorn angefangen. Ihre wunderschönen Augen versenkten sich in seine. Ich werde jeden Tag mit dir beschreiten, doch das Einzige, was ich von dir verlange, ist Treue. Betrüge mich nicht. Da ziehe ich die Grenze. Ihre eindringlichen, schmerzhaft aufrichtigen Worte gingen ihm durch und durch, prägten sich ihm tief ein. Das werde ich nicht, gelobte er. Ich habe genügend andere selbstzerstörerische Angewohnheiten, denen ich stattdessen frönen kann. Es sollte ein Witz sein. Er kam nicht an. Sei nicht flapsig. Kitzmine war vorwurfsvoll. Außerdem hast du mir noch immer nicht gesagt, welche Berührungen für dich zu jeder Zeit okay sind. Noah befestigte einen weiteren Teil des Baldachins. Keine Ahnung. Er zuckte die Achseln und wollte das schon näher ausführen, als ich sein Gehirn einschaltete und ihm befahl, den Mund zu halten. Sag es einfach. Einiges davon werde ich vielleicht nicht gern hören, trotzdem muss ich es wissen. Sie raubte ihm den letzten Nerv. Berührungen haben nicht wirklich eine Rolle gespielt, bekannte er. In erster Linie habe ich meinen Schwanz reingesteckt, abgespritzt und das war's. Selbst bei einem Blowjob hatte er kaum mehr getan, als seinen Reißverschluss zu öffnen. Während dieser total beschissene Nummer, die er in dem Hotelzimmer abgezogen hatte, hatte er sich auf den Unterarmen abgestützt, um so wenig Körperkontakt wie möglich mit der Frau zu haben. Kein Vorspiel, keine Zeitverschwendung. Wow, und die Frauen haben dich trotzdem weiter umschwärmt? Verstehe ich selbst nicht. Noah hatte sich selbst nie als besten Liebhaber auf dem Planeten betrachtet, aber manche Groupies fuhren auf den harten, kalten Sex ab, der seine Spezialität war. Wie stehst du zu küssen? Romantischer Firlefanz, brummte er, dann hielt er inne. Aber da du jetzt mein Mädchen bist, könnte ich eventuell Geschmack daran finden. Kitts Augen strahlten, als sie aufsah, und da wusste er, dass sie ihm die grausame Farce ihres ersten Kusses verziehen hatte. Schweig still, mein Herz, Klugscheißerin. Er legte ihr den Arm um den Hals und zog sie an sich. Ihre Hände landeten auf seiner nackten Brust, und als er den Kopf beugte, waren ihre Lippen noch geöffnet von ihrem Lachen. Der Kuss war romantischer Firlefanz, und Noah genoss ihn. Es gefiel ihm, dabei zu spüren, wie Kitt lächelte, wie sie die Finger an seine Brust drückte, wie sie nachgiebig wurde. Noah schob sie zurück bis an die Hausmauer, stützte einen Arm über ihrem Kopf dagegen, umfasste ihr Kinn und küsste sie weiter. Ihm war bewusst, dass er es vermutlich nicht richtig machte, aber es fühlte sich gut an, und Kitt schien sich nicht an seiner mangelnden Erfahrung zu stören. Als sie die Lippen voneinander lösten, ämmerte sein Herz, und ihre Pupillen waren geweitet, ihre Atemzüge flach. Ich votiere für mehr romantischen Firlefanz. Ihre heisere Bemerkung entlockte ihm ein Grinsen, triff mich nach dem Abendessen auf der Couch. Kitt versetzte ihm spielerisch einen Schubs gegen die Brust. Lass uns erst einmal dieses Bett fertig aufbauen. Schließlich war es vollbracht. Der hübsche Baldachin, den Kitt gekauft hatte, bestand aus einem wasserundurchlässigen Material, das wie Stoff aussah. Die meiste Zeit können wir ihn so lassen, erklärte sie, als sie die Vorhänge an den vier Pfosten festband. Und sollte es doch einmal regnen, schließen wir einfach die Vorhänge. Was ist mit den Sternen? Was hatte man davon, im Freien zu schlafen, wenn man die Sterne nicht sehen konnte? Der Baldachin lässt sich zurückschlagen. Sie demonstrierte es ihm, und plötzlich konnte man vom Bett aus den Himmel sehen, eingerahmt von einem verschnörkelten Gestänge. Noah warf sich auf die Matratze, legte die Hände hinter den Kopf und nickte. Jetzt verstehe ich den Sinn. Als Kitt sich neben ihn legte, schob er einen Arm unter ihren Nacken und zog sie an sich. So genossen sie eine Weile die Sonnenstrahlen, bis es zu heiß wurde. Das wird eine fantastische Nacht, prophezeite er, als sie ins Haus zurückkehrten, nachdem sie den Baldachin geschlossen hatten, um die Matratze vor der Hitze zu schützen. Es freut mich, dass du so denkst. Ich habe das Bett nämlich für dich gekauft. Noah, der gerade eine Flasche Saft an seine Lippen setzen wollte, hielt inne. Was? Du scheinst im Garten besser zu schlafen. Das stimmte, aber Noah hatte das für einen Zufallstreffer gehalten. Doch da er sie nicht enttäuschen wollte, beschloss er es diese Nacht noch einmal auszuprobieren. Sechs ungestörte Stunden, nachdem er den Kopf aufs Kissen gelegt hatte, hob er ihn wieder. Es war der längste, albtraumfreie Schlaf gewesen, den er seit Jahren gehabt hatte. Selbst als er seine Benommenheit, die diese ausgedehnte Nachtruhe mit sich brachte, abgeschüttelt hatte, verspürte er kein Verlangen, das Bett zu verlassen. Gähnen blieb er liegen und lauschte den vögeln in Kitts Garten. Dabei wünschte er sich, sie wäre bei ihm, damit er sich noch einmal an diesem romantischen Firlefanz versuchen konnte. Als er sie am nächsten Abend bat, mit ihm draußen zu nächtigen, willigte er sie ein. Und ja, sie machten ein bisschen rum. Hauptsächlich küssten sie sich. Es war normal und romantisch. Und er fühlte sich wahrhaftig wie ein verdammter Mann, als er ihr ein lustvolles Stöhnen entlockte. Vielleicht würde es tatsächlich funktionieren, wagte er zu hoffen. Vielleicht konnten sie es schaffen. Kit verspürte leisen Optimismus. Nicht nur, weil Noah nachts inzwischen mehrere Stunden am Stück schlief, sondern auch, weil er mit ihr an seinen körperlichen Hemmungen arbeitete. Sie hatte gedacht, es würde peinlich und hart sein. Aber das war es nicht. Es machte Spaß, so als wären sie zwei Teenager, die vorsichtig herumprobierten, um herauszufinden, was okay war und was nicht. Noah hatte eine echte Vorliebe für den romantischen Firlefanz entwickelt. Wie sich gezeigt hatte, fand der Bad Boy unter den Rockmusikern großen Gefallen am Küssen. Kit war nie zuvor derart ausgiebig geküsst worden. Letzte Nacht hatte er sie auf dem Bett im Freien in die Matratze gedrückt, mit einer Hand ihr Kinn festgehalten und von ihrem Mundbesitz ergriffen, bis sie weichwachs in seinen Armen gewesen war. Für einen Mann, der Lippenkontakt bisher immer vermieden hatte, lernte er ungeheuer schnell. »Ich liebe ihn so sehr«, gestand sie Becker mit einem törichten Lächeln, als sie sich mit ihrer Freundin eine Woche später auf einen Kaffee traf. Becker, die heute vergleichsweise dezent geschminkt war, obwohl sie die Haare noch immer in diesem hinreißenden, leuchtenden Blau trug, lachte auf. »Wenn das so ist, freue ich mich für dich, du unverbesserliche Romantikerin. Aber sollte er dir wehtun, werde ich ihm an sehr empfindlichen Stellen Schmerzen zufügen.« Kit legte die Hand auf Beckers. »Vertrau mir, dieses Mal ist es anders.« Noah war noch immer derselbe. Aber er benutzte seine Schutzschilde nicht mehr, um Kit auf Abstand zu halten und ihre Beziehung zu sabotieren. Dies war der Noah, wie sie ihn von ihren Hotelzimmergesprächen kannte. Der sensible, schwierige, begabte Mann, der ein herzzerreißendes Lied über einen Sperling mit gebrochenen Flügeln geschrieben hatte. Kit hatte den Song inzwischen verstanden und wusste, wie persönlich er war, obwohl er für jeden, der nichts von Noahs Vergangenheit ahnte, einfach nur eine rührende, traurige, wunderschöne Ballade wäre. »Hey«, Becker bedachte sie mit einem ironischen Lächeln. »Männer kommen und gehen, aber Freundinnen sind für immer, richtig? Ich werde nicht unsere Freundschaft aufs Spiel setzen, indem ich Noah die kalte Schulter zeige, wenn du ihn liebst. Ich will, dass ihr beide euch mögt. Gib ihm eine Chance, okay?« Kit wusste, dass dieser Mann nie mehr gehen würde. Er brachte ihr Herz zum Klingen. »Aber nur dir zuliebe.« Becker zeigte mit ihrer Kuchengabel auf Kit. »Kommt ihr zwei zu meinem Geburtstagsessen?« »Verflixt, ich glaube, ich habe vergessen, dir eine E-Mail zu schicken. Es findet morgen Abend statt.« »Ich bin tief gekränkt. Du hast mich jetzt schon vergessen.« Kit schlug die Hand auf ihr Herz. »Wo und um welche Uhrzeit?« »Es ist nichts Aufregendes. Wir feiern bei mir zu Hause und lassen uns etwas zu essen liefern. Da ich vergessen habe, einen Kuchen zu bestellen, werde ich irgendeinen im Supermarkt kaufen. Gegen sieben bis etwa halb elf, da viele von uns am nächsten Morgen um acht am Set sein müssen.« »Ich werde da sein.« Kit hoffte inständig, dass Noah und Becker sich gut verstehen würden. »Und ich kümmere mich darum, dass du eine anständige Geburtstagstorte bekommst. Am liebsten magst du Vanillecreme mit Schokoglasur, nicht wahr?« Beckas Lächeln war so süß, dass es die strenge Art, die sie manchmal an den Tag legte, Lügen strafte. »Danke, Kit. Ich wusste, ich kann auf dich zählen.« Noah stand der Zweifel im Gesicht geschrieben, als Kit ihm von ihrer Hoffnung erzählte, dass er und Becker einen gemeinsamen Nenner finden würden. »Sie wird mich niemals mögen, Kit. Das scheint irgend so ein weiblicher Kodex zu sein.« »Sei einfach nett, zu ihr«, instruierte sie ihn, bevor sie sich ihr Telefon schnappte, um einen befreundeten Caterer anzurufen, der ihr einen Gefallen schuldete und der zufällig einen Konditor in seiner Mannschaft hatte. »Ja, Ma'am.« Er war dann tatsächlich so nett zu Becker, dass die Visagistin schließlich ein wenig aufzutauen schien. Nachdem sie die zweistöckige Torte angeschnitten hatte, die Kit's Caterer-Freund ihr kurzfristig besorgen konnte, kamen die beiden sogar miteinander ins Gespräch. Und Beckers Lächeln wirkte dabei aufrichtig. Erleichtert, dass sie keinen Disput zwischen ihrem Liebsten und einer ihrer engsten Freundinnen würde schlichten müssen, amüsierte Kit sich prächtig auf der Party. Als sie gegen 23 Uhr wieder zu Hause angelangt waren, streckte Kit sich in der Becker auf der anderen Seite des Raums mit den Lippen geformt. Als sie Kit später allein erwischt hatte, hatte sie sich tausendmal entschuldigt. »Ich hatte komplett vergessen, dass zwischen euch ja etwas war, bevor du mit Noah zusammengekommen bist. Soll ich Terrence bitten, zu gehen?« Kit hatte ihr versichert, dass alles in Ordnung sei. Aber es war eine unangenehme Situation gewesen. Terrence hatte kaum mit ihr gesprochen, und es machte sie traurig, dass er noch immer so wütend auf sie war. Gleichzeitig fand sie, dass er die Sache etwas zu schwer nahm, nachdem sie nur drei Rendevus gehabt hatten. Davor waren sie jahrelang befreundet gewesen. Somit musste er doch wissen, dass sie ihn nicht absichtlich verletzt hatte. Sein Verhalten mutete übermäßig vereinnahmend an. Trotzdem konnte Kit sich einfach nicht überwinden, zu glauben, dass Terrence der Stalker war. Aber sie blieb ihm gegenüber wachsam. Vor allem, da Jade nach wie vor unbedingt wollte, dass Kit das Projekt mit ihnen beiden realisierte. Sie war darauf gefasst gewesen, dass Terrence sein Veto einlegen würde, aber Jade zufolge wollte auch er sie für die Rolle. Obwohl man ihm das nicht wirklich anmerkte, so wie er sich ihr gegenüber verhielt. Hey! Noah rieb über die Falten zwischen ihren Brauen. Was hat es mit diesen Stirnrunzeln auf sich? Kit schüttelte den Kopf. Sie wollte nicht über Terrence reden. Sie hatte die Feindseligkeit zwischen Noah und dem Auto gespürt und daraus gefolgert, dass sie sich irgendwo über den Weg gelaufen sein mussten. Ich bin froh, dass du und Becca miteinander klarkommt. Noah nahm sie bei der Hand und zog sie zu Kitts Schlafzimmer, blieb jedoch in der Tür stehen, während sie aus ihren hohen Schuhen schlüpfte. Ich bin gerade noch mal davongekommen. Er tat, als würde er sich über die Stirn wischen. Jeder halbwegs vernünftige Kerl weiß, dass man erledigt ist, wenn man es sich mit den Freundinnen verdirbt. Kit lachte. Wie hast du es angestellt? Ich habe ihr gesagt, dass ich verrückt nach dir bin. Seine Lippen lächelten, doch seine Augen blickten ernst. Ihr Herz schlug höher. Sie bekam kaum noch Luft. Ich muss mich umziehen, flüsterte sie. Noah trat ein und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Darf ich dir zusehen? Die unerwartete Bitte ließ Kit den Atem stocken. Die Hitze in seinem Blick versenkte sie. Ich, wenn du willst. Sie brachte ihre Nervosität eisern unter Kontrolle. Dann ging sie zu ihm, wandte ihm den Rücken zu und legte die Haare über die Schulter. Hilf mir bitte heraus. Ein rauer Atemzug. Dann strichen seine Lippen über ihren Nacken, bevor er langsam und bedächtig den Reißverschluss öffnete. Dabei berührte er sie an keiner anderen Stelle, trotzdem hatte sie anschließend überall Gänsehaut. Kit kehrte an ihre Ausgangsposition neben dem Bett zurück und schlüpfte aus den Ärmeln ihres schenkelangen schwarzen Kleids. Ein kurzer Ruck an den Hüften, schon fiel der weiche Stoff um ihre Füße. Noah ächzte hörbar. Du trägst Strapse und Seidenstrümpfe? Ja, das tat sie. Und zwar nicht nur, weil sie das Gefühl an ihrem Körper mochte, sondern auch, weil Noah einmal erwähnt hatte, dass er den Look sexy fand. Es war ein beiläufiger Kommentar gewesen, während sie sich einen Film angesehen hatten, aber wenn es um ihn ging, erinnerte sie sich an alles. Diese alten Dinger? fragte sie und hob das Kleid auf. Kit war sich Noas Blick auf ihrem Hintern mit allen Sinnen bewusst, als sie ihren begehbaren Kleiderschrank betrat und das Kleid in den Bereich hängte, der für Sachen reserviert war, die gereinigt werden mussten. Während sie seinen Blick entzogen war, atmete sie tief ein und wieder aus, um ihren flatternden Puls zu beruhigen. Mit ebenso gemächlichen Schritten wie zuvor ging sie zum Bett zurück, wo sie einen Fuß auf die Matratze stellte und den Strumpf von dem Strapsgürtel löste. Der Strumpf war hauchzart und in L.A. zugegebenermaßen eigentlich nicht nötig, aber hierbei ging es nur darum, Noas Fantasie anzuregen. Sie rollte ihn Zentimeter für Zentimeter nach unten, bevor sie ihn von ihrem Fuß zog, auf den Boden fallen ließ und sich den zweiten vornahm. Ohne Eile, ohne erkennbare Unsicherheit. Sie war einfach nur eine Frau, die ihren Liebsten sinnlich reizte, indem sie sich für ihn entkleidete. Obwohl Noa, der die Daumen in die Vordertasche seiner Jeans gehakt hatte, noch immer regungslos neben der Tür stand, konnte Kit ihn atmen hören. Gleichzeitig hämmerte ihr Herz so laut gegen ihre Rippen, dass es Noa übertönte, als sie den zweiten Strumpf abgestreift hatte. Sie ließ auch dieses luftige Knäuel auf den Teppich fallen, bevor sie sich wieder auf beide Füße stellte und die winzigen Haken öffnete, die den spitzenbesetzten Strapsgürtel um ihre Hüfte befestigten. Er war verführerisch schwarz, genau wie das Höschen und der Halbschalen-BH. Es war ein Set. Mit zitternden Händen nahm sie ihn ab und warf ihn aufs Bett. Kit hob gerade die Arme, um ihren BH zu öffnen, als Noa sich bewegte. Sie bemerkte es aus dem Augenwinkel und geriet aus dem Gleichgewicht, als er mit ihr zusammentraf. Aber er legte die Hände um ihre Hüften und stützte sie. »Noa«, keuchte sie, als sie spürte, wie seine Erektion gegen ihren spitzen, verhüllten Po drängte. »Jetzt, Kit«, verlangte er heiser, »jetzt, während ich nur dich im Kopf habe.« Sie erhob keine Einwände. »Wenn Noa dies für den richtigen Zeitpunkt hielt, dann würde es jetzt geschehen.« Schließlich verzehrte sie sich nach ihm. »Ja«, sagte sie. Er drehte sie zur Wand und drückte sie nach vorn. Es war grob, aber kontrolliert, und er hielt sie weiter fest, bis sie sich mit den Handflächen an der Wand abstützte. Sie atmete schwer, ihre Brüste drängten gegen die Spitze ihres BHs. Ein leiser, sehnsüchtiger Laut entrang sich ihrer Kehle, als sie ihren zarten Slip nach unten schob, und dann zerrissen die Gummibänder an beiden Seiten, als bestünden sie aus Papier. Kit spürte, wie seine Hände sich hinter ihr bewegten, hörte die Geräusche einer Gürtelschnalle, die geöffnet wurde, das metallische Ratschen eines Reißverschlusses, und wappnete sich für das, was folgen würde. Sie war bereit für ihn, ihr Körper war weich und nachgiebig, doch plötzlich wurde ihr Herz von einer dunklen, ahnungsvollen Furcht ergriffen. Er wollte sie von hinten nehmen, wie er es ohne Zweifel bei vielen der anderen Frauen getan hatte. War sie zu einer von ihnen geworden? Wusste er überhaupt noch, wer sie war? Etwas wurde aufgerissen, eine Kondomverpackung. Ich werde dich schützen, stieß er hervor. Ihr panisches Herz interpretierte das so, dass er eine Barriere zwischen ihnen erhalten wollte. Insgeheim wusste sie, dass das Unfug war, dass er das Richtige tat, aber ihre Panik steigerte sich unaufhörlich weiter. Sie könnte es nicht ertragen, wenn sie Sex hätten und … Seine Hände lagen wieder an ihren Hüften. Er drehte sie zu sich herum und barg ihr Gesicht, an dem einzelne Haarsträhnen klebten, zwischen seinen Händen und küsste sie so ungestüm, dass ihre Zähne gegeneinander schlugen. Aber das war okay. Es war besser als okay, weil seine Augen offen waren und er sie ansah. Noah wusste ganz genau, wen er da in den Armen hielt. Kit, raunte er und ließ seine rauen, geschickten Hände über ihren Körper gleiten, bevor er sie ein Stück hochhob und in sie eindrang. Hart, schnell und tief. Ein gutturaler Schrei entrang sich ihr, als er sich zurückzog und wieder in sie hineinstieß. Kit legte die Hände um sein Gesicht, jenen Teil von ihm, den kaum jemand berühren durfte, und sah ihm tief in die Augen, während ihr Atem sich mit seinem mischte und er sie mit seinen Stößen wieder und wieder gegen die Wand drängte. Er duftete nach maskuliner Hitze. Und nach Noah. Einfach nur nach Noah. Ihr Herz kannte seines und erhob Anspruch darauf. Und es gehörte ihm allein. Ihr Orgasmus war unausweichlich. Das Letzte, was sie sah, waren Noas wilde, dunkelgraue Augen, die sich in ihren verloren. Er stieß noch einmal in sie hinein, dann wurde er starr. Seine Finger gruben sich in ihr Fleisch, sein Oberkörper presste sich gegen ihre Brüste. Ihre Hände umfingen noch immer sein Gesicht. Dann hörte sie, wie er Kit murmelte, bevor sich eine Sekunde später alles in einem funkelnden Kaleidoskop der Ekstase auflöste. Er bebte in wilder Lust, als der Orgasmus ihn gnadenlos mit sich riss. Er erschütterte ihn, überwältigte ihn. Doch noch mehr fühlte Noah sich davon überwältigt, Kits Hände an seinem Gesicht, ihre Haut an seiner zu spüren. Seine Beine zitterten, als er sich aus ihr zurückzog und das Kondom entsorgte, indem er versuchte, es in den hübschen Weidenpapierkorb zu werfen, der auf der anderen Zimmerseite stand. Er war ziemlich sicher, dass er daneben traf. Aber Kit konnte ihn später deswegen schimpfen. Jetzt wollte er sie einfach nur im Arm halten. Er ließ sich mit ihr aufs Bett fallen und sie öffnete benommen die Augen, als er sich auf sie legte, wobei er sich auf den Ellbogen abstützte, um sie nicht zu erdrücken. Ihre Brüste, die noch immer der BH verhüllte, rieben gegen seinen Oberkörper und ihr Atem strich über sein Gesicht. Sie hob eine zittrige Hand und streichelte sein Kinn. Es fühlte sich gut an, einfach großartig. Jetzt kannst du den romantischen Firlefanz haben, sagte er und markierte den harten Mann, obwohl in Wahrheit er den romantischen Firlefanz brauchte. Ihre Lippen formten ein Lächeln, das seine Welt aus den Angeln hob, als sie eine Hand auf seinen Hinterkopf legte, mit seinen Haaren spielte und mit der anderen seinen Bizeps umfasste. Danke, murmelte sie, und als er sie küsste, hieß sie die Liebkosung voll matter Zärtlichkeit willkommen. Noah verlor sich in dem Kuss, verlor sich in ihr. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich gut, nachdem er Sex gehabt hatte. Es war kein billiger Hassfick gewesen. Nein, die Frauen hatte er nie gehasst. Er war es gewesen, den er gehasst hatte. Sein Zorn war nach innen gerichtet gewesen. Aber in dieser Nacht empfand er nicht so. Noah verabscheute nicht, was er getan hatte, wollte die Erinnerung nicht vertreiben. Er wollte, dass dieser Moment anhielt, wollte darin schwelgen, wie er seiner Liebsten gegeben hatte, was sie brauchte. Er knetete ihre Brust, während sie sich küssten, trank ihr Stöhnen von ihren Lippen und liebkoste sie weiter. Kit wand sich unter ihm aber, ihre Finger spielten weiter träge mit dem Haar über seinem Nacken. Er ließ sich schwerer auf sie sinken, zog die Schalen ihres BHs nach unten und schloss die Hand um ihr warmes Fleisch. Ihre Brustspitzen waren hart, ihre Haut seidenweich, sogar noch weicher als die an ihren Beinen, die über seine behaarten rieben. Wie in einem feuchtwarmen Kokon lagen sie matt und eng umschlungen im Bett, während sie Kuss um Kuss tauschten und er weiter ihre Brust streichelte. »Lass mich mein BH ausziehen«, murmelte sie mit feuchten, geschwollenen Lippen, ihr Körper so sehr erregt, dass Noah den Moschusduft ihrer Lust in der Luft wahrnahm. Er stemmte sich ein Stück hoch und genoss jede ihrer Bewegungen, als sie sich drehte und wandte, um den BH loszuwerden. Anschließend ließ er sich wieder auf sie sinken, schmiegte die Brust an ihre und verschränkte zu beiden Seiten ihres Kopfes die Finger mit ihren. Zielsicher fand sein Glied ihre feuchte Hitze. Kit bäumte sich stöhnend auf. »Noch einmal?« »Ja.« Noah fühlte sich heute gut. Er fühlte sich normal. Keine Dämonen brüllten in seinem Kopf. »Hast du Kondome?« Er hatte nur das eine in seinem Portemonnaie gehabt. Kit fuhr mit der Fußsohle über seine Wade, im Badezimmerschrank. Er ächzte, weil er keine Lust hatte, aufzustehen und es zu holen. »Diese Dinger sollten aus gutem Grund im Nachtkästchen liegen.« Sie rieb sich an ihm, dann befreite sie eine Hand und zeichnete mit dem Finger die Kontur seines Halses nach, während er mit der Spitze in sie eintauchte. Fast hätte er die Beherrschung verloren. Noch ein wenig mehr und es wäre um ihn geschehen. Erst recht, wenn Kit nicht aufhörte, ihn zu streicheln, zu liebkosen und sein Kinn und seinen Hals mit Küssen zu bedecken. »Ich hole es«, sagte er, machte jedoch keine Anstalten. Sie schlang die Beine um seine Hüften. »Okay, Kit«. Er versuchte, das Richtige zu tun, aber sie war nicht gerade hilfreich. »Beweg dich noch einen Zentimeter und ich dringe in dich ein.« Sie hob die Wimpern, biss sich in die Unterlippe und bewegte sich diesen einen Zentimeter. Die Luft strömte aus seinen Lungen und sein Becken stieß wie aus eigenem Antrieb nach vorn, um seinen Phallus bis zum Anschlag in sie hinein zu treiben. Sie war so verdammt heiß, so feucht. Oh, Kit. Nie zuvor in seinem Leben hatte er sich so gut gefühlt. Darum hatte er nicht die Absicht, ihr Vertrauen in Frage zu stellen, sondern fing wieder an, sich zu bewegen. Noah hatte es langsam angehen lassen, es hinauszögern wollen, aber sein Körper hatte andere Pläne. Er würde sich nicht zurückhalten können, nicht wenn Kit ihn so besitzergreifend mit ihrem Schoß umfing und ihre Küsse pure Zärtlichkeit und Leidenschaft waren. »Noah, mach das nochmal«, stöhnte sie, nachdem er sich fast ganz aus ihr zurückgezogen hatte, nur um sofort wieder an sie hineinzustoßen. Sein Schwanz pulsierte angesichts ihrer Erregung und beschloss sich zu profilieren, indem er ihr gab, was sie verlangte. Wieder und wieder und wieder. Eine Stunde später schafften sie es irgendwie zu dem Bett im Garten, wo sie verschwitzt und klebrig einschliefen. Am nächsten Vormittag schwebte Kit weiter auf Wolke sieben. Sie hatte immer gewusst, dass sie es genießen würde, mit Noah intim zu werden, aber wie sehr, das hätte sie sich niemals träumen lassen. Es lag nicht nur an den Orgasmen, obwohl sie so überwältigend gewesen waren, dass ihr Körper noch immer davon vibrierte. Nein, was sie am meisten geliebt hatte, war der viele unerwartete romantische Firlefanz danach gewesen. Eng umschlungen hatten sie sich geküsst, gelacht und geredet. Das hatten sie auch nach dem zweiten Mal getan, und Noas Lippen hatten noch immer ihre Schulter berührt, als sie in Löffelchenstellung eingeschlummert waren. Die Tatsache, dass Noah die ganze Nacht durchgeschlafen hatte, war das Sahnehäubchen. Sei nicht zu optimistisch, Kit, sagte sie leise zu sich selbst. Eine einzige Nacht bringt nicht alles in Ordnung. Was Noah zugestoßen war, konnte nicht so einfach überwunden werden. Es waren Narben auf seiner Seele zurückgeblieben, und sie würden lernen müssen, jeden Tag aufs Neue damit umzugehen. Aber es sah ganz danach aus, als würden sich jede Menge gute Tage in die schlechten mischen. Sie lächelte. In diesem Moment riss das Summen der Gegensprechanlage sie aus ihren glücklichen Gedanken. Es war Butch. Was gibt es? fragte sie. Falls sie einen Besucher hatte, der nicht zu ihrem Freundeskreis gehörte, würde sie sich rasch etwas anderes anziehen müssen als die alte abgeschnittenen Jeans, die sie zu ihrem ärmellosen, bernsteinfarbenen Top trug. Ihre Freundin, die Visagistin mit den blauen Haaren, ist hier. Ich nehme an, ich soll sie hochschicken? Ja, bitte. Kit band ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und ging zur Haustür. Sie winkte Becca zu, als diese aus ihrem roten Sportwagen stieg. Es war dasselbe Modell, das Kit in schwarz besaß. Ich hatte gar nicht mit dir gerechnet. Trotzdem freute Kit sich über den Besuch. Noah machte gerade eine Besorgung und sie würde Harper und Thea erst am Nachmittag treffen. Bist du heute nicht bei deinem Dreh? Ich habe Pause und ich wollte dir unbedingt etwas bringen. Becca eilte auf hochhackigen schwarzen Stiefeln zu ihr. Dazu trug sie einen engen schwarzen Minirock, ein figurbetontes weißes Top und eine mit Strasssteinen besetzte schwarze Kunstfellweste. Ihren Kopf schmückte ein keckes Hütchen, ebenfalls in schwarz. Als sie Kit erreichte, öffnete sie die Hand. Etwas Goldenes funkelte im Sonnenlicht. Meine Halskette! Kit nahm sie. Oh Gott, wo hast du sie gefunden? Sie war eins der wenigen Geschenke, bei denen sich ihr Vater Gedanken gemacht hatte. Und Kit liebte die zarte Kette mit dem Diamantanhänger in Form der lachenden und der weinenden Maske, welche die darstellenden Künste symbolisierten. Sie war ihr abhandengekommen, als sie eines Tages vergessen hatte, sie zu Hause zu lassen. Bisher hatte sie angenommen, sie sei ihr gestohlen worden. Es war die Kette, für die der Stalker ihr einen Ersatz geschickt hatte. Sie lag in der Ecke des Maskentrailers, in dem ich derzeit arbeite. Es ist derselbe, den ich während der Dreharbeiten für den Superheldenfilm benutzt habe, erklärte Becker. Ich fand sie genau an der Stelle, wo ich immer meinen Make-up-Koffer abgestellt habe, nachdem ich dich in deinem Trailer zwischen den Einstellungen nachgeschminkt hatte. Darum vermute ich, dass die Kette irgendwie hineingefallen sein muss und wieder herausgefallen ist, als ich den Koffer öffnete. Ich bin so froh, dass du sie gefunden hast. Kitt umarmte ihre Freundin und bat sie nach drinnen. Bist du allein? Kitt lächelte. Offenbar würde sie an der Noah-Bäcker-Beziehung noch weiterarbeiten müssen. Ja, Noah ist losgefahren, um eine Gitarre abzuholen, die er gekauft hat. Er besaß eine stetig wachsende Sammlung und ein Großteil belegte nun ihre ehemals freien Zimmer und tatsächlich spielte er auf jeder Einzelnen. Sie wurden gebaut, um Musik zu erschaffen, hatte er ihr einmal erklärt, nicht um in einem Museum oder im Ausstellungsraum eines reichen Mannes zu hängen. Lass mich eben meine Handtasche und mein Handy holen. Becker sauste zu ihrem Wagen zurück, bevor sie ins Haus kam. Kitt führte sie in die Küche, wo sie Kaffee aufsetzte. Dann trat sie vor den glänzenden Kühlschrank aus gebürstetem Edelstahl und legte sich die Kette um. Währenddessen dachte sie an den Tag zurück, an dem das Schmuckstück verschwunden war. Sie war extra vorsichtig gewesen und hatte die Kette, um sie nicht zu verlieren, in einen kleinen Kosmetikbeutel getan, den sie anschließend in einem Einbauschrank versteckt hatte. Er war nicht abschließbar gewesen, aber da ansonsten nur leichte Snacks darin gewesen waren, hatte Kitt nicht angenommen, dass jemand darin suchen würde, selbst wenn er Zutritt zu dem Trailer gehabt hätte. Nein, widersprach sie, ich glaube nicht, dass sie in deinen Make-up-Koffer gefallen ist. Ihre Freundin, die gerade einen Keks aß, den sie sich aus dem Glas auf dem Tresen gemobst hatte, erstarrte. Du denkst doch nicht etwa, ich hätte sie gestohlen? Oh Gott, nein! Kitt war entsetzt, dass Becker ihr das auch nur eine Sekunde zutraute. Ich vermute vielmehr, dass der Dieb sie im Make-up-Trailer versteckt hat, da dort immer so viel Publikumsverkehr herrschte und sie aus irgendeinem Grund später nicht mehr holen konnte. Ja, das wäre möglich. Bei dem Film waren viele neue Leute im Team, Becker lächelte. Was ist eigentlich mit deinem Stalker? Versetzt er dich immer noch in Angst und Schrecken? Es klingt altmodisch, aber Noah hier zu haben hilft mir sehr. Kitt wurde ganz warm ums Herz, als sie nur seinen Namen erwähnte. Er gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, dass der Stalker nichts Dummes versuchen wird, solange Noah in meiner Nähe ist. Wow, du setzt ganz schön viel Vertrauen in deinen Gitarrenspieler? Er ist viel mehr als das. Kitt sah nach dem Kaffee. Gib ihm doch eine Chance. Becker zuckte mit den Achseln. Entschuldige, trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, dass du etwas Besseres verdienst. Kitt wollte diese Unterhaltung nicht noch einmal führen, darum beschloss sie, vollkommen aufrichtig zu ihrer Freundin zu sein. Tu das nicht, Becker. Mach ihn nicht schlecht. Kitt wusste, dass Noah es niemals hinnehmen würde, wenn sich jemand in seiner Gegenwart abfällig über sie äußerte. Und sie hasste es, wenn Becker das in Bezug auf ihn tat. Ich liebe ihn und er wird Teil meines Lebens bleiben. Also soll ich entweder mitspielen oder verschwinden? Die Visagistin legte den Keks weg und sprang von ihrem Barhocker. Ich hätte nicht gedacht, dass du zu den Frauen gehörst, die ihre Freundinnen fallen lassen, sobald sie einen neuen Stecher haben. Becker. Geschockt von ihrer Gehässigkeit kam Kitt um den Tresen herum. Wieso sagst du so etwas? Wir haben noch genauso viel Kontakt wie zuvor. Du weißt, wie viel mir meine Freundschaften bedeuten. Die Frau verschränkte die Arme. Früher hast du mit mir über den Stalker deine Verträge, die hohe Hypothek auf diesem Haus, die dein ganzes Einkommen auffrisst und das ganze andere wichtige Zeug gesprochen. Ich war diejenige, die dir beigestanden hat, als der Stalker in deinem Leben auftauchte. Ich habe deine Hand gehalten, als du bei der Polizei Anzeige erstattet hast. Beckers Wangen waren feuerrot. Ihr Atem ging schnell und unregelmäßig. Jetzt erzählst du Noah alles und mich behandelst du wie Luft. Das ist nicht fair. Kitt machte eine unwirsche Handbewegung, wobei sie versehentlich die kleine Glasschale umstieß, in der sie ihre Schlüssel aufbewahrte. Sie zerschellte auf dem Boden. Kitt kümmerte sich nicht darum. Wir haben damals so viel gesprochen, weil wir jeden Tag zusammen am Set waren. Zuerst bei Primrose Avenue, dann bei Last Flight und zuletzt bei dem Superheldenfilm. Natürlich sehen wir uns jetzt, da wir in unterschiedliche Projekte eingebunden sind, seltener. Doch das bedeutet nicht, dass wir keine Freundinnen mehr sind. Kitt legte ihr die Hand auf die Schulter, aber Becker schüttelte sie ab. Er ist eine Hure, Kitt, und du bist auch eine, weil du mit ihm schläfst. Kitt zuckte zusammen und wich zurück. Das reicht jetzt. Es war schon zu viel gewesen, mehr als eine Freundin je sagen sollte. Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt, aber du solltest jetzt gehen, bevor du unsere Freundschaft zerstörst. Ruf mich nicht an, wenn der Stalker das nächste Mal ein Geschenk in deinem Auto hinterlässt. Ich persönlich finde ja, dass teure Florentina Chastain-Pralinen an eine Frau, die Noah St. Joan für einen guten Fang hält, völlig verschwendet sind. Wutentbrannt wollte Kitt die Visagistin schon gewaltsam aus dem Haus befördern, als ihr das Blut in den Adern stockte. Niemand, außer Kitt, Noah, Butch und dem Polizeibeamten, der mit dem Stalkingfall betraut war, wusste von der Schokolade. Und selbst wenn ihre Erinnerung sie trug, hätte sie den Namen des Schokolatiers niemandem gegenüber erwähnt, weil sie das Päckchen gar nicht selbst geöffnet hatte. Sie hatte den Namen erst 48 Stunden später, während eines Telefonats mit dem Ermittler erfahren. Er hatte wissen wollen, ob sie das fragliche Geschäft oder einen der Mitarbeiter kannte. Woher weißt du von den Pralinen? fragte sie Becca mit einer dunklen, übelkeiterregenden Vorahnung. Als Becca kalkweiß wurde und schwieg, schlug Kitt die Hand vor den Mund. Wieso solltest du so etwas tun? flüsterte sie erschüttert. Wieso solltest du irgendeinem Psychopathen dabei helfen, mich zu terrorisieren? Sie waren seit einer Ewigkeit befreundet. Kitt hatte ihr so viele ihrer Geheimnisse und Träume anvertraut. Warum Becca? Sie gab keine Antwort, sondern fasste in ihre Handtasche und brachte eine zierliche Pistole zum Vorschein. Kitt starrte darauf. Natürlich würden die Sicherheitsleute sie nicht durchsucht haben. Becca war eine gute Freundin von Kitt und hatte diese schon häufig zu Hause besucht, wo sie jederzeit eine Tür angelehnt oder ein Fenster offengelassen haben könnte, um später Zugang zu haben. Nicht hier, wo sie eine Alarmanlage hatte, aber früher im Stadthaus, wo das Stalking angefangen hatte. Ich will dich nicht töten! Beccas Stimme klang zornig und panisch zugleich. Ich wollte dir niemals wehtun! Wieso hast du dann eine Waffe mitgebracht? Kitt hatte das Gefühl, als wäre die Welt zu einem Standbild eingefroren, als würde die Zeit stillstehen. Warum zielst du auf mich? Die Knarre ist für ihn, für diese dreckige Hure, die dich so billig gemacht hat. Ihr Ton war schrill und schneidend, aber ihre Hände zitterten nicht. Du bist meine Freundin, meine! Er hat kein Recht auf dich! Plötzlich erinnerte sich Kitt daran, dass vor ein paar Jahren die Garderobe von Schoolboy Choir verwüstet worden war, während die Jungs im Rahmen eines Wohltätigkeitskonzerts auf der Bühne gestanden hatten. Sie hatten irgendeinen betrunkenen Musikerkollegen in Verdacht gehabt, aber Becker hatte bei diesem Konzert als Visagistin einer Solosängerin fungiert und war somit im Backstage-Bereich gewesen. Kitt dachte an Codys aufgeschlitzte Reifen nach der Drehschlussparty, an die Hundefäkalien, die an das Haus einer Regisseurin, mit der Kitt sich angefreundet hatte, bevor die Frau wegen neuer Projekte nach Europa umgesiedelt war, geworfen worden waren. Daran, dass Becker immer beschäftigt gewesen war, wenn Kitt sie eingeladen hatte, sich mit ihr, Molly und Thea auf einen Kaffee oder zum Mittagessen zu treffen. Und plötzlich wusste sie, dass die Polizei, dass alle sich geirrt hatten. Das Stalking hatte nichts mit Sex oder körperlicher Anziehung zu tun. Hintergrund war vielmehr die obsessive Freundschaft seitens Becker. Falls Kitt recht hatte, war Becker nicht die Komplizin eines Mannes. Dafür war die Motivation zu persönlich. Was wiederum bedeuten würde, dass die sexuellen Gesichtspunkte des Stalkings reine Tarnung gewesen waren, um nicht nur Beckers Geschlecht zu verbergen, sondern auch ihr wahres Ziel, Kitts alleinige Freundin zu sein. Woher hattest du das Sperma, das du auf mein Bettlaken geschmiert hast? Und zwar buchstäblich eine Minute bevor Kitt das Haus betreten hatte. Auf dunkelblauen Laken, die den Fleck sofort erkennen ließen, auch wenn daneben keine Karte hinterlassen worden wäre. Becker war am Vortag bei ihr zu Besuch gewesen. Sie könnte die Laken gesehen und mühelos das Schloss des Fensters aufgebrochen haben, durch das der Stalker ins Haus gelangt war. Was das Timing betraf, hatten Becker und Kitt sich gesimst, während Kitt zu Fuß von der Party, die sie an jenem Abend besucht hatte, nach Hause gelaufen war. Eine Party, die Becker unter irgendeinem Vorwand früher verlassen hatte. Kitt hatte ihr geschrieben, dass sie in fünf Minuten zu Hause sein würde, falls Becker Lust hätte, noch vorbeizukommen. Die Visagistin zuckte mit den Schultern. Ich habe das Kondom aufgehoben, nachdem ich mit einem Möchtegern-Schauspieler gefickt hatte, der auf dich steht. Ein verkniffenes Lächeln. Er hat's nur mit mir getrieben, weil er gehofft hat, dadurch an dich ranzukommen. Ich fand, er würde bei einem DNA-Abgleich einen guten Sündenbock abgeben. Dieses Arschloch hatte sogar ein Poster von dir an der Wand. Die Beweise wären eindeutig gewesen, nicht wahr? Erst jetzt wurde Kitt klar, wie tief das alles reichte, wie viel Planung dahinter gesteckt hatte. Ich muss dir wirklich wichtig sein, sagte sie, um Beckers psychologischen Wahn zu beschwichtigen, obwohl sie vor Entsetzen innerlich erstarrt war. In diesem Geschäft gibt es nicht viele Menschen, die sich um andere kümmern. Das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu erklären. Becker wischte sich eine Träne aus den Augen. Ich habe mich immer um dich gekümmert. Dank mir saßt du in Primrose Avenue wunderschön und in Last Flight absolut perfekt aus. Ohne mich wärst du niemals für einen Oscar nominiert worden. Aber habe ich mich hier damit gebrüstet? Nein, ich habe mich für meine Freundin gefreut. Ich wollte das Beste für dich. Das weiß ich doch. Ich verstehe dich. In Wahrheit hatte Kitt sich für Becker bei der Crew von Last Flight verwendet und aus dieser Empfehlung waren weitere Jobangebote für die Visagistin hervorgegangen. Becker lächelte zittrig. Das ist gut. Ich würde nicht wollen, dass unsere Freundschaft an dieser Sache zerbricht. Sobald ich Noah losgeworden bin, wird alles wieder so sein wie früher. Sie fuchtelte mit der Waffe, während Kitts Seele vor Panik kreischte. Komm, setzen wir uns ins Wohnzimmer und warten dort auf ihn. Hinterher fahren wir raus in die Wüste und vergraben dort die Leiche. Du kannst behaupten, dass er sich mit Drogen vollgepumpt hat und mit einem Groupie durchgebrannt ist. Plötzlich runzelte sie die Stirn. Wenn du schreist, erschieße ich dich. Aber deine Bodyguards sind sowieso zu weit weg, um dich zu hören. Kitt wusste, dass sie dennoch schreien würde, aber erst sobald Noah zurückkäme. Sie würde nicht zulassen, dass Becker jenen Mann tötete, den Kitt mehr liebte als alles andere auf der Welt. Noah unterhielt sich gerade mit dem älteren Mann, von dem er die neuwertige helle Gibson gekauft hatte, als sein Blick auf die Magazine auf dessen Couchtisch fiel. Sie interessieren sich neben Gitarren auch für Maskenbildnerei? Der tätowierte Biker und Musiker strich sich über seinen weißen Bart. Guter Witz. Die gehören meiner Enkelin. Das Mädchen will zum Film und Aliens oder sowas erschaffen. Er warf die Hände in die Luft. Ich liege ihr ständig in den Ohren damit, dass sie lieber schöne Frauen schminken soll. Aber sie sagt immer nur, ach, Grandpa. Anschließend plappert sie über über Augenwülste, künstliche Körperteile und … Der Mann schwadronierte weiter. Aber Noah hörte ihm nicht mehr zu. Irgendetwas an der obersten Zeitschrift zog ihn in seinen Bann. Er griff danach und sah sich das Cover genauer an, fand jedoch nichts Außergewöhnliches. Es war nur eine Fachzeitschrift für Make-up-Künstler. Nicht einmal jemand, den er kannte, war darauf abgebildet. Warum also? Die Buchstaben. Es lag an den verflixten Buchstaben. Das Magazin verwendete eine unverwechselbare Schriftart auf dem Titelblatt. Es war dieselbe, wie mehrere der Buchstaben sie auf der Karte aufwiesen, die der Stalker der Pralinenschachtel beigefügt hatte, die auf dem Rücksitz von Noas Mustern gelegen hatte. Bäcker. Noah schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu verscheuchen. Er verstand sich nicht gut mit Kitts Freundin, aber das war noch lange kein Grund, sie zu verdächtigen. Außerdem war der Stalker ein Mann. Trotzdem konnte es ein Hinweis in die richtige Richtung sein. Also sagte ich, natürlich, Schätzchen, was immer du willst. Noah blendete sich wieder in den Monolog des Mannes ein, grinste und nickte. Frauen, hm? Kann ohne sie nicht leben. Zwinkern streckte ihm der Biker die Hand hin. War schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. Die Freude ist ganz meinerseits. Als Noah ins Auto stieg, um die Heimfahrt anzutreten, beschloss er, Kitt anzurufen und ihr von seiner Überlegung, dass der Stalker aus Beckers Berufssparte stammen könnte, zu berichten. Vielleicht war er irgendwann einmal Kitts Visagist gewesen. Sie ging weder an ihr Telefon noch an ihr Handy, woraus er schloss, dass sie im Garten sein musste. Eigentlich hatte er vorgehabt, ihr eine neue Pflanze zu kaufen. Aber plötzlich wollte er nur noch nach Hause. Seine Entdeckung nagte an ihm. Noah beschloss sie später mit der Pflanze zu überraschen und drückte aufs Gas. Er erreichte das Tor, welches er mithilfe der Fernbedienung, die Kitt ihm gegeben hatte, öffnete, dann rollte er aufs Grundstück, wo Butch Wache hielt. Noah stoppte neben ihm. Gab es irgendwelche Probleme? Nein. Allerdings hat Kitt gerade Besuch von ihrer bunten Freundin. Deshalb sollten sie wohl besser auf Tauchstation gehen. Ich glaube nicht, dass die sie allzu sehr mag. Becker? Noas Muskeln spannten sich an. Wie lange ist sie schon hier? Ein paar Stunden. Butch zog die Brauen zusammen. Was ist los? Habe ich einen Fehler gemacht? Gut möglich, dass wir alle einen gemacht haben. Noah fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Kitt ist nicht ans Telefon gegangen, als ich vor einer halben Stunde anrief. Die Gartentheorie konnte noch immer zutreffen. Vielleicht saßen die beiden draußen und quatschten. Aber Noah würde kein Risiko eingehen. Er stieg aus und sagte, lassen sie uns unauffällig zum Haus hinaufgehen. Falls die beiden sich im Garten unterhalten, ist kein Schaden entstanden und Becker wird nie erfahren, dass ich sie verdächtigt habe. Butch nickte. Ich gebe Casey bei Funk Bescheid, dass er ein Auge auf das Tor haben soll, während wir reingehen. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis sie das Haus erreichten. Sie trennten sich und gingen jeweils um eine Seite herum. Dabei achteten sie sorgsam darauf, nicht vor den Fenstern aufzutauchen, wenngleich Noah einen vorsichtigen Blick in jedes warf, bevor er sich darunter vorbeischlich. Er hätte sich gern für paranoid gehalten, aber sein Herz bummerte und sein Körper schüttete Adrenalin aus. Dann linste er durchs Wohnzimmerfenster und flammender Zorn erfasste ihn. Kit saß steif auf einem Stuhl, ihr gegenüber Becker auf einem identischen. Daran wäre an für sich nichts Ungewöhnliches gewesen, hätte Kits Gesicht nicht diesen Ausdruck von Angst gezeigt. Becker musste eine Waffe haben. Noah pürschte sich weiter, bis er auf der Veranda mit Butch zusammentraf. Er schilderte ihm, was er gesehen hatte. Die Frau muss bewaffnet sein. Andernfalls würde Kit versuchen, sie zu überwältigen. Kit war größer und kräftiger als Becker. Butchs Miene wurde grimmig. Unser einziger Vorteil ist, dass wir die Situation kennen und zu zweit sind. Zu dritt, wenn ich Casey hinzuziehe. Wahlweise könnten wir die Cops alarmieren, damit sie mit einem Geiselbefreiungsteam anrücken. Nein, wir müssen schnell handeln. Becker ist mental instabil. Sie könnte beschließen, Kit zu erschießen, während wir den Zugriff organisieren. Er würde Kit nicht in Furcht und Gefahr lassen. Warten Sie mal, sagte er, als ihm plötzlich ein Gedanke kam. Warum ist sie eigentlich noch hier? Wäre es Beckers Absicht, Kit etwas anzutun, hätte sie es direkt nach ihrer Ankunft erledigen und verschwinden können. Vielleicht wartet sie ja auf sie. Ihre Blicke trafen sich. Der Bodyguard fluchte leise. Also hat sie es auf mich abgesehen, sagte Noah. Das konnten sie zu ihrem Vorteil nutzen. Reichen ihre Schießkünste aus, um sie durch ein Fenster zu treffen? Stand irgendeins offen? Verdammt nein. Ich kann nicht riskieren, dass das Glas die Kugel abbremst oder vom Kurs abbringt und die Frau dadurch gewarnt wird. Ein Sekundenbruchteil könnte alles verändern. Butch holte seine Waffe heraus. Sie schleichen sich durch den Vordereingang rein. Ich nehme die Hintertür. Ich werde sie von hinten überraschen und entwaffnen, während sie durch sie abgelenkt ist. Der Plan klang gut mit einer Einschränkung. Kit wird nicht einfach tatenlos sitzen bleiben. Denn sie liebte Noah. Sie wird sich ihr an den Weg stellen und könnte verletzt werden, wenn Becca auf mich zu schießen versucht. Das war ein unannehmbares Risiko. Finden sie eine Möglichkeit, um sie vorzuwarnen, was passieren wird. Noah rieb sich die Stirn und versuchte klar zu denken. Die nächsten Minuten würden die wichtigsten seines Lebens werden. Dann sollte Kit etwas zustoßen. Kit schrak zusammen, als ihr Handy ein weiteres Mal klingelte. Du solltest nachsehen, wer das ist. Falls es die Bodyguards sind und ich wieder nicht rangehe, werden sie misstrauisch werden. Becca schnappte sich das Handy und wischte über das Display. Hallo Butch, sagte sie mit quirliger, fröhlicher Stimme. Kit ist gerade auf der Toilette, aber sie hat mich gebeten, dranzugehen, falls sie oder Casey anrufen. Ist ein Besucher am Tor? Eine kurze Pause. Ja, okay. Ich werde es ihr ausrichten. Soll Kit sie zurückrufen? Eine weitere Pause. In Ordnung. Bye! Becca legte auf und lachte selbstgefällig. Ich hätte Schauspielerin werden können, weißt du? Eine hervorragende sogar. Stattdessen mache ich andere Menschen hübsch. Dich habe ich am hübschesten von allen gemacht. Das stimmt. Kit hatte es geschafft, dass Becca während der letzten zwei Stunden Ruhe bewahrte, indem sie mit ihr in Erinnerungen an ihre Freundschaft geschwägt hatte, auch wenn diese nun für immer beschmutzt waren. Was wollte Butch? Ach ja, Becca wedelte mit ihrer Pistole. Ich soll dir ausrichten, dass der Kammerjäger, den du bestellt hast, damit er das Sperlingnest aus deiner Regenrinne entfernt, seine Leiterverlängerung oder sowas vergessen hat. Darum kommt er in drei Stunden zurück, nachdem er einen anderen Job erledigt hat. Sie zog eine Grimasse. Du willst diese Vögel töten? Das ist ziemlich gefühllos, Kit. Kits Herz machte einen Satz, und das Blut drohte ihr in die Wangen zu schießen. Denn kein Sperling hatte ein Nest in ihrer Dachrinne gebaut, und wenn es so wäre, würde sie ganz sicher nicht den Kammerjäger rufen. Aber sie hatte einen Liebsten, der ein Lied über einen Sperling geschrieben hatte, das für sie, trotz seiner herzergreifenden Traurigkeit, das Schönste auf der ganzen Welt war. Nicht lange danach war ein Wagen in der Einfahrt zu hören, der stetig näher kam. Er stoppte. Eine Tür wurde zugeschlagen. Sekunden später ging die Haustür auf. Kit? Antworte ihm, befall Becca leise und zielte auf Kits Gesicht. Sonst richte ich dich so übel zu, dass du kein Make-up mehr brauchst, um in einem Horrorfilm mitzuspielen. Ihr Gesicht kümmerte Kit nicht. Für sie zählte nur Noas Leben, fest darauf hoffend, dass sie die Zeichen richtig gedeutet hatte und Noa nicht gerade in einen Hinterhalt lief, rief sie, ich bin hier drin. Ich gehe ums Haus herum, nach hinten in den Garten, gab er zurück. Ich habe dir ein paar Pflanzen besorgt, die ich dort abladen will. Kit rieb sich mit den Händen über die Oberschenkel, als sie begriff, dass Noa sie aus diesem Raum mit seinen wenigen Fluchtmöglichkeiten zu lotsen versuchte. Ich sollte zu ihm gehen. Du hast Besuch von einer Freundin. Er hat keinen Grund, misstrauisch zu werden. Kit überlegte hastig. Ich sitze nie mit einem Gast hier hinten, sondern immer vorne in der Küche oder im Garten. Du könntest mir Klamotten in deinem Kleiderschrank zeigen oder ich könnte dein Make-up machen. Axel zuckend lieferte Kit die nächste ausgereife Leistung ab. Er sicher. Allerdings befindet sich das Schlafzimmer vor diesem Raum, wenn er uns dort also nicht findet und die zerbrochene Schale in der Küche entdeckt. Das schien Becker einzuleuchten. Steh auf. Sie stieß Kit mit der Pistole an. Bleib vor mir. Solltest du irgendetwas Dummes sagen oder tun, puste ich dir das Gehirn weg. Ich dachte, wir sind Freundinnen. Das sind wir auch, aber du musst mich von deiner Loyalität überzeugen, indem du dieses Stück Scheiße, das sich einbildet, dich mir wegnehmen zu können, nicht warnst. Kit ballte die Hände zu Fäusten. Das Bedürfnis, eine davon in Beckers Gesicht zu dreschen, war fast übermächtig. Das werde ich nicht. Nicht nach unserem Gespräch. Du weißt, dass du mir zu viel bedeutest, dass meine Karriere mir zu viel bedeutet, um das alles wegzuwerfen. Gut, jetzt müssen wir uns nur noch diesen … Kaum, dass sie durch die Tür getreten war, warf Kit sich auf den Boden. Sie hörte einen Schrei, den donnernden Knall eines Schusses und roch Schießpulver in der Luft, als ein dumpfer Aufschlag ertönte. Außer sich vor Angst, dass Becker ihre Drohungen wahrgemacht und Noah getötet haben könnte, drehte sie den Kopf und stellte fest, dass Noah und Butch die Frau überwältigt hatten. Sie mussten zu beiden Seiten der Tür im Flur gelauert haben. Seid ihr verletzt? fragte sie und schaute von einem Mann zum anderen. Noah, Butch. Butch holte einen Kabelbinder aus seiner Jackentasche und fesselte Beckers Handgelenke. Sie brüllte vor Wut, während Noah sie auf den Boden presste. Uns fehlt nichts, antwortete Noah auf Kitts Frage. Allerdings wird deine Decke eine kleine Reparatur benötigen. Kitt sah nach oben und entdeckte ein Loch. Erleichterung durchströmte sie wie ein kühler Bach. Ich hoffe, der Sperling ist in Sicherheit. Noah grinste. Sperlinge sind zähe Burschen. Sie überleben so gut wie alles. Er ließ von Becker ab, ging zu Kitt und schloss sie in seine Arme. Du warst unglaublich. Er drückte sie an sich. Eigentlich sah unser Plan vor, dass ich dich aus der Schusslinie bringe, damit Butch Becker außer Gefecht setzen kann. Aber dann hast du dich auf den Boden fallen lassen und wir konnten uns beide auf sie konzentrieren. Kitt hielt sich mit aller Kraft an ihm fest. Die beste Freundin meiner Figur in Primrose Avenue wurde von ihrem geistesgestörten Exfreund als Geisel genommen. Ich durfte sie retten und sie musste sich auf den Boden werfen, damit ich die Gelegenheit bekäme, ihn zu erschießen. Noas Brust bebte vor Lachen. Da soll noch mal einer behaupten, Seifenopern sei nicht lehrreich. Kitt lachte nun auch, wenn auch unter Tränen. Als Butch die schreiende, tobende Becker nach draußen führte, um dort auf die Polizei zu warten, wandte sie den Blick ab. Sie wusste, dass die Frau psychische Probleme hatte und Hilfe benötigte, aber im Moment konnte sie kein Mitleid mit ihr empfinden. Sie war nur zornig und aufgewühlt von der Angst, die Becker in ihr hervorgerufen hatte. Sie wollte sich nur noch an Noah festklammern und immer ging es offensichtlich genauso. Und so verharrten sie in dieser Position bis zum Eintreffen der Polizei. Im Laufe der nächsten Stunden trudelten Noas Bandkollegen zusammen mit Molly und Thea. Sarah war nach Hause zurückgekehrt, nachdem ihre Schlösser ausgetauscht worden waren, bei Kitt ein. Thea kümmerte sich bereits um die Nachfragen der Medien, um Kitt das zu ersparen, während Molly und David ein spätes Mittagessen für alle zubereiteten und der Rest sich um den Küchentisch versammelte, um über die schockierende Wände der Ereignisse zu sprechen. Das ist Vorsatz ersten Grades, bemerkte Abe mit finsterer Miene, als Kitt ihnen erläuterte, wie das Sperma auf ihr Bett gelangt war. Und teuflisch noch dazu. In Noas Ton war keine Gnade. Ich hoffe, sie sperren sie für sehr lange Zeit weg. Daran dürfte kein Zweifel bestehen, in Fox' Augen glitzerte kaum verholene Wut. Sie hat Kitt mit einer Schusswaffe bedroht. Und sie ist vorbestraft, meldete sich Thea zu Wort, die im Garten telefoniert hatte und nun wieder hereinkam. Der letzte Anruf war von einem meiner Kontaktleute bei der Polizei. Becker hat schon früher jemanden gestalkt während ihrer Highschool-Zeit. Sie trat zu David und lehnte sich an ihn, woraufhin er den Arm um sie legte. Da keine Anklage erhoben wurde, kam es bei ihrem Hintergrundcheck nicht ans Licht. Aber das Opfer hat sich gemeldet, als es aus den Nachrichten von Beckers Verhaftung erfuhr. Becker ist damals mit einer abgebrochenen Flasche auf die Frau losgegangen. Kitt presste für einen Moment beide Hände vors Gesicht, bis sich ihre Atmung wieder beruhigte. Trotzdem hat sie sie nicht angezeigt? Das Opfer und Becker waren früher beste Freundinnen, und Becker hatte kurz vor dem Vorfall ihren Vater verloren. Wieder klingelte Theas Handy. Da es ihr nicht gelungen war, ihre Freundin zu verletzen und sie ohnehin aus der Stadt wegziehen wollte, beschloss das Mädchen, den Schmerz nicht noch zu vergrößern. Thea küsste David auf die Wange, bevor sie wieder in den Garten ging. Noah hielt Kitt weiter in seinen Armen, wie er es schon tat, seit es überstanden war. Gott sei Dank ist sie nicht mehr auf freiem Fuß und aus deinem Leben verschwunden. Kitt empfand einerseits Mitleid mit ihrer Freundin, aber auch Zorn und nicht zuletzt Erleichterung, weil es vorbei war, während sie in Noas Wärme schwelgte und den anderen beim Reden zuhörte. Theas Handy läutete nonstop, aber sie kam zwischendurch immer wieder in die Küche, die von köstlichen Düften erfüllt war, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Zwangsläufig hielt Noah irgendwann eine Gitarre im Arm, während David mit allen möglichen Utensilien auf verschiedenen Oberflächen trommelte, Abe den Rhythmus mitklatschte und Fox einen ihrer älteren Hits sang. Es war genau das, was Kitt jetzt brauchte. Gesegnete Normalität. In dieser Nacht schlief sie in Noas Armen unter dem leuchtenden Sternenhimmel, doch als sie die Augen aufschlug, war er schon wach. Konntest du schlafen? Er hatte sie die ganze Zeit gehalten, ihr ein tiefes Gefühl von Sicherheit vermittelt, aber Kitt wusste, dass ihn seine Dämonen wieder heimgesucht hatten. Sei ehrlich zu mir. Vier Stunden, sagte er mit einem Lächeln, das seine Augen nicht erreichte. Ganz ordentlich für mich. Sie stützte sich auf dem Ellbogen ab und strich ihm die Haare aus dem Gesicht. Hey, flüsterte sie. Es gab eine Zeit, da war es ein Wunschtraum für mich, eine Nacht in deinen Armen zu verbringen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Noah ballte die Faust des Arms, der unter seinem Kopf lag. Ich komme mir manchmal einfach so verdammt armselig vor. Er spie die Worte geradezu aus. Ein erwachsener Mann, der zitternd aus einem Albtraum erwacht. Wohin zum Teufel soll das führen? Kitt überkam wieder das Gefühl, ohne Fallschirm abzuspringen, sich blind ihren Weg bahnen zu müssen. Es gab so vieles, dass sie nicht wusste, aber eins stand fest. Sie liebte diesen Mann, und er liebte sie. Ich hatte keine Albträume, erklärte sie ihm. Danke, dass du meine Dämonen in Schach gehalten hast. Seine körperliche Anspannung löste sich etwas, das stählerne Grau seiner Augen wurde weicher. Du bist ziemlich anschmiegsam im Bett, Katie. Der Anflug eines Lächelns. Ich kann mich keinen Millimeter rühren, ohne dass du dich mit mir bewegst. Sie schnitt eine Grimasse. Beklagst du dich? Er zwickte sie in die Hüfte und grinste. Auf keinen Fall. Schmieg dich an mich, so viel du willst. Ich halte es aus. Kitt lachte. Diese Hürde hatten sie genommen. Komm, ich sterbe vor Hunger. Sie hatte gestern Abend kaum etwas gegessen. Dazu war sie zu aufgewühlt gewesen. Was hältst du von Waffeln? Zum Teufel mit der Filmdiät. Ich behaupte, dass ich die besseren Waffeln mache. Und ich behaupte, dass du recht hast. Also raus aus den Federn. Ja, Ma'am. Lächelnd ließ Kitt sich absichtlich etwas zurückfallen, um Noas Hintern in den weißen Boxershorts, mehr hatte er nicht an, betrachten zu können. Zum ersten Mal, seit das Stalking begonnen hatte, lastete keine Furcht auf ihr, keine innere Unruhe. Sie fühlte sich leicht und frei. Die Tatsache, dass Noah bei ihr war, ihr seine Geheimnisse anvertraute, machte alles noch viel besser. Wir kriegen das hin, wiederholte sie leise. Wir schaffen das. Die nächsten drei Nächte waren wundervoll. Die vierte dagegen so schlimm, dass Noah sie wegstieß und nach drinnen ging, um sich seine Gitarre zu greifen. Kitt hörte, wie er die Seiten zupfte, während sie allein im Bett lag, und gelangte zu dem Schluss, dass es niemals funktionieren würde. Sie stand auf und machte Kaffee für sie beide, dann überließ sie ihn seiner Grübelei, allerdings nicht ohne vorher sein missmutiges Gesicht zu küssen. Ich liebe dich, sagte sie bei einem weiteren Kuss. Sogar dann, wenn du ein schlecht gelaunter, grießgrämiger Rockstar bist. Seine Mine wurde noch finsterer, der sagte kein Wort. Aber als sie gegen sechs Uhr abends nach einem Fototermin für die Kosmetikfirma heimkam, pannte sie ihren iPod auf ihrem Kopfkissen vor. Als sie ihn mit ihrer Musikanlage verbannt, erklang Noas Stimme, die den bewegenden Liedtext von Sperling sang. Erst kamen ihr die Tränen, dann musste sie lächeln, denn sie erkannte den einfühlsamen Rhythmus im Hintergrund. Die raue Stimme, die Noah beim Refrain begleitete, das meisterhafte Klavierspiel. Er hatte den Song nun doch mit der Band geteilt, sie hatten ihn sogar aufgenommen. Nachdem sie ihn sich fünfmal in Folge angehört hatte, schickte sie Noah eine Nachricht. Es ist mein Lieblingssong, er ist so schön, dass er mich zum Weinen bringt. Seine Antwort erfolgte wenige Sekunden später. Hab mit David Hanteln gestemmt. Ich vergesse immer wieder, wie verdammt fit er ist. Und dann zeigt er mir, wo der Hammer hängt. Ich verabscheue eingebildete Schlagzeuger. Und ja, ich fand, dass Sperling es verdient hat, eingespielt zu werden, nachdem uns der Song dabei geholfen hat, diese irre Furie unschädlich zu machen. Ich bin bald zu Hause. Hör auf zu weinen. Kit legte das Handy weg und dachte an Becker. Ein Teil von ihr würde den Verlust ihrer Freundschaft immer betrauern. Und eines Tages würde sie sich vielleicht sogar ein Herz fassen und Becker in der Einrichtung besuchen, in die man sie eingewiesen hatte. Aber sie würde ihr den Terror, den sie verbreitet hatte, niemals verzeihen. Aber das war jetzt vorbei und Kit würde sich davon nicht noch mehr von ihrer Zeit und Energie stehlen lassen. Sie wollte sich an ihren wahren Freunden erfreuen. Doch am allermeisten wollte sie mit Noah zusammen sein, sich ein Leben mit ihm aufbauen. Mit diesem Gedanken krempelte sie ihre Ärmel hoch und beschloss, ihn mit einem selbstgekochten Essen zu überraschen. Noah ging es gut. Am Morgen hatte er sich noch beschissen gefühlt, aber dann hatte Kit ihm gesagt, dass sie ihn sogar dann liebte, wenn er ein schlecht gelaunter, grießgrämiger Rockstar war, und seine Stimmung hatte sich aufgehellt. Insgeheim hegte er noch immer die Befürchtung, sie könnte irgendwann beschließen, dass er zu viel Arbeit bedeutete. Aber ihr liebevoller Rüffel heute Morgen war die beste Medizin gewesen. Dann hatte er sich mit den Jungs getroffen und ihn schließlich doch von Sperling erzählt. Noah war das reinste Nervenbündel gewesen, bevor er ihn den Song vorgetragen hatte. Aber alle drei waren begeistert gewesen. Fox' Blick hatte er entnommen, dass dieser sich der versteckten Bedeutung des Songs bewusst war. Gleichzeitig hatte er einen Ausdruck stillen Stolzes in seinen Augen bemerkt. Fox verstand, was es für Noah hieß, den Sperling in die Welt hinauszulassen. David und Abe, die nichts von der Sache wussten, hatten beinahe synchron durch die Zähne gepfiffen. Verdammt, das ist ein starker Song, Mann, hatte Abe ihn gelobt und dann etwas hinzugefügt, mit dem Noah niemals gerechnet hätte. Ich musste an Tessie denken, so als würde sie dieser Vogel sein, der in die Freiheit davonfliegt. Noahs Herz hatte sich schmerzhaft zusammengezogen. Er, mehr hatte er nicht herausgebracht. Er wusste, wie tief Abe der Tod seiner kleinen Schwester getroffen hatte, und die Vorstellung, dass er durch dieses Lied eine Art Frieden fand, war ein unbezahlbares Geschenk. David hatte nur benickt, zu seinen Drumsticks gegriffen und einen tiefen, sanften Rhythmus improvisiert, der perfekt zu dem Song passte. Fox hatte sich seine Gitarre geschnappt, und Abe, in dessen Haus sie sich eingefunden hatten, hatte die Staubhülle von dem Flügel gezogen, den er nicht mehr angerührt hatte, seit Tessie gestorben war. Sie hatten mit Hilfe von Abes Equipment eine Rohfassung des Songs aufgenommen. Anschließend war Noah nach Haus gefahren, um diese für Kit auf ihrem iPod zu hinterlassen, bevor er sich mit David zum Training getroffen hatte. Mit dem Gefühl, sich völlig ausgepumpt und das ganze Gift, das sich in ihm angestaut hatte, freigesetzt zu haben, warf er jetzt seine Sportsachen in den Kofferraum und strich sich mit der Hand durch sein vom Duschen nasses Haar. »Hättest du Lust, mit Thea zum Abendessen vorbeizukommen?« fragte er David, der direkt neben ihm parkte. »Geht leider nicht, ich muss heute Theas Trophäen-Ehemann bei einem wichtigen Dinner-Meme, zu dem sie sich mit ein paar aufgeblasenen Modemagazin-Leuten trifft.« Davids Grinsen strafte seine Worte Lügen. »Wisch dir dieses alberne Lächeln aus dem Gesicht. Du hast einen Ruf zu verlieren«, sagte Noah, doch in Wahrheit freute er sich einfach nur für seinen Freund. David war schon seit einer Ewigkeit bis über beide Ohren verliebt in Thea. Genau wie Noah in Kit. David zeigte mit dem Finger auf ihn. »Ich habe nicht dein Bad-Boy-Image. Wie willst du das eigentlich weiterpflegen? Jetzt, wo du in wilder Ehe mit Kit zusammenlebst?« »Ich werde allen sagen, dass sie mir den Buckel runterrutschen können.« Noah hatte nicht vor, die Medien je wieder mit Storys über seinen promiskuitiven Lebenswandel zu füttern. Höchstens würde er sich beim Rummachen mit Kit an unerhörten Orten erwischen lassen. Dafür wäre er definitiv zu haben. Lachend schlug David die Faust gegen seine. Dann stiegen sie in ihre Autos und fuhren in entgegengesetzte Richtungen davon. Noah hörte sich gerade Estebens neustes Album an, als er an einem Fußgängerüberweg hielt, damit ein älteres Paar die Straße überqueren konnte. Lächelnd, weil er sich freute, zu Kit heimzukehren, trommelte er den Rhythmus auf dem Lenkrad mit, als sein Blick den Mann und den goldblonden Jungen erfasste, die gerade von der anderen Seite auf den Zebrastreifen traten. Der Mann zerrte den Jungen an der Hand hinter sich her. Es war eine vertraute Szene. Noah hatte sie in seinem Leben bestimmt schon tausendmal gesehen, aber heute verursachte sie ihm Übelkeit, und seine Hände verkrampften sich ums Steuer, während ihm ein roter Nebel des Zorns die Sicht verstellte. Überzeugt, dass das Kind Hilfe brauchte, öffnete Noah seinen Gurt und hatte die Hand schon am Türgriff, als der Mann etwas sagte, woraufhin sich die Miene des Jungen aufhellte. Er begann zu hüpfen und aufgeregt zu plappern, dann hatten die beiden die Straße überquert und spazierten davon. Novas Herz dröhnte noch immer. Seine Kehle war trocken. Erst als hinter ihm ungeduldiges Hupen ertönte, nahm er die Hand vom Türgriff und fuhr weiter. Er wusste nicht, wohin er wollte. Jedenfalls nicht nach Hause. Dafür war er zu überreizt. Schließlich landete er an einem Aussichtspunkt mit Blick auf den Pazifik, wo er beobachtete, wie die Brandung ans Ufer schlug, bis das Grau des Himmels schwarz wurde und er nur noch die Scheinwerfer und Rücklichter der Autos auf dem Pacific Coast Highway sehen konnte. Das T-Shirt klebte an seinem schweißnassen Körper und er umklammerte noch immer das Lenkrad. Irgendwann löste er die Hände, stieß die Tür auf und stieg aus. Ohne Vorwarnung überrollte ihn eine weitere Welle der Übelkeit. Instinktiv stützte er sich auf den Knien ab und beugte sich vornüber, bevor er sich erbrach. Es war nicht viel in seinem Magen, nur das isotonische Getränk, das David ihm nach dem Sport gegeben hatte. Danach musste er noch eine gefühlte Ewigkeit trocken wirken. Er war sich vagebewusst, dass irgendwo ein Handy klingelte, aber er konnte sich nicht damit befassen, weil er seine ganze Aufmerksamkeit darauf konzentrierte, seine Muskelkontraktion unter Kontrolle zu bringen. Sie schienen nicht aufhören zu wollen. Als es vorbei war, holte Noah eine Wasserflasche aus der Tasche in seinem Kofferraum, spülte seinen Mund aus und wusch sich das Gesicht. Dann hielt er es in den warmen Wind, bis es trocken war. Sobald er wieder hinterm Steuer saß, checkte er sein Handy und stellte fest, dass er mehrere Anrufe und SMS von Kitt verpasst hatte. Sie musste sich Sorgen machen. Immerhin hätte er schon vor Stunden daheim sein sollen. Er fühlte sich wie der letzte Scheißkerl. »Es geht mir gut, bleib nicht auf, um auf mich zu warten«, schrieb er zurück. Anschließend schaltete er das Handy aus, damit sie ihn nicht anrufen konnte. Er konnte jetzt nicht mit Kitt sprechen. Er fühlte sich unsauber, schmutzig, hässlich. Genau wie damals, als er ein Kind im selben Alter gewesen war, wie der Junge, den er vorhin auf dem Zebrastreifen gesehen hatte. Doch das war nicht der Grund, was seinen Aussetzer provoziert hatte. Nein, er hatte den Grund inzwischen identifiziert. Es war das Hemd des Mannes gewesen. Exakt das gleiche Hemd hatte sein Peiniger an dem Tag getragen, an dem alles angefangen hatte. Bis heute war ihm nicht klar gewesen, dass sich das Muster in sein Gedächtnis eingebrannt hatte. Er trank die Wasserflasche leer, warf sie auf den Beifahrersitz und startete den Motor. Wieder wusste er nicht, wohin er wollte. Er musste einfach fahren. Doch am Ende war es keine Überraschung, als er sich auf dem Parkplatz eines mit Graffiti besprühten Strip-Lokals, dessen grelle Neonlichter sich in seiner Windschutzscheibe spiegelten, wiederfand. Dies war der Ort, an den er gehörte, wo niemand von ihm erwarten würde, ein besserer Mensch zu sein, als der, der er war. Er hatte kein Recht auf eine Frau wie Kit, kein Recht darauf, sie anzufassen, sie in den Armen zu halten. Er würde sie zerstören. Es war besser, wenn er in der Dunkelheit bliebe. Noah stellte den Motor ab und öffnete die Wagentür. Im Lauf der letzten Stunden hatte Kits Sorge sich erst zu Panik verstärkt und dann in Zorn umgewandelt. Als Noah nicht zur verabredeten Zeit heimkam, nahm sie an, dass er und David noch zusammen abhingen. Nervös war sie erst geworden, als er bereits eine Stunde zu spät war. Da hatte sie die erste Nachricht geschickt, jedoch keine Antwort bekommen. Sie hatte die Angst im Nacken gespürt, die Erinnerung an den Vorfall mit Becca war ihr noch zu frisch im Gedächtnis gewesen und David angerufen, der ihr gesagt hatte, dass Noah schon lange nicht mehr im Fitnessstudio war. Kit hatte versucht, logisch zu denken und nicht in Panik zu geraten, während sie Noah angerufen und ihm gesinst hatte. Trotzdem war sie kurz davor gewesen, in den Krankenhäusern nachzufragen, als sie schließlich seine SMS erhalten hatte. Es geht mir gut, bleibt nicht auf, um auf mich zu warten. Die kalte Arroganz dieser Nachricht hatte sie fassungslos gemacht. Nicht bereit, sich das bieten zu lassen, hatte sie sofort versucht, ihn anzurufen. Aber Noah hatte sein Handy entweder abgeschaltet oder keinen Empfang. Kit konnte sich nur allzu gut vorstellen, was von beidem zutraf. Derart außer sich, dass sie kaum einen klaren Gedanken fassen konnte, zog sie ihre Laufschuhe an und rannte sich ihren Frust von der Seele. Bei ihrer Rückkehr war Noah noch immer nicht da. Das Essen kalt geworden. Nachdem sie geduscht, Shorts und ein Tanktop angezogen hatte, machte sie sich einen Teller zurecht und nahm ihn mit in den Garten. Die friedliche Stille beschwichtigte ihren Zorn. Dafür fühlte sie einen Schmerz, der sie schier in zwei riss. Falls Noah heute irgendwann seinen Dämonen erlegen war, konnte die Situation weit schlimmer sein, als dass er sich ihr gegenüber wie ein Arsch benahm. Vermutlich würden morgen die Boulevardblätter darüber berichten, dass er sich einen angesoffen oder irgendetwas kurz und klein geschlagen oder eine Zufallsbekanntschaft gefögelt hatte. Der Zorn brannte wie Feuer in ihrer Kehle. Sie legte die Gabel weg, ließ das Gesicht in die Hände sinken und atmete tief durch. Kit, ihre Schultern wurden steif beim Klang dieser männlichen Stimme, ihre Gefühle galle bitter. Zu wütend, um ihn anzusehen, zu verängstigt, was sie in seinem Blick lesen könnte, zwang sie sich, die Gabel wieder aufzunehmen und ein bisschen zu essen. Noah glitt neben sie auf die Bank und rutschte an sie heran, bis seine Schenkel und sein Arm sie berührten. Kit roch Schweiß. So, als hätte er nach dem Training nicht geduscht, ansonsten nahm sie nur Noas Duft wahr. Keine Spur von Alkohol, Zigarettenqualm oder Parfum. Wie sauer bist du? Das kommt ganz drauf an. Sie starrte in den Garten. Wo warst du? Ich bin zu einem schmuddeligen Strip-Lokal gefahren und habe auf dem Parkplatz im Wagen gesessen, während ich mir einredete, dass ich genau das verdiene. Nicht dich, kein Zuhause, sondern nur eine dreckige Spelunke, die ich nicht mit dem Hässlichen, das in mir ist, verseuchen kann. Umgeben von Leuten, denen ich komplett am Arsch vorbeigehe. Kit empfand Mitgefühl für ihn. Gleichzeitig machte sie sich auf das Schlimmste gefasst, während sie darauf wartete, dass er den Rest erzählte. Denn sie hatte ihre Grenze erreicht. Noah wusste, wo sie verlief. Sollte er sie übertreten haben, würde sie ihm nicht vergeben. Dieses Mal nicht. Ich habe die Autotür geöffnet, um auszusteigen, fuhr er fort und brach ihr das Herz. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, was für ein hirnvernagelter Idiot ich bin. Fast hätte ich zugelassen, dass das, was dieser Bastard mir angetan hat, das Beste in meinem Leben zerstört. Ich war kurz davor meine Beziehung zu der Frau, die mich selbst dann noch liebt, wenn ich ein schlecht gelaunter, gräskrämmiger Rockstar bin, für immer zu ruinieren. Darum habe ich die Tür wieder zugezogen und bin auf dem schnellsten Weg nach Hause gefahren. Er legte die Hand auf ihren Nacken, eine für Noah ungewohnt zaghafte Berührung. Also, wie lange wirst du wütend auf mich sein? Unendliche Erleichterung durchströmte sie. Obwohl sich in diese noch ein letzter Rest Zorn mischte, entzog sie sich seiner Berührung nicht, weil sie wusste, dass er das als Zurückweisung verstanden hätte. Ich sag dir Bescheid, wenn ich nicht mehr sauer bin. Noah ächzte. Mit unbestimmtem Ende? Das ist kaltherzig, Katie. Sie legte die Gabel auf den Teller. Dann drehte sie sich zu ihm und tat das, was sie tun wollte, seit er ihr gesagt hatte, dass er die Autotür geschlossen und einfach heimgefahren war. Sie schlang die Arme um ihn. Das ist dafür, dass du nach Hause gekommen bist, sagte sie, während er die Umarmung so fest erwiderte, dass sie kaum mehr Luft bekam. Sauer bin ich, weil ich wegen dir in Sorge war und dachte, du könntest nicht mehr zu mir zurückkommen, weil deine Dämonen erwacht seien. Noah stieß seufzend den Atem aus. Dann erzählte er ihr, was ihn so sehr aus der Fassung gebracht hatte. Ziemlich Idiotischem. Nein. Es hat dich kalt erwischt. Sie schaut den streng an. Was wirst du das nächste Mal tun, wenn dich etwas unvorbereitet trifft? Er antwortete sofort und mit solchem Nachdruck, dass sie ihm glaubte. Zu dir kommen. Gut. Sie rückte ein Stück ab und sah ihm ins Gesicht. Wir brauchen einen Pool. Kit wollte keine sechs Monate warten. Noah sollte wissen, dass hier sein Zuhause war. Bei ihr. In seinen Augen erschien dieses helle, faszinierende Leuchten und er lächelte zurück, als er ihr Gesicht zwischen die Hände nahm und die Stirn an ihre legte. Ein Infinity Pool? Verzaubert von diesem Lächeln, das niemand außer ihr je zu sehen bekam, griff sie in sein T-Shirt und ballte die Faust. Ich habe einen mit einem Wasserfall gesehen, den fand ich toll. Du bekommst deinen Wasserfall. Auf einen zärtlichen Kuss folgte ein aufreizender. Wenn du mir versprichst, dass du dich in einem String-Bikini darunter stellst, das lässt sich einrichten. Noch immer lächelnd meinte er, ich sollte duschen. Er fuhr mit den Händen über ihre Arme. Dank mir bist du jetzt auch ganz klebrig. Wollen wir zusammenduschen? Seine Augen wurden groß und Kit erkannte, dass auch das eine völlig neue Erfahrung für ihren skandalumwitterten Rockstar sein würde. Ja, ein Grinsen stahl sich in sein Gesicht. Wirst du mir den Rücken einseifen? Wenn du mich nett darum bittest? Noah hatte noch nie zusammen mit einer Frau geduscht, aber während er Kit dabei zusah, wie sie splitterfasernackt ihre noch nicht ganz trockenen Haare hochsteckte, regte sich in ihm die Ahnung, dass es ihm gefallen würde. Nachdem sie das Wasser angedreht und in die Kabine getreten war, warf sie ihm einen neckischen Blick über die Schulter zu, und da wusste er, dass es ihm gefallen würde. Er zog sich aus, trat hinter sie, fasste sie um die Hüfte und küsste sie auf den Hals. Ihm war bewusst, dass sie eigentlich noch immer wütend auf ihn war und er es verdient hatte, aber sie liebte ihn auch. Selbst wenn er gigantischen Mist baute, liebte sie ihn. Er konnte immer nach Hause zurückkommen. Kit würde ihn nicht rauswerfen, nur weil er unvollkommen war. Das Einzige, was er tun musste, war, sich gut um ihr Herz zu kümmern. Ein Herz, das sie ihm voll Vertrauen geschenkt hatte. Und er war dazu imstande. Ihre Grenzen zu übertreten bot keinerlei Anreiz für ihn, wenn hier auf dieser Seite seine Kit stand, die sich eine gemeinsame Zukunft mit ihm aufbauen wollte. Hey, sagte sie in gespielt vorwurfsvollem Ton, als er ihre Brüste umfasste. Ich dachte, du wolltest duschen. Ich dusche ja. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit fühlte Noah sich wieder jung, zusammen mit einer wunderschönen Frau, die ich jetzt einschäumen werde. Er nahm ihr den Lufferschwamm aus der Hand, auf den sie ein lieblich duftendes Waschgel gegeben hatte und rieb damit über ihren Körper. Kit lehnte sich an ihn und ließ ihn tun, was er wollte, nämlich sie verwöhnen. Sie lächelte ihn an, während er zum ersten Mal in seinem Leben die Entdeckung machte, dass eine erotische Situation verspielt sein konnte. Als sie ihm den Schwamm mobste und versuchte, ihn mit der parfümierten Duschlotion abzurubbeln, drohte er ihr alle möglichen Arten von Rache an. Lachend tauschte sie den Lufferschwamm gegen das geruchsneutrale Seifenstück, das Noah bevorzugte, und wusch ihn damit. Er war sich erst nicht ganz sicher gewesen, ob ihm dieser Teil auch gefallen würde, aber so war es, weil, weil es Kit war. So einfach war das. Noah presste sie gegen die Wand und küsste sie. Dabei spürte er, dass sie noch immer lächelte, auch als er die Hand über ihren Bauch und zu der feuchten, weichen Stelle zwischen ihren Beinen gleiten ließ. Er war tatsächlich nicht sehr geübt im Vorspiel, hatte vor Kit kaum Erfahrung darin gesammelt, aber sie wollte er berühren und erforschen. Sag mir, was du magst, raunte er und stützte den anderen Arm gegen die Wand über ihrem Kopf. Sie erbebte, als seine Finger über eine bestimmte Stelle strichen. Ja, das fühlt sich gut an. Mach das nochmal. Es folgten weitere gewisperte Worte, mehr Lächeln, mehr Küsse. Irgendwann hielt sie sein Handgelenk fest. Noah, oh bitte, nicht mehr bewegen. Er bewegte die Finger nicht, sondern erhöhte nur leicht den Druck. Kit bog den Rücken durch und streckte ihm einladend die Brüste entgegen, als sie mit einem leisen Lustschrei kam. Noahs Schwanz pulsierte, aber er war geradezu süchtig danach, Kit beim Höhepunkt zu erleben, darum beschloss er, seine Vorspielschulung fortzusetzen, indem er eine Hand auf ihr Kreuz presste und den Kopf zu ihren Brüsten senkte. Er leckte und saugte und nach einer Weile wurde Kits keuchender Atmung noch unregelmäßiger. Kann ich dich noch einmal hier berühren? fragte er und legte die Hand auf ihren Venushügel. Zuvor hatte sie sie weggeschoben und gesagt, dass sie noch zu empfindlich sei. Sie stöhnte, als er mit seinem stoppeligen Kinn über ihre Brüste rieb. Nach diesem Orgasmus darfst du mit mir tun, was du willst, Noahs St. Joan. Er fühlte sich wie ein Gott, als er tief mit dem Finger in sie eindrang und ihren Antworten auf seine erotischen Fragen lauschte. Dann wurde er damit belohnt, dass sich ihr Schoß zuckend um seine Finger krampfte und sie ohne Vorwarnung ein zweites Mal kam. Es war unfassbar erregend. Noah zog seine Finger hervor, hob Kit an der Wand hoch und drangen sie ein. Er war granithart. Und da Kit so feucht und nachgiebig war, hätte er mühelos bis zum Anschlag in sie hineinstoßen können. Aber er brachte heute ungewöhnlich viel Geduld auf. Seine Eier mochten blau anlaufen, aber er genoss es viel zu sehr, mit Kit vereinigt zu sein. Es wurde ein langer, bedächtiger Akt daraus, mit jeder Menge romantischem Firlefanz. Und als sie sich hinterher abtrockneten, realisierte Noah, dass er Liebe mit Kit gemacht hatte. Er hatte sie nicht gefögelt, nicht Sex mit ihr gehabt. Sie hatten Liebe gemacht. Früher hatte er das immer für einen abgeschmackten Ausdruck gehalten, aber heute nicht. Heute passte er perfekt. Nachdem Kit sich ein Handtuch umgewickelt und es über ihrem Busen festgesteckt hatte, kam sie zu ihm und ergriff seine Hände. Das mit uns wird gut gehen. Ja, bestätigte Noah, das wird es. Er würde auch zukünftig Fehler machen. Aber da er Kit weder verletzen noch sie aufgeben würde, konnten sie sie bewältigen. Und wenn sie ihn weiter auf diese Weise anlächelte, als ginge ihr das Herz bei seinem Anblick auf, nun, dann würde er am Ende vielleicht gar nicht so oft Mist bauen. Ich liebe dich, Kit. Ich werde dich immer lieben. Und ich werde unsere Beziehung niemals zerstören. Es war ein Gelöbnis. Epilog Zwölf Monate später war Noah in Kyoto, Tokio, um seinen Wetteinsatz einzulösen. Er hatte sich im Vorfeld sogar erkundigt, welchen Behördenkram es zu erledigen galt, um die Pflanze mit nach Hause nehmen zu dürfen. Aber obwohl dies seine Strafe war, trat er seinen schweren Gang zu dem zänkischen Gärtner, bei dem er sich vermutlich eine Demütigung einhandeln würde, nicht allein an. Seine liebste und beste Freundin war an seiner Seite, als er die schmale, gewundene Straße entlang ging, an deren Ende ein 70-jähriger Mann wohnte, der in dem Ruf stand, ein jähzorniger Oni bzw. ein japanischer Dämon zu sein. Obwohl Kit schlichte Blue Jeans, Segeltuchschuhe, ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt und Pferdeschwanz trug, hätte sie auch ohne die große Sonnenbrille wie ein Filmstar ausgesehen. Tatsächlich war sie inzwischen ein sehr berühmter Filmstar, denn das Interesse an Redemption war gewaltig, obwohl der Film noch in der Nachbearbeitung war. Was ist, fragte sie ihn lächelnd, als sie ihm das Gesicht zuwand. Noah hob ihre Hand an seine Lippen und küsste sie. Ich bewundere nur die talentierteste Frau, die ich kenne. Sagt der Mann, der den Mega-Hit nicht nur des letzten Jahres, sondern des letzten Jahrzehnts geschrieben hat. Sie zeigte ihre Freude an ihm völlig offen, genau wie sie den Medien gegenüber ohne Zögern ihre Liebe zu ihm eingestand. Indem sie so unverblümt Anspruch auf ihn erhob und jedem deutlich machte, dass sie stolz darauf war, mit Noah St. Joan zusammen zu sein, hatte sie Wunden in ihm geheilt, die schon so lange schwerten, dass er geglaubt hatte, sie würden das für immer tun. Ja, der kleine Sperling macht sich gut. Der Song tat ihm immer noch weh, aber neben dem Schmerz empfand Noah auch stillen Stolz, denn indem er den Sperling freigelassen hatte, war auch er frei geworden. Das dort drüben müsste es sein. Sorgsam verglichen sie die japanischen Schriftzeichen, die der Hotelkoncierge ihnen aufgeschrieben hatte, mit denen am Tor. Sie waren identisch. Noah atmete tief durch und klopfte an. Die nächsten drei Stunden entpuppten sich, als die lustigsten, die Kit je erlebt hatte. Wie sich herausstellte, war der Gärtner ein Fan, nicht von ihr, sondern von Noah und Schoolboy Choir. Überglücklich, dass Kit eine seiner pflanzen wollte, lud er sie ein, mit ihm und seiner zuckersüßen Frau zu Abend zu essen. Danach bot er Noah Alkohol an. Kein Sake, sondern ein Gebräu, das für Kit wie farbverdünner roch. Anschließend trank er den Bad Boy der Rockszene unter den Tisch. Sorgsam auf die Pflanze achtend, beförderte Kit den ordentlich angeheiterten Noah lächelnd in ein Taxi und brachte ihn zurück zu ihrem Hotelzimmer. Ich liebe dich, Kit, nuschelte er, als sie die Tür mit der Schlüsselkarte öffnete und die Pflanze auf einem Tischchen abstellte. Ich hab dir deine Pflanze geholt. Ich liebe dich auch, aber du musst dich hinlegen, bevor du noch an die Tür gelehnt einschläfst. Es gelang ihr, ihn zu dem breiten Bett zu buxieren. Noah ließ sich beuchlings darauf fallen und weg war er. In diesem Moment traf sie die Erkenntnis wie ein Blitz. Genau so hatte alles angefangen, indem sie einen betrunkenen Noah ins Bett geschafft hatte. Doch das war nicht die einzige Parallele. Dieses Mal zog sie ihm die Stiefel, seine Jeans und das T-Shirt aus. Anschließend schminkte sie sich ab und zog sich um. Dann glitt sie neben ihn. Als sie die Decke über sie beide zog, dachte sie an jene Nacht zurück, in der sie sich niemals hätte träumen lassen, dass es einmal die heutige geben würde. So viele Nächte hatten zu dieser geführt. Noah, der sture Rocker, der nicht nur sein Versprechen eingelöst, sondern sich so fest daran gehalten, dass die Schmierblätter irgendwann frustriert das Handtuch geworfen und aufgehört hatten, ihm zu folgen. Oh, er war noch immer ein echter Bad Boy. Wenn er auf der Bühne stand, verhieß das puren Sex und Leidenschaft und ein oder zwei zerbrochene Gitarren. Aber sobald er die Bühne verließ, hielt er nur Ausschau nach seinem Mädchen, nach Kit. Die ganze Energie und Tatkraft, die er darauf verwandt hatte, sich selbst zu zerstören, war einer Ehrlichkeit und Hingabe gewichen, die überwältigende Gefühle in ihr auslöste. Wenn Noah St. Jones sich dafür entschieden hat, jemanden zu lieben, dachte sie, als sie sich an ihn kuschelte, dann ohne Kompromisse. Ich bin so froh, dass ich dich habe, flüsterte sie und hauchte einen Kuss auf sein Kinn. Dichte Wimpern hoben sich und seine dunkelgrauen Augen blickten für einen Moment völlig klar, als er den Arm um ihre Taille legte. Eigentlich wollte ich sie einen Antrag machen, hab den Ringen der Erde der Pflanze versteckt, aber der Gärtner hat mich betrunken gemacht. Er ist so klein, wie konnte das passieren? Kit lachte unter Tränen, angesichts eines niedlich verwunderten Gesichtsausdrucks, dann küsste sie ihn abermals aufs Kinn. Mach ihn mir morgen früh. Er zog sie an sich. Bist du Ja sagen? murmelte er schläfrig. Natürlich, flüsterte sie mit einem Lächeln puren Glücks, als er wieder einschlief. Natürlich werde ich Ja sagen. Sie hörten Raw Kiss. Ich will alles von dir. Raw Kiss Serie Band 3 von Nalini Singh. Aus dem Englischen von Patricia Wojtinek. Gelesen von Alicia Hofer. Und dann können wir ja Kenia zusammen schlä哈哈哈. ync- Musik- 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 Musik-